Aber, Chet, lasst uns endlich anfangen mit unserem sonntäglichen Final Fantasy Marathon. Der vierte, mittlerweile der vierte Sonntag und wir fangen heute ganz frisch an mit Final Fantasy 3, dem dritten Teil der Serie, dem dritten Spiel hier im Marathon. Und das ist auch der erste Teil, wo richtige Klassen dazukommen, also ein richtiges Klassensystem dazukommen. Es gibt ja in den anderen Teilen auch schon Klassen, aber die waren quasi von Anfang an bestimmt. Im ersten Teil hattest du die Auswahl zwischen Krieger, Magier, White Mage, Dieb und Mönch. Und die wurden ja dann später, haben noch eine Stufe bekommen, dass sie dann, der Krieger wurde zum irgendwie Superkrieger. Der Schwarzmagier wurde zum Schwarzmagus und so weiter. Und hier gibt es das auch, nur dass du die zwischendurch wechseln kannst. Im Laufe der Story, immer wenn wir, es geht halt wieder hier um so vier Kristalle, wie auch im ersten Teil. Jedes Kristall steht für ein Element. Und immer wenn wir ein Kristall finden und befreien von Bösen, dann kriegen wir immer direkt wieder neue Klassen, die wir unseren Team ausrüsten können. Und wir können diese Klassen dann einzeln leveln und so weiter. Und ich glaube, hier gab es das auch schon, dass man später auch die Klassen dann aufstufen konnte, wie halt auch im ersten Teil und so weiter. Und wie gesagt, es gibt hier sehr viele Klassen, wo man dann immer hin und her switchen kann, wodurch halt deine Charaktere sich vom Kampfstil und von den Stats und so komplett ändern und so. Super viele ikonische Klassen kommen hier auf jeden Fall dazu, die dann auch in den späteren Teilen immer wieder vorkommen und so ein Shit. Ich glaube, wir haben zum ersten Mal hier Beschwörungen, Chad. Wir haben hier auf jeden Fall super viel neuen Stuff, der auch sehr prägend für die ganze Serie sein wird. Ich habe das Original nie gespielt. Ich habe nur den DS-Teil gespielt. Es gibt davon einen DS-Remake. So komplett mit 3D-Charakteren und so, nicht so pixelmäßig und so. Junge, ich kriege die ganze Zeit ein Haar von mir im Mund, ey. Ich habe nur den gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie das Original war. Und das ist jetzt auch natürlich nicht das Original. Das ist das Pixel-Remaster, was letztes Jahr kam, was natürlich ein bisschen aufgehübscht wurde und ein bisschen Quality of Life Changes hatte. Aber ich glaube, das ist immer noch näher am Original dran, als das, was ich auf dem DS gespielt habe, oder? Deshalb ist das für mich auf jeden Fall auch eine wilde neue Erfahrung hier. Moment, wir haben hier doch hier Extras. Kurz Galerie schauen, was es hier so gibt. Graffiti einfach. Sarah! Einfach der Dash! Der Dash! Der geile Dash-Ker. Wie machen wir das eigentlich mit FF11 von 14? Kommen die auch mal? Und ich weiß es noch nicht. Wenn wir soweit sind. Junge, wann Dashke in diesem Cosplay. Wenn wir soweit sind, dann schauen wir mal. Der gute Sid. Arya Bennett. Valus Restore. Doga. Stimmt, hier gab es Doga und, wie heißt die andere? Une. Doga und Une. Die gibt es auch in Final Fantasy XIV. Une Unused. Stimmt. Xander, ne? Es geht ja um den Kristallturm. Also generell, wenn ihr Final Fantasy XIV-Fan seid, hier gibt es auf jeden Fall sehr viel Stuff, der euch bekannt vorkommt in FF14. Weil es geht hier natürlich um den Kristallturm, den man aus FF14 auch kennt, als großen Raid, Allianz-Raid und dann später sogar als komplette Expansion, wo es um den Kristallturm geht. Garuda. Garuda. Stimmt, Garuda. Garuda gibt es ja in manchen Teilen immer so einen komischen wilden Vogel, ne? So, Garuda wurde ja später zu so einer sexy Frau, Alter, mit Flügeln, so einer Harpje, ne? Aber Garuda ist in vielen Teilen eher immer so ein scheiß hässlicher Vogel. Titane einfach, Lul. Ninja. Garuda gibt es auch in Fire Emblem. Ja, Garuda gibt es generell in vielen. Das ist ja ein mythologisches Wesen. Das gibt es in vielen Videospielen, vielen japanischen Spielen. Äh, ja, let's go. Leute, wir haben wieder vier Charaktere. Wir machen das wie bei den anderen beiden Teilen. Ich lose die Namen wieder aus. So, ich sag, ich sag, ab wann ihr was schreiben könnt oder was ihr schreiben könnt. Moment. Äh, wo ist ein Giveaways? So. So, wir machen diesmal mit Keyword. Ich will, dass ihr in kleinen Buchstaben einfach nur, einfach nur Name schreibt. In kleinen Buchstaben. Name. So, Nummer eins. Ist Habel, Dabel, Dabel, du. Habel. Wir nennen ihn einfach nur Habel, Dabel, ne? Ich glaube, sonst wird es zu lang. Habel, Dabel. Habel, Dabel. Passt noch du rein? Habel, Dabel, du. Passt. Ne, passt nicht. Okay, dann machen wir nur Habel, Dabel. Habel, Dabel. So, der nächste Name. Ist Cutie Pie. Ähm, I guess wir schreiben es aus, oder? Und nicht mit Q, oder? Oder soll ich mit Q schreiben? Soll ich ausschreiben oder soll ich mit Q schreiben? Mir egal. Cutie Pie? So, der nächste. Katzen-Dämon. Oh, Junge. Einfach der Katzen-Dämon. Katzen-Dämon. Und der letzte Name. Geht an den Evo-Boy. Ich hab's hier schon angeboten. Sie sagt, nee. Sie will lieber VIP sein. Okay, Chat. Wir haben Habel, Dabel. Wir haben Cutie Pie. Wir haben Katzen-Dämon. Und Evo-Boy. Ist Evo-Boy dann vier Fünftel des Spiels nicht mehr da? Äh, nee. Die sind diesmal alle von Anfang an da. Die haben diesmal auch nicht unbedingt so, ähm, ähm, da sind jetzt keine Charaktere mehr halt. So wie zum Beispiel jetzt im zweiten Teil. Die sind eher wieder wie im ersten Teil. Eher so alle charakterlos. Und eher stiller. Und werden dann, äh, ja. Im DS-Remake haben die alle so ein bisschen Charakter, ne? Und sind dann, haben Persönlichkeiten. Hier in dem Teil ist das wie im ersten Teil. Die sind eher so, die sind halt da. Ja, wir ändern gleich die Schrift. Ich hab's wieder vergessen. Stimmt. Aus der Prophezeiung der Gulganer. Die Erde wird erzittern wie nie zuvor. Sie wird die Kristalle, den Quell unseres Lichtes, verschlingen und abscheuliche Kreaturen hervorbringen. Doch das ist bloß der Anfang. Im Vergleich zu dem, was darauf folgen wird, ist nicht dich. Doch, der hat ein Auge. So wie Cyclops aus, ähm, aus X-Men. Eine Tragödie unbekannten Ausmaßes, tiefsten und dunkelsten Trauer. Doch die Hoffnung ist, psch, 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 psch. Den vier reinen Herzen wird das Licht sich offenbaren. Es wird der Anbeginn von allem sein. Vier junge Waisen, großgezogen vom ältesten Topapa im Dorf Ur, zogen aus, ihren Mut zu beweisen. Sie erreichten die Höhle, die bei dem großen Erdbeam entstanden war. Dort, wo der Kristall eins gestanden hat. In ihren Augen brannte die Neugier, in ihren Herzen die Abenteuerlust. Ja, das sind die, äh, vier der Lichtprinzessinnen. Das sind sie aus Kingdom Hearts. Das sind sie. Autschi! Oh, das ist die Musik schon direkt. Die gibt es auch in Final Fantasy 14. Ich habe das Loch überhaupt nicht gesehen. Und jetzt? Ob es schlau ist, sich so weit vorzuzweigen? Und, äh, du wolltest diese Höhle doch erforschen. Ja, stell dich mal nicht so an. Statt euch zu streiten, solltet ihr lieber mal den Ausgang suchen. Okay, der läuft von alleine. Schade, dass alle so ein, äh, No-Name gleich aussehen. Ja, die werden ja noch alle unterschiedlich aussehen. Das sind gerade noch... Mit Gitarren? Äh, die sind am Anfang halt alle noch, ähm, äh, äh, so Onion Nights. Aber wir werden gleich Klassen finden und dann geben wir denen alle in Klassen und dann sehen die alle unterschiedlich aus. Gerade, gerade sind das die Onion Power Rangers, ja. Aber die werden auch alle gleich... Wir werden gleich typisch wieder Krieger, Magier und sowas alles haben. Die Musik ist hier ganz weird irgendwie in dem Teil. Das ist ganz weird. Was waren das denn bitte für Wesen? Keine Ahnung, Mann. So langsam bereue ich die Idee, hierher gekommen zu sein. Guck mal, die haben nicht mal richtige Namen beim, äh, Dialog. Beim Dialog. Die sind quasi einfach eine Einheit. So, ich wollte kurz die... Schriftart ändern. So. Lederschild? Ja, ihr seid einfach ein Hive-Mind. Irgendjemand in den YouTube-Kommentaren meinte, dass ab dem 4. die Pixel-Remaster-Musik richtig scheiße ist. Bisher war sie eigentlich mal ganz geil, ey. Hm? Was ist? Der Felsen da vorne sieht irgendwie komisch aus. Jetzt, wo du es sagst? Wir brauchen Stärke. Das hier Rockmusik, also Rockmusik, Gitarren dazukommen, das ist ja wild. Also, klingt gerade irgendwie eher so nach Final Fantasy 6. Warte, wir können mal kurz, ähm, Musikmodus original machen. Lederschild? Oh, oh mein Gott, Chad. Finally. Wir haben im Menü keine eigene Musik. Yo, ciao, Nozila. Was habe ich da? Antarktis bekommen? Ach so, Antarktis zu finden, okay. Zum Zaubern. Banger. Banger. 1 und 2 gehen härter. Ja, vor allem, äh, Funfensee 1. Die Kampfmusik ist richtig nice. So, wir gehen wieder in... Arrangiert. Ähm. Hier, immer rennen. Du, 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 du. Ja, die Originalmusik ist auch richtig gut, ja. Ja, ja. Cool, bei Ausrüstung und Waffen ist das unter Items, auf die draufklicken kannst und direkt siehst, für welche Klasse die sind. Ne? Wo meinst du steht das? Ach, du meinst, welche die Klassen gerade selber sind? Ja, Zwiebelritter halt, ne? Hm, im Itemmenü? Direkt unter Items? Achso, hier, hä? Ich weiß nicht gerade, was du mir sagen willst. Bei Ausrüstungen und Waffen ist das unter Items, auf die draufklicken kannst. Rüste mal eins ab. Ein kleines Messer. Ja, sonst steht da nichts. Welche Klasse das ist. Achso, Moment. Du meinst so ablegen, dann zu Items gehen? Ein kleines Messer. Steht immer noch nichts. Drück doch drauf. Achso, meinst du das? Okay. Okay. Dann sehe ich, wer es ausrüsten kann. Ah. Okay. Ich weiß nicht, war es bei den anderen Teilen nicht so? Da habe ich die im Menü gar nicht angeklickt, die Items, weil... Wieso auch? Ich gehe dann einfach zu den Charakteren in deren Menü rein, in Ausrüstung, klicke auf die Waffe und dann gucke ich, was die beste Waffe ist. Äh, Karte kann man hier auch schauen, ne? Ja, ja, ja. Guckt mal, eine Quelle! Aber warum leuchtet das Wasser so? Heilung, oder? Lass uns einfach mal einen Schluck probieren. Nee, ich weiß nicht. Ja. Uh, man wird sogar wiederbelebt in dem Wasser. Ein Hinterhalt. Die sind jetzt auf der anderen Seite. Leuchtet das Wasser trinken klingt super smart. Ja, man. Ich hab... Jaso und ich haben auf Netflix so ein Anime angefangen. Delicious Dungeon. Wo es darum geht, dass die im Dungeon alles fressen, was sie finden. Und da ist auch alles, alles, was sie dort töten, klingt nichts Smartes zu essen. Aber alles wird gefressen. Und der Protagonist ist eigentlich nur da, um alles zu fressen, was er findet. Ja, ist bisher ganz unterhaltsam. Ist halt Trigger Studio, ne? Ich mag generell Anime von Trigger Studios. Ich bekomme mit, dass Leute den Protagonisten hot finden. Okay. Anarktis-Wind? Das klingt nach einem super dämlichen, aber super Konzept. Ja, es ist... es ist weird, ja. Aber es ist halt sehr... Ähm... Wir haben jetzt nur, glaub ich, fünf Folgen oder so geschaut. Und ich mag's auf jeden Fall, dass, äh... Ähm... So jedes Monster, was die halt finden, neu finden, halt immer irgendwie so ne Lore hat. Und es wird erklärt, was dieses Monster kann, wieso es es kann. Und wie es schmeckt, wie man es essen kann. Und so, dass halt da immer sehr... Sehr ins Detail gegangen wird bei jedem Monster. Das ist ganz cute. Was wird das? Eine bosafte Macht greift die Gruppe an. Wie Lexikon in Monster Hunter. Ja, der Protagonist ist auch so ein Freak, der... Äh... Oh, Bosskampfmusik. Der Protagonist ist auch so ein Freak, der so... So ein belesener Freak ist, der so zu allen Monstern sich irgendeine Scheiße durchgelesen hat. Und wie so ein wandelndes Lexikon rumläuft. Landschildkröte! Okay, Chat. Antarktis-Wind. Boom! Boom! Gewonnen! Boom! Boom! War man im DS-Remake dann nicht alleine unten? Das weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung mehr. Einzige, was ich vom DS-Remake noch... Weiß ich, dass ich es scheiße hässlich fand. Mehr weiß ich nicht mehr. Der Kristall beginnt zu leuchten. Ihr seid die Auserwählten. Das Ding kann sprechen. Das wenige Licht, das nach... Äh... Es ist der einzige Weg. Dann empfangt ihr es nicht. Äh... Äh... Wird es für immer schwinden und das Gleichgewicht der Welt aus dem Fugen geraten. Empfangt das Licht und mit ihm die Kraft der Kristalle. In euch ruht die Hoffnung dieser Welt. Lasst nicht zu, dass sie vernichtet wird. Die Gruppe wird in ein Gleißen gehüllt. Ja, ich weiß, viele von euch sind damit aufgewachsen und finden das cute. Aber... Ich kann... Ich kann nichts damit anfangen mit dem Stil. Also generell von den meisten. Also... Der... Der DS hat ja so einen eigenen... Grafikstil mit diesem komischen Polygon. Die Stars, Alter. Das Licht offenbart den vier Freunden seine Weisheit, seine Kraft. Sein Glanz lässt sie Hoffnung und Stärke schöpfen. Und so fassen die vier den Entschluss, die Dunkelheit aus der Welt zu vertreiben und ihr das Licht zurückzugeben. Also... Also die Namen mit dem... Dürfen den Job bestimmen? Nö. Die Jobs bestimme ich. Schachmatt. Es ist der Beginn einer langen Reise. Die Berufe Krieger, Mönch, Weißmagier, Schwarzmagier und Rotmagier stehen neu zur Verfügung. Okay. Das magische Siegel hinter mir wird euch zurück nach draußen führen. Viel Glück auf eurem Wegen, O Krieger des Lichts. Nice. Äh, ja, ich mag so nicht so diesen DS-Stil. Keine Ahnung. Generell viele DS-Spiele, die haben immer so einen komischen... So einen... Alles ist irgendwie so... Irgendwie so... Die Farbgebung und so weiter, dass alles so... So irgendwie so blass ist, nicht so sättigend ist. Ähm... Die meisten Spiele haben immer irgendwelche Chibi-Charaktere als spielbare Charaktere und so. Weiß ich nicht. Fühl ich nicht. Mag ich überhaupt nicht. Nee. Der DS ist sehr nah am PS1 vom Stil. Nee, der PS1-Stil ist ganz anders. PS1-Stil ist... Eher... Er ist auf jeden Fall viel, viel sättigender. Viel kantiger. Auf jeden Fall. Und der DS-Stil ist immer irgendwie so... Keine Ahnung. Allein schon, dass die Farben immer so komisch irgendwie so ausgebleicht sind. Macht mich schon immer... Fertig, Alter. Wie er verzweifelt versucht, nicht hässlich zu sagen. Doch, ich find's halt hässlich. Aber ich will halt nicht sagen, dass das generell eine objektive Meinung ist. Sondern es ist halt mein Geschmack. Und das trifft nicht meinen Geschmack. Der DS-Stil. Deshalb fand ich die zwei Remakes auf dem DS, das Remake von dem dritten Teil und vom vierten Teil, super hässlich. Keine Ahnung. Mich hat's halt null angesprochen. Vor allem, dass auch die Charaktere, wie gesagt, so... so aussahen wie Chibi-Charaktere mit diesen komischen... äh, Essential Bravely Default hat ja auch so einen ähnlichen Chibi-Charakter-Stil gefahren. Aber da war's irgendwie geil. Da haben die das irgendwie richtig gut hinbekommen. Aber bei dem DS sah das irgendwie so... so billig aus. I don't know. Es sah einfach nur hässlich und billig aus. Ja, Bravely Default hat alles einen geilen Farbton, ja. Kennt ihr den Song, Chat? Das ist der Song aus dem Intro. Für die Sonntags-Streams. Und, äh, Azenios. Dankeschön. Für 18 Monate. Vielen, vielen Dank. Nur hab ich halt ne andere Version. Ich hab die Version von, ähm... von dem 25-jährigen Jubiläum oder sowas. Eternal Wind macht mich auch immer etwas traurig. Mich macht's immer sentimental. Möchte weinen. Aber nicht traurig. Nicht das traurige Weinen. Eher das schöne Weinen. Also, irgendwie... Obwohl ich's nie gespielt habe, damals als Kind oder so. Es hat trotzdem immer irgendwie so ein... Dieser Song... Irgendwie sowas Nostalgisches. Irgendwie sowas Heimisches. Schönes. Unbeschwertes. Ich höre es und ich fühle mich, als wäre ich wieder irgendwie acht und würde zuhause vor meiner PS1 sitzen und Videospiele spielen. Obwohl ich's damals nicht als Kind gespielt habe. Und erst recht nicht auf der PS1. Ich kann auch Giyan machen, ja. Aber irgendwie hat das was. In der Art für mich. Ist, by the way, auch der Trailer-Song von Final Fantasy 14 Shadowbringer. Dem Add-on. Ist, äh... Sogar mit Lyrics ist er dort. Von den Dairstyle von 3 Katastrophe. Und mit Abstand. Schlimmstes Spiel, was ich bisher zu 100% Ergivments gemacht habe auf Steam. Das einzige Motivierende war die Musik. Vom Gameplay erschrecklich oder wieso? So. Kann man kurz muten? Und jetzt, ähm... Oh. Prrrr-Prrr-Prrrr-Prrr... Prrrr-Prrr-Prrrr... wo ist denn der mit den lyrics und der mit den lyrics Der kommt in die Antikausi-Meta-Playlist, der ist er schon, glaube ich. Wann geht's denn los jetzt? Jetzt. So geil, ey. Intro länger als der Marathon. Sechs Minuten zwanzig ist er ja. Boah, ich hab damals auf dem Fanfest war ich da, Junge. In Paris. Es war so geil, man. Diesen Trailer zu sehen auf der großen Leinwand. Ja, ich bin die ganze Zeit an der falschen Stelle. An der großen Leinwand, den zu sehen, so mit irgendwie so hunderten Leuten, die dort so alle so Fans sind, Ultras sind von Final Fantasy 14. Und dann sehen wir diesen Trailer und da wird zum ersten Mal generell die Gruppe gezeigt. Tankred wird so gezeigt. Alle rasten komplett aus. Man sieht zum ersten Mal das Schwert von Tankred, dass er auf einmal eine Gunblade hat und so. Komplett alle am Ausrasten gewesen. Das war schon cool. Hier kommt's. Musik Amen. Nummer Max Musik finished. Ja, so ein geiles Theme. Ist halt wirklich sehr nice. Ich schaue immer gerne die Reactions von FanFest an. Das ist immer geil, wenn alle ausrasten. Ich war generell, also das war auch FanFest damals in Paris. War auch das erste Gaming-Event dieser Art für mich. Und deshalb war das so super cute irgendwie. Wenn du weißt, alle um dich herum sind gerade nur hier, weil sie halt diese eine Sache hypen. Ist so ein bisschen wie Konzert, ja? So ein bisschen wie Konzert, noch ein bisschen anders noch. Aber bei Konzerten ist ja auch so, wenn dann du dahin gehst wegen einer bestimmten Band und alle sind wegen dieser Band da. Und dann flippen dann auch immer alle so komplett aus. Und so ein bisschen ist das auch, aber halt dann auf Gaming bezogen. Was ich vorher halt so nie erlebt hatte. Und das war dann auch super, super, super cool. So, Chat. Wir haben jetzt Krieger, Mönch, Weißmagier, Rotmagier, Schwarzmagier. Quasi bis auf den Dieb. Genau wie Final Fantasy 1, ne? Ich würde sagen, wir nehmen diesmal kein Rotmagier mit. Wir hatten letztes Mal schon Rotmagier gehabt. Deshalb würde ich sagen, wir nehmen diesmal einen Mönch mit anstelle von einem Rotmagier. Wir nehmen Hubble-Dubble, du ist der Krieger. Viermal Red Mage. Ähm, Evo Boy wird unser Mönch sein. Katzendemon wird der Schwarzmagier sein. Und Cutie Pie der Weißmagier. Äh. Äh. Füge hier Kriegsgeräusche ein. Äh. Mönch sieht fancy aus. Mönch sieht einfach genauso aus wie Krieger, nur mit anderen Klamotten. Ich brauche den Brotmagier. Ne. Kein Brotmagier. Also die wechseln wir natürlich dann noch, äh, im Spiel durch, weil wir kriegen, wie gesagt, noch später noch andere Klassen und so weiter, ne? Die werden wir dann alle durchwechseln. Die werden jetzt natürlich nicht bis zum Ende des Spiels in diesen Klassen bleiben. Wenn ihr ein Item nutzen möchtet, braucht ihr es einfach nur aus der Liste auszuwählen. Warum probiert ihr es nicht direkt einmal aus? Und gebt mir eine Potion. Bei Ringelsalbe und Kräutertee. Meine Kreuzschmerzen sind wie weggeblasen. Hier, nehmt das zum Dank. Hm. Guter Tausch. Äh. Ja, ich kann wieder wechseln. Ja, der Mönch. Wir hatten noch nie ein Mönchchen gehabt. Let's go. Die Ältesten erwarten euch drinnen. Dann, äh, Daren hat gespürt, dass, äh, was euch widerfahren ist. Er hatte schon immer eine sehr spirituelle Ader. Na? Wollt ihr Rasselbande denn heute hin? Hinaus, um die Welt zu retten? Ihr hattet schon immer eine blühende Fantasie. Wir gehen erst mal schlafen. Was musst du machen, um mehr Klassen freizuschalten? Äh. Kristalle. Retten. Befreien. Wir haben gerade zum Beispiel ein Kristall befreit. vom Bösen und haben von dem Kristall dann Klassen bekommen. Geht ihr auf Reisen, dann ruht euch hier nochmal aus. Es soll euch nichts kosten. Oh, kostenlos. Da ist sogar eine Taverne. Okay. Ich habe serische Fähigkeiten und will es euch beweisen. Eure Berufe sind, hm, Krieger, Weißmagier, Schwarzwäiger und Mönch. Stimmt's oder habe ich recht? Alter, wie krass ist der denn, Chat? Kann ich einfach hier? Ja. Wir teilen uns zu viert zwei Betten. Ob du auch hier wieder viel vergiftet wirst? Äh, wenn ich hier viel vergiftet werden sollte, es ist kein Final Fantasy 2 mehr. Medica funktioniert 100 zu 100 Prozent. Hihi, ich bin deine Tänzerin. Seht mir ruhig zu. Ich muss die Musik noch ändern, wieder auf, äh, auf modern. Okay. Genau TOS, Alter. Hier geht's. Soll ich mal annehmen? Kennt ihr den Song, Chat? Ich hab was gefunden, lol. Wer da draußen in dieser unwirklichen Welt bestehen will, sollte immer ein paar Antidote und Augentropfen im Gepäck haben. Bitte spielt etwas auf dem Klavier. Ich komme nicht zurück nach Kanaan, weil ein blöder Felsen das Tal versperrt. Naja, so habe ich immerhin eine gute Ausrede mir ordentlich einen hintergeben. Birne, Binde zu kippen. Higgs, okay, Freak. Fiederalala, Fiederalala, Fieder, Fieder. Stimmt, ich erinnere mich, Chat. Man hat in jeder Stadt oder so, in vielen Städten immer so ein Klavier, ne? Und je mehr Klaviere man findet und anklickt, desto besser wird dieser Song, ne? Irgendwie so. Und irgendwann haben wir dann die komplette Sonate. Ich erinnere mich, bei 5 konnte man immer ans Klavier und lernte immer neue Stücke. War schon cool. Hier ist es, glaube ich, immer dasselbe Stück, aber es wird immer besser. Aber nicht schlecht für einen Anfänger, ne? Schon gut. Mit dem kann ich nicht reden. Naja. Ihr seid wahrlich nicht auf den Kopf gefallen. Mich hier zu finden. Als Belohnung sollt ihr meine Potions erhalten. Die sind dort unten im Brunnen versteckt. Das ist eine Falle, oder? Oha, ist keine Falle, Chat. Okay, jetzt schneidet ihr das Seil ab. Oha, macht die echt nicht. Die ist ja viel zu nett. Diese Region wird von König Sasune regiert. Sein Schloss liegt westlich von hier am Fuße des Parmeni-Gebirges. Sasune also. Wart ihr schon mal in Katsus, dem Dorf unweit südlich von hier? Früher habe ich es oft besucht, aber seit dem Erdbeben wimmelt es draußen von Monstern und ich traue mich nicht mehr hin. Wie alle anderen hier auch. Ne, nicht Saske. Sas-sa-sa-sa-sasne. Er ist Hasne. Schubsen. Ich pflücke hier Blumen. Schubsen. Schubsen. Das große Erdbeben hat den Kristall mitsamt seines Alters einfach verschluckt. Wehe er. Uns. Das Ende dieser Welt ist nah. Der Heilsauber Vita ist ein wertvoller Begleiter auf Reisen. Wenn ich mich nicht irre, wird einer mit dem Lagerhaus am Ende dieses Weges aufbewahrt. Aber seht euch vor, ihr könnt auf Monster stoßen. Lagerhaus? Okay, hier ist ein Lagerhaus irgendwo. Ah. Okay, da ist ein Monster. So. Unsere neuen Klassen machen noch kein Damage, weil die haben noch keine richtigen Waffen und keine Magie, außerhalb der Krieger. Und der Mönch müsste ja auch eigentlich schon einen guten Schaden machen. Weil der Mönch kämpft ja ohne Waffen. Ja. Der boxt ja nur mit seinen Fäusten. Der müsste guten Damage machen. Ja, Evo hat 64 gemacht. Ja, weil das ist ja die richtige Waffe für jeden. Weil unser Krieger hat halt ein Messer. Messer ist, glaube ich, nicht so unbedingt kriegerhaft, Digga. Der kann ja so ein dickes Schwert ertragen oder so. Damit macht er richtig Damage. Unsere Weißmagierin ist ja generell nicht für Damage gedacht. Und unser Schwarzmagier hat noch keine Magie, ne? Der Einzige, der richtig equippt ist, ist halt er. Mit seinen zwei Fäusten. Mit seinen zwei Bomben. Die rechte Kerze ist in Wirklichkeit ein Hebel, der einen Geheimgang freilegt. Krass. Der ist ja gar nicht mal so geheim, wenn er mir das einfach sagt. Hahaha. Lederrüstung, Dolch, Vita, Langschwert. Uh, okay. Lederrüstung. Okay, dann haben wir schon mal für ihn auf jeden Fall eine vernünftige Waffe. Zack. Ähm, ähm, ihm können wir ein Dolch geben. Ähm, wir haben halt jetzt eine Lederweste. Lederrüstung. Gehen wir mal dem, äh, der Heilerin. So, und dann Magie, äh, lernen, Vita. Okay, dann kann sie schon mal heilen. Schwarzmagier einfach mit zwei Dolchen, wir will er abstechen. Ja, Dolche sind ja immer so Schwarzmagier Waffen. Wenn sie halt nicht zaubern, dann kämpfen sie immer mit Dolchen. Hahaha. Mit so kleinen Messern. Pop, 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 pop. So, haben wir hier schon neue Spells? Was kann ich für euch tun? Wir haben hier eine Poisona. Kuriert Gift. Ja, why not, ne? Ähm, wir brauchen einen Stab für unsere Weißmagierin. Stab. So. Uh, Nunchaku. Okay. Mönch kämpft nicht nur mit seinen bloßen Händen, sondern auch mit Nunchakus. Alter. Moment, der Dolch ist stärker als das Langschwert? Ne. Wahrscheinlich, wenn ich das in die zweite Hand packe, ja. Er kann halt wieder Dual wielden, ne? So, Stab, ähm, ein Schild haben wir nicht. Kaufen wir uns gleich noch. Wir haben halt jetzt für den Schwarzmagier keine Spells. Der kann jetzt nur mit einem Messer zustechen. so. Moment, sie kann gar keine Schilder tragen. Sie freut sich gerade nicht. Das heißt, sie kann keine Schilder tragen. Lederrüstung können alle tragen. Ich habe sogar schon zwei davon. Lederhut tragen schon alle. Und Bronzerarmschutz. Und davon zwei. Ich dachte, ich glaube, ich habe nur eine Lederrüstung gefunden. Oh, zwei. So. Okay, ich denke mal, wir sind für den Anfang schon mal, ah, Moment. Für den Anfang schon mal gut ausgerüstet, ne? Der kann ja auch keine Schilder tragen, ne? Okay, okay, okay. Let's go! In FF1 hatte ich das Gefühl, dass die Nunchakus den Mönch schlechter machen. Kein Planung, wie das hier ist. Ja, kann sein, dass es auch hier so ist. Die Ältesten erwarten euch drinnen. Ah ja, hatte ich schon gerade gesprochen. Okay. Hab das halbe Game mit Nunchakus gespielt und Mönch war einfach so bad damit. Später dann 1000 bis 2000 Damage ohne Nunchakus gemacht. Ja, wir werden es gleich mal probieren im Kampf. was besser ist. Wir werden es testen. Ich habe gespürt, ich habe gespürt, was euch widerfahren ist und es den anderen berichtet. Geht zu Topapa. Er hat euch etwas Wichtiges zu mitteilen. Ja, Topapa ist, wir spielen ja vier Weise und Topapa hat die aufgezogen. Der ist quasi deren Papa. Die gutherzige Nina, sie war den vier Freunden stets wie eine Mutter. Hoffentlich stößt euch auf eurer Reise nichts zu. Passt bloß auf euch auf. Der weise Homag, einer der Dorfältesten. Um die Kräfte, die der Kristall euch gab, vollends zu nutzen, muss euer Herz im rechten Fleck sein. Pimmelkopf. Junge, was für ein Pimmelkopf. Der hat eine solide Glatze. Der Dorfälteste, Topapa. Er hat die vier Freunde wie seine eigenen Kinder großgezogen. Ich weiß, meine Lieben, ich weiß, wer hätte gedacht, dass ihr die vier Auserwählten seid. Habeldabbel, Cutie Pie, Katzen, Dämon, Evo Boy. Ihr müsst wissen, dass die Wahl nicht zufällig auf euch gefallen ist. Es war euer Schicksal, die Kräfte des Kristalls zu empfangen. Lasst sein Licht in eure Herzen nicht ungenutzt. Brecht auf in die Welt und befreit sie von der Dunkelheit. Ja, wie ihr seht, der dritte Teil hat wieder nicht mehr so eine krasse Story wie der zweite. Der ist wieder ein bisschen simpler, was Story angeht und eher wie der erste. Eher viel Gameplay und so. Der vierte hat dann wieder sehr viel Story. Sollen wir speichern. Ich denke mal, ich mache mal wieder ein Dämon. Boost an, Leute, ne? Wir machen wieder... Oh! Nee, ich war gerade verfehlt. Ich dachte, es gibt keinen Gild mehr. Wir machen wieder einen Gild-Bonus, damit wir uns immer alles kaufen können. So. Wie viel Schaden macht er jetzt mit seinem dicken Schwert? Und nun Chakus. 19 mit dem Dolchen. Kein Schaden mit dem Stab. Nun Chakus, 40. Schwert daneben. Sehr gut. Na, 45 nun Chakus. Brauchen wir nochmal dieselben Gegner nochmal? Der Vater musste auch kurz lachen beim Aufsagen der aufgezogenen Waisen. Ich war gegen Hubble-Dubble, alter. Ja, er macht mit Fäusten mehr Damage. Jö, wieso trifft er mit seinem Langschwert nicht? Also das Gefühl, gerade nur Katzengeamer und Evo-Boy räumen hier auf. So, das ist die Map hier. Minecraft-Insel. Ja, dass du kein Damage machst, Cutie Pie, ist ja okay. Du bist ja unsere Heilerin. Ein Lagerfeuer. Oh, echt? Hilfe! Okay. Oh, verzeiht. Ich dachte, ihr werdet ebenfalls Geister. Ich bin ein Reisender aus dem Westen und wollte in der hiesigen Herberge einkehren, aber dort spukt es. Glaubt mir. Ach, du Scheiße. Ich habe Angst vor Geistern, Chat. Haltet meine Hand. Der Fluch des Dschins hat alle Dorfbewohner in das hier verwandelt. Okay, die sagen alle das Gleiche. Wir müssen wahrscheinlich erst den Dschin finden und besiegen. Den Zettel kann ich nicht anklicken. Okay. Ja, gehen wir mal rein. Warte, ich check mal noch mal kurz hier ab, ob da vielleicht jemand noch am Leben ist. Hier sind auch alle tot. Oder was heißt tot? Verzaubert. Sie haben nur noch Umrisse. LOL. Das ist der Warrior of Light aus Final Fantasy 1 und das rechte Bild ist das Intro-Bild von Final Fantasy 1. Ist sehr, sehr minimalistisch verpixelt, aber man erkennt es. Was bin dir aufgefallen? Ist vielleicht auch nur in dem Pixel Remaster so? Ja, die wurden halt nicht nur, nicht nur wurde deren, deren Pixelart genommen von den Charakteren, sondern auch sogar die Outlines gefärbt. Normalerweise haben sie schwarze Outlines. Jetzt haben sie weiße Outlines. Du bist damals auf dem DS hier nicht weitergekommen? Okay. War es zu schwer oder weil du nicht wusstest, wohin? Okay, die machen sehr viel Damage, Leute. Vielleicht muss ich ein paar Level erstmal leveln gehen. Oder wir leveln hier. War sechs Jahre und wusste nicht wohin. Achso. Ich glaube, wir haben hier mal gleich den ersten Toten. Ja, tschüss. Sogar mit Crit. Ja, ich hätte heilen sollen, aber irgendwie habe ich vergessen. Uh, mit einem HP überlebt. Junge. Ja, dann gehen wir mal kurz wieder raus und teilen. Ich bin erst mit Level sieben oder acht rein, aber muss auch sagen, ich habe die Klassen verpasst. Wie, du hast die Klassen verpasst? Du hast die ganze Zeit hier noch mit Dingens gespielt. Mit den Onion Knights. Aber gibt es hier haben die irgendwie Erfahrungspunkte für die Klassen selbst? Ja, da Berufsstufe zwei, Zwiebelritter ist drei. Stimmt, auf dem DS startest du gar nicht als Onion Knight. Da startest du ja als Freelancer oder Novize oder so. Freiberufler, genau. Und Zwiebelritter war auf dem DS eher ein Secret Job, ne? Der Zwiebelritter. Oh mein Gott, ich muss da noch mal schlafen gehen. Ich dachte, das Wasser heilt mich auch komplett voll. Die Jobs levelen durch Aktionen, welche sie ausführen. Okay, das heißt, der Schwarzmagier und der Weißmagier sind immer noch eins, ne? Ne, haben auch gelevelt. Oder es zählt auch dazu, weil er mit Messer angreift und das Messer ist eine Schwarzmagier Aktion, genauso wie bei Weißmagier starb ne, ne? Aber der Mönch ist immer noch Level eins. Hm. Wieso ist der Mönch dann Level eins, wenn er mit, er macht doch sein Mönchding und zwar mit den Fäusten angreifen. Junge, der macht mit seinem Schwert so wenig Damage, ne? Also zum Glück habe ich einen Mönch mitgenommen, Chad. Also der Mönch, also der Evo-Boy ist echt strong für den Anfang hier. Wir hätten vier Mönche nehmen sollen. Oder wir nehmen zwei Mönche, Chad. Ich wechsle, ich wechsle von Krieger auf Mönch. Für den Anfangsboost. Und später wechseln wir dann. Jede Aktion zählt. Du kannst auch fünfmal verteidigen im Kampf und sie leveln den Job auf. Okay. Und Henry, Dankeschön für zehn Monate. weiter. So. Wir haben noch Rotmagier Krieger. Ich bin eigentlich ein Fan von Variety, aber mit Doppelmönch glaube ich, würden wir richtig abräumen, Alter. Auch noch ein Hinterhalt. Drei Mal Mönch ein Weißmagier. Easy Run, ja. Krieger, ein bisschen Level ist nicht verkehrt. Ja, aber ich kriege ja später eh andere Klassen. Wir werden ja nicht bis zum Ende des Spiels Krieger haben bei man kann nur maximal ein Job Level pro Kampf steigern. Wild. Okay, die sind super stark. Ja, stimmt, das sind ja Untote. Ich versuche mal gleich wieder auf die zu casten. Also die machen weniger Damage als die anderen Skelette, aber dafür halten die viel mehr aus. Und die haben unseren Evo-Boy blind gemacht. Oh, 95 Damage. Nein. Ich dachte, ich kann pro Kampf nur ein Job Level steigern. Also du meinst, achso, ich habe das verstanden, generell. nur nur einer von den vier Jobs kann aufleveln, aber du meinst, die können halt nicht direkt skippen von zwei auf vier oder so. Halt wie auch bei bei Feinfeld zwei mit den Waffen oder so. Oder Spells, du konntest im Kampf auch nicht eine Waffe zwei Stufen gleichzeitig leveln oder so, sondern nur eine. Ja, ich kann eigentlich auch hier an der Stelle den Boost hochdrehen, damit ich nicht zwanzigmal hier hin und her laufen muss. Damit wir schneller durch sind. Ich mach mal ein paar Kämpfe mit vier, dann sind wir da schneller durch. Ein bisschen Grinden für den Anfang. Ja, die MLG Brille, Brille, die ist immer nice. Wie viel mach ich auf Gruppe? Gruppenheilung auf die Gegner? Not bad. Ja, das wird ein Hinterhalt. Aber die sind doch auf der linken Seite. Naja. Okay, die machen generell jetzt alle weniger Damage. Ich dachte, nur die blauen sind schwächer. Aber die machen jetzt alle weniger Damage. Kannst du auch einfach mit der Story weitermachen. Ich kann auch einfach spielen. Das, was ich gerade tue. Einfach mich spielen lassen. Kann ich auch einfach machen. Oh mein Gott. Ja, ich gehe dann halt woanders hin. Leute, lasst mich doch einfach spielen. Oh mein Gott. Holy shit, ey. Was ist das? Scheiß-Problem. Oh mein Gott, ey. Lass doch mich einfach spielen. Ich komm hier gerade in dieser Stadt an. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Lasst mich doch einfach spielen. Wieso wollt ihr mir jetzt einen Guide geben? So schon mehrere haben im Chat so geschrieben, als wäre ich so ein Vollidiot und schreiben hier sowas so, oh mein Gott, er geht in die Mine. Jetzt schon. Was? Jetzt schon in die Mine? Oh mein Gott, ey. Wie so fucking Kinder. Holy shit, ey. Ähm, okay. So, ich darf ja wohl nicht da sein. Ich muss wohl woanders. Weil die Story geht ja woanders. Also gehen wir wohl woanders hin, okay? Ich muss nach Guide spielen. Gehen wir woanders hin, okay. Frage mich, was Sid davon halten würde. Die Bewohner des Schlosses sind vom Djinn in Geister verwandelt worden. Allesamt. Ich hatte Glück und war gerade auf Reisen. Deshalb hat der Fluch mich nicht getroffen. Mit einem Ring aus Mithril könnte man den Djinn bezwingen und den Fluch brechen. Doch die einzigen Leute, die einen schmieden könnten, sind die Bewohner des Dorfes Katsus. Hat dasselbe Schicksal getroffen wie uns. Ach, wüsste ich doch nur einen Rat. Okay. Den Djinn können wir nur mit dem Ring besiegen. Augentropfen, Antidote. Ich kann einfach hier in dem Bett schlafen. Phönixfeder, stark, Bogen, Holzpfeil. Das ist auch weird, dass man hier Pfeile in dem Spiel hat. Ich denke mal, der Pfeil verbraucht sich nicht, aber boostet wahrscheinlich den Damage auch. Also, dass du dann irgendwie später noch mit demselben Bogen aber noch andere Pfeile benutzen kannst, oder? Oder ich kann auch mehr als einen Pfeil schießen, oder, Chad? Ich meine, ich werde wahrscheinlich eh keinen Bogen benutzen. Kommt drauf an. Vielleicht gibt es noch irgendeine coole Jägerklasse. Aber... High Potion? Heiliger... Okay, ja, es gibt auch noch einen heiligen Pfeil direkt. Ein Pfeil, der heilige Kräfte birgt. In der 4 musste man nachkaufen. Echt. Pfeile, die sich verbrauchen? Zombie! Perfekt. Wir können mit Lied da rein. Junge, wie ekelhaft die aussehen. Unten irgendwie so, als würden Gedärme auf dem Boden liegen. So siehst du montags aus, also. Coole Frise. Eine Falle. Eingreif, okay. Da können wir kein Mana benutzen. Äh, kein Mana, kein Vita benutzen. Achso, die hatten rote Fingernägel gehabt. Ah. 40 Damage! Schlechter. Uh, was für unseren Krieger. Für den Rot-Magier? Ein Schwert, das heilige Kräfte birgt. Was soll das denn? Wieso darf der Krieger nicht dieses dumme Schwert benutzen? Nur weil es heilige Kräfte wirkt? Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst. Verfluchst sei dieser Djinn. Ja, Krieger irgendwie nicht smart genug dafür. Bei Krieger würde das nicht 15 Damage machen, so wie es da steht, sondern 2, weil er nicht weiß, wie er diese heilige Macht davon benutzt. Paladin ist heilig. Ja, und wie es aussieht, ist der Rot-Magier auch heilig. Ich bin der König von Sasune. Wie unschwer du zu erkennen bist, bin ich jedoch nur noch ein blasser Teil meiner selbst. Der grässliche Djinn hat alle Bewohner des Schlosses in Geister verwandelt und nur wenn es uns gelingt, ihn abermals zu bannen, kann sein Fluch gebrochen werden. Wo finden wir diesen Djinn? In einer versiegelten Höhle, nördlich dieses Schlosses. Um ihn zu bannen, wird jedoch eine Ring aus Mithril benötigt. Es heißt, Prinzessin Sarah würde einen besitzen. Das tut sie in der Tat. Die Bewohner von Katsus haben ihr vor langer Zeit einen Mithril ring geschenkt. Leider hilft es uns aber herzlich wenig, denn meine Tochter ist spurlos verschwunden. Womöglich hat der Djinn sie gar entführt. Null weh? Ach so, oh weh. Einfach null weh. Ich mag gar nicht dran denken. Einfach null weh. Chat. Trägt der Mönch keine Hose? Hat er nur einen Speedo an? Trägt er einfach nur so einen... Stimmt, der Krieger auch, ne? Der Krieger trägt auch keine Hose. Die haben beide einfach nur so einen Schlimmer. Wir werden in dieser versiegelten Höhle jeden Stein umdrehen. Oh, das würdet ihr tun, werter Krieger? Dann wisset, dass es einen geheimen Gang in der versiegelten Höhle geben soll. Wo genau er liegt, vermag ich nicht zu sagen. Doch angeblich weist ein Skelett den Weg. Ich bitte euch innigst, besiegt den Djinn und befreit mein Volk von seinem Fluch. Ja, so ein bisschen wie... Wie ist der Typ? Ich hab vergessen, wie den irgendwie genannt hat. Im zweiten Teil. Der mit Tieren sprechen konnte und keine richtige, nicht vernünftige Sätze bilden konnte. Der hat im Artwork auch keine Hose an. Red King, genau, Red King. Der hat im Artwork auch gar keine Hose an. Auch nur so einen Slipper. Yo, wer seid ihr denn? Die sehen ja super gefährlich aus. Ich hab nicht gespeichert. Tot, lol. Tot, lol. 7 Damage, lol. Das ist bestimmt so ein 80er Conan der Barbarian-Masche, ja. Nur Ländenschutz und Felsstiefel. Mehr brauchen die Recken nicht, ja. Und ein geölter... Ein geölter Muskel bepackter Oberkörper. In der Höhle? Ich komm da nicht hin. Wir brauchen irgendwie einen Kahn oder so. Werwolf. Wo sind meine Furries? Du weißt schon, dass er automatisch speichert, wenn du jedes neues Feld betrittst. Was meinst du mit jedes neue Feld? Wenn ich in so ein Städter reingehe? Oder in Höhlen reingehe? Wenn es schwarz wird. Jetzt ist der Speichervorgang. Aber nach den Kämpfen nicht, oder? Das sehen wir gleich. Ja, ich frag mal, ob der irgendwas von einem Boot weiß oder so. Worauf wartet ihr noch? Brecht auf. Hoffentlich stößt euch. Okay. Ich brauch heute ein Boot. Das war ein Furry-Roll auf dem Discord. Niemals. Ich mach mal kurz. Irgendjemand muss uns was über ein Boot erklären. Vielleicht der hier. Oder war ich gerade wieder auf Autopilot und hab das mit dem Boot nicht mitbekommen? Okay, wiederholt sich. Ja, ich wollte jetzt als nächstes zum König gehen. Mal gucken, ob der was sagt. Ich muss meinen Channel eigentlich echt mal zu meinem Sohner-Namen ändern, weil ich sonst überall so heiße. Ich habe aber Angst, dass ihr mich nicht mehr erkennt. Ja, das ist schwierig. Ich kann auf jeden Fall verstehen. Deine Angst kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bin der König. Ja, ja. Okay. Fragen wir mal hier rum. Das Gleiche. Hast du das gleiche Problem? Wie heißt deine Sohner? Lurch. Im Westum dieses Schlosses wird das Schwert schlechter aufbewahrt. Eine heilige Klinge, die von Untoten gefürchtet. Oh. Leider kann sie aber nur von Rotmagiern geführt werden. Das wäre sogar wirklich geil, ne? In der versiegelten Höhle wimmelt es von Untoten. Ich frage mich schon lange, ob man ihnen mit dem Zauber wieder wohl Schaden zufügen kann. Ich weiß es. Ich komme hier nirgendwo lang, ne? Ich komme ja nicht durch. Auf die andere Seite. Oh, hier. Secret gefunden. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie muss ich bei einem Teil des Songs, der gerade läuft, an das Löwenzahn-Intro denken. Ich kenne nicht mal das Löwenzahn-Intro. Heiß. Oh, wir haben Magie für Katzendiemen. Oh, hier ist noch einmal. Äh. Falle? Tunfer. Was ist Tunfer? Ah, nochmal nur ein Chakas. Junge, was sind diese Secrets hier gerade? 1.000 Gil. 1.000 Gil. Und hier ist einfach nichts. Secret? Hier muss ich jetzt alle Wände mal anlaufen. Einfach Dark Souls. Ab einem Punkt fängt man an, alle Wände zu schlagen. Aber guck mal, man sieht das hier. Oder vielleicht ist es, weil ich schon mal da war. Da sind so Striche. Es liegen Items auf dem Boden rum? Und die werden mir nicht angezeigt? Ich bin nur noch ein... äh, das kennen wir. Okay, das kennen wir. Okay, das kennen wir. Das kennen wir. Okay, also es sagt mir hier niemand von denen irgendwas über ein Boot. Ich geh noch mal in das andere Dorf. Ich muss einmal mit allen mal quatschen, ne? Am Ausrufezeichen? Also manchmal, wenn ich mal laufe, ploppt dann einfach ein Ausrufezeichen auf, oder wie? Nicht, dass ich irgendwelche geilen Items verpasse. Hier komm ich ja nicht nicht weiter, ne? Vielleicht haben jetzt ein paar Geister hier ähm neue Dialoge. Ne. Also ich denke mal, die drei wahrscheinlich eh nicht, weil das nur Shops sind. Aber hier auch nicht. Potion gefangen? Äh, gefangen einfach. Autsch, 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 Autsch. Krieg ich Damage? Autsch. Ich hab das Kano vorher bekommen? Nee. Schon sagen, ich hab's doch mitbekommen. Nee. 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 Ja, Erdbeben. Nee. Nee, Erdbeben. Blumen. Ja, das Kano liegt einfach gleich Ren auf dem Boden. Vita. Nee. Nee. Okay, Chat, ich hab keine Ahnung. Wo hab ich was übersehen? Wo hab ich was übersehen, Chat? Das Kano liegt aber nicht einfach random auf dem Boden, oder? Ich hab dort ein Haus nicht besucht in Katsus. Hä, ich war doch überall drin. Hä? Ich war doch überall drin. Ich hab mit denen nicht gesprochen. Moment. Ich hab mit denen nicht gesprochen. Mit einem Mitrilring hier aus Katsus könnte man den Gin wieder bannen. Und eben das wollte der verflixte Kerl verhindern, als er unser Dorf verfluchte. Ja, mit den Leuten hab ich nicht gesprochen. Das Erdbeben von neulich hat den Gin geweckt, den man vor langer Zeit in die versiegelte Höhle sperrte. Tag auch. Ich bin Sid aus Kanaan. Ich frag mich wohl, was Sid von der Sache hält, Chat. Und dahin wollte ich eigentlich wieder zurück, aber ein riesiger Felsen blockiert den Weg durch das Nelftal. Also nahm ich mir vor, in der Herberge abzusteigen. Und dann ist das hier passiert. Was meint ihr, Leute? Ich leihe euch mein Luftschiff und ihr holt mich dafür aus diesem Schlamassel raus. Ist das ein Angebot oder was? Ich krieg ein Luftschiff. Im Sand der westlichen Wüste. Ich krieg direkt ein Luftschiff. Ja, ja, ja. Ab geht's. Man kennt's. Luftschiff, die nicht über Steine fliegen können. Oder über Berge. Scheiß Luftschiff. Brauchen die Scheiße nicht. Äh, ich muss wieder Gegner anmachen. Boost. So, die können wir jetzt alle weg nuken mit Weeter. Was kriegt man in FF schneller? Ein vollautomatisches Luftschiff, mit dem man gesamte Welt bereisen kann oder den vierten Protagonisten? Hatten wir die Boote vor dem Luftschiff bekommen? Nee, danach. Wir sind ja mit dem Schiff da hingeflogen. Mit R3 Endcounter ausmachen. Mal schauen. Ja, stimmt. Ich hab's ja bei 1 und 2 auch so gemacht. Ich bin ein Trottel, ne? Ich hab's bei 1 und 2 ja genau so gemacht. Ja, schon. 112 Damage mit Crit, mit den Fäusten. Chat, war eigentlich dann der Boy, der G, äh, Red King aus dem zweiten Teil eigentlich ein Mönch? Hätte er mit Fäusten, wäre er mit Fäusten auch super stark gewesen? Ich mein, theoretisch kannst du ja alle auf Mönch-Level trainieren in Final Fantasy 2. Da hättest du ja theoretisch alle trainieren können. Verfluchte Münze. Eis. Weil das schade ich ja mit einer Axt. Deshalb dachte ich mir, so ein barbarischer Krieger, so ein Berserker. Aber der hat ja auch so eine Schlippe angehabt. Oh ne, Tim, ey. Was soll der Plot-Twist? Äh, keine Ahnung, was du von mir willst? Da ist sie! Ich bin Sarah-Prinzessin von Sassoon. Aurora, was macht ihr hier? Meine Volke helfen, denn nur ich bin dazu noch in der Lage. Mein Mithril-Ring hat mich von dem Fluch des Jins bewahrt. Bis hierhin bin ich gekommen, doch nun versperren mir die Monster den Weg. Dieser Ort ist viel zu gefährlich für euch. Ihr solltet unverzüglich zum Schloss zurückkehren. Nein, ich werde meine Pflicht erfüllen und wenn ich es alleine tun muss... Starke Synchronsprimme. Stimme, danke. Wollt ihr es euch nicht noch einmal überlegen? Mein Entschluss steht fest und ihr tätet gut daran, mich zu begleiten. Ohne meinen Mithril-Ring wärt ihr dem Jinn sowieso nicht gewachsen. Dann bleibt uns wohl keine Wahl. Hey. Sind wir zu fünft? Nein, der Monk ist kein Furry. Bevor ich es vergessen, äh, vergesse, wenn ihr etwas mit mir bereden wollt, drückt einfach L2. Und jetzt lasst uns aufbrechen. Ich bin Sarah und wer bist du? Mein Name ist Habbeldabel. Sehr freut. Okay. Eis gebrochen. Das Eis wurde gebrochen. Podob, der Mönch oder Furry ist abgelehnt. Aber ja, Schuh, sie läuft jetzt hinter mir her, die Begleitung. Antarktis-Wind. Ja, irgendwie spricht Habbeldabel für die Gruppe. Weil er Platz 1 ist oder so. Auch wenn ich hier rumswitche. Oh, das ist der Jinn. Der sieht aus wie Tau-Bei-Bei. Der Revenant einfach. Der Zurückkehrer, Alter. Wie wert, Hau-Bei-Bei. Oh, Gift. Ich habe Poisona dabei. Äh, hier. So, ich denke mal, jetzt kommt ein Bosskampf, ne? Ich meine, wir können theoretisch auch blind von ihr wegmachen. Aber ihr Damage ist eigentlich egal. Sie soll nur heilen. Wir sparen. Wir sparen. Ich hätte spankern sollen. Ich bin dumm. Bleib zurück. Ich werde ihn mit meinem Ring bannen. Der Ring zeigt keine Wirkung. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Dieser Ring kann mir nichts mehr anhaben. Die Dunkelheit ist mein Verbündeter und sie ist stark geworden über die Jahrhunderte. Der Jinn greift an. Oh, shit. Speichern? Scheiße. Junge. Ich möchte in seinen Bauch beißen. Geile Musik. Das ist ein sickes Schwert, Mann. Die Mädchen, jetzt zwei Monks haben. Der wäre jetzt schon tot. Das ist so viel. Das Schwert sieht überhaupt nicht aus wie sein Penis. Gar nicht. So null. Absolut nicht. Es sieht aus wie ein fucking Schwert. Jetzt, Prinzessin Sarah. Solange der Gin geschwächt ist. Prinzessin Sarah hält den Metri-Ring in die Höhe. Kommt da nicht eigentlich eine Lampe rein? Als die Kraft des Rings ihn erfasst, löst sich der Gin in Rauch auf und wird ein weiteres Mal in die Hölle gebannt. Herr, vielen Dank. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft, den Gin ein weiteres Mal zu bannen. Jetzt bleibt mir nur noch ein Ring in der Heiligen Quelle im Schloss der Sunne zu waschen, um auch den Fluch zu brechen. Folgt mir. Die Kraft des Rings wird uns in das Schloss führen. Und jetzt Plot-Twist. Jetzt der Plot-Twist-Chat. Der Gin war eigentlich Sarah. Und Sarah ist eigentlich Gin. Und wir haben gerade den Gin getötet. Äh, Sarah gerade getötet. Und wenn man den Ring in dieses Wasser hier wirft, dann geht der Ring kaputt. Und wir können den Gin nicht mehr besiegen. Und der Gin erpuppt sich als der Endboss. Prinzessin Sarah wirft ihren Metri-Ring in die Quelle. Plot-Twist. Ja, jetzt kommt der Plot-Twist, den du wolltest. Damit sollte der Fluch des Gins gebrochen sein. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Vielen Dank. Dann heißt es jetzt wohl Abschied nehmen. Denn ich werde den Platz an meines Vaters Seite wieder einnehmen müssen. Liebend gern würde ich noch weiter mit euch auf Reisen gehen. Aber sicher würde ich euch nur aufhalten. Oh, eure Hoheit. Bitte versprecht, dass ihr mich wieder besuchen kommt. Wenn euer Ziel erreicht ist. Ich werde hier auf euch warten, wie lange es auch dauern möge. Wir kommen ganz bestimmt wieder. Sarah hat die Gruppe verlassen. Kommt auch FF14? Weiß ich noch nicht. Wir sind noch sehr weit weg von FF14. Mal schauen, wie ich das löse mit FF14. Weil das ist, FF14 und 11 ist ein bisschen ein Problemkind. Oha, das ist der FF-Teil, den ich abgebrochen habe. Stark, Saddy. Wie stehst du zu Tauwel bei dem Bruder des Meisters der Kranichschule? Ähm, ich mag sein Fortbewegungsmittel. Bin Fan. Ihr habt den Djinn gebannt und meine Tochter unversehrt zurückgebracht. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen, tapfere Krieger. Lasst mich euch mit diesem Geschenk entlohnen. Vielleicht ist es euch auf Reisen nützlich. Äh, TNT. Damit wir den Stein sprengen können, oder? Hat der König eine Clownsnase und pinke Haare, Chad? Ah, nee, das ist ein pinker Bart. Er hat pinke Haare und einen pinken Bart. Der König vermacht der Gruppe ein faltbares Kanu. Oh. Da war ziemlich fancy drauf. Warte, was sagt er noch? Wir stehen zu tiefst in eurer Schuld, Krieger des Lichts. Verweilt bei uns, solange ihr möchtet. Sarah würde sich sicher freuen, euch zu sehen. Okay, wir können, denke ich mal, jetzt nochmal in die andere Stadt gehen. Das sind jetzt überall jetzt Händler. Und können dort vielleicht jetzt shoppen. Und irgendwas Nices kaufen. Die Prinzessin vermisst euch sehr. Findet sie in ihrem Gemächern, ganz oben im Ostturm. Okay. Besuchen wir sie nochmal. Mal gucken, was sie so sagt. Ich habe hier im Bett geschlafen vorhin, Chad. Als sie gar nicht da war. Hier habe ich geschlafen. Wie gern würde ich noch etwas mit euch reisen. Doch mein Platz ist hier meines Vaters Seite. Ich würde euch sicher nur zur Last fallen. Okay. Das wiederholt sich nur. Prinzessin Sarah redet jeden Tag von euch. Sie muss euch wirklich sehr vermissen. Erstmal in ihrem Bett schlafen, Alter. Endlich mal wie eine Prinzessin ruhen. Yo, die gehen alle zu viert in ein Bett, wirklich. Die Gruppe ist ausgeruht, okay. Boah. Geschlafen wie eine Prinzessin. Kuschelig. Da ist Sid. Gute Arbeit. Ich habe immer an euch geglaubt. Und dass mein Luftschiff euch eine Hilfe sein konnte, stimmt mich umso glücklicher. Wäre toll, wenn ihr euch dafür sorgen könntet, dass ich zu meiner Frau nach Kadern zurückkehren kann. Ich zähle auf euch. Sid hat sich der Gruppe angeschlossen. Ui. Der kommt ja auch mit. Dank euch bin ich wieder ganz der Alte. Und das mit dem doppelten Sinne. Ich verstehe, weil du alt bist. Feuer kaufen wir. Schlaf kaufen wir. Let's go. Mithril-Messer, Mithril-Rute. Intelligenz plus eins. Ui. Komm, mit zwei Stück davon. Und Mithril-Schwert. Mithril-Mathril-Mathril-Mathril-Mathril-Rüstung. Zwei Armschütze. Und Handschuhe. Der Monk kriegt gar nichts. Alle kriegen jetzt ein Upgrade, nur der Monk nicht. Aber der Monk ist auch so stark, der braucht gar nichts. Der ist schon OP. Die anderen müssen ihn aufholen. So. Jhin ist schon besiegt, ja. Das Dorf Katsus ist gerettet. Ja, ich meine, wir können probieren ohne Schild. Aber Schild ist eigentlich immer ganz geil, Alter. Ist eigentlich immer ganz geil. Wir können probieren. Doppelschwert. Warte, ich hole noch ein Mithril-Schwert. Vielleicht macht er damit guten Schaden. Katsus hat es dank seiner Mithril-Mine zu beachtlichem Wohlstand gebracht. Die Waffen und Rüstungen aus Mithril, die Händler überall Pfeil bieten, werden allesamt hier gefertigt. Der einzige Weg durch das Parmesin-Gebirge ist das Nelftal. Seit dem Erdbeben wird es aber leider von einem riesigen Felsbrocken blockiert. Wer ist denn der? Der sieht besonders aus. Spot the protagonist. Das ist er. In den Minen von Katsus gibt es einen Geheimgang, der noch weiter ins Innere führt. Geht so weit hinein, wie der Weg euch führt. Lauft von der linken Seite drei Schritte an der Wand hoch und sucht sie dann ab. Okay. Ich klicke einfach alle Wände an. Vielen Dank, ich habe ja normalerweise nichts gegen Transparenz, aber im Fall meines Körpers sah das schon etwas anders aus. Das kann ich für euch tun. Der Komiker einfach. Endlich habe ich meinen gesunden Term wieder zurück und das alles nur dank euch. Ohohohohoho. Links von den Shops ist ein geheimer Gang. Ja, okay. Stab gefunden. Mitrilhelden. Zeus Zorn. Was geht denn jetzt ab? Ah, es ist ein Blitzraum. Ja. Brauche ich alles nicht. Also klar, Zeus Zorn ist ganz nett, aber der Rest, den habe ich ja schon. Äh, kurz Magie noch lernen. Endgame-Items einfach gefunden. Der alte Tacker ist der beste Schmied im ganzen Dorf. Er lebt alleine hier in diesem Haus. Tacker also. Hallo, guter Mann. Ich würde gerne nach Kanahan zurückkehren, aber wie du ja vielleicht weißt, versperrt seid im Erdbeben als Felsen als Neldfall. Mit einem Luftschiff könnte ich den sicher zerbröseln, allerdings müsste ich dazu erstmal den Bug mit Mitril verstärken. Er will mit seinem Luftschiff in den Stein reinrasen, damit er kaputt geht? Ich soll euch was vor den Bug knallen? Aber sicher doch, kein Problem. Es reicht, wenn es um Mitril geht. Also gut, dann wartet mal kurz. Ich dachte, er will jetzt irgendwie, dass er ihm eine Kanone baut oder so. So, der Bug eures Hilfes wäre verstärkt. Aber nicht doch, nicht doch. Ihr braucht mir wirklich nicht zu danken. Ihr habt schließlich unser Dorf gerettet. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Bestens. Dann rahmen wir den ollen Felsen im Nelftal jetzt mal weg. Das ist der Eingang zu den Mitril-Minen. Chat, habe ich eure Erlaubnis, jetzt in die Mine zu gehen? Oder ist es immer noch zu früh? Ist es immer noch zu früh? Nur mit Mutti-Zettel? Auf keinen Fall. Okay. Jetzt hat der Junge es ja erlaubt. Ja, aber ich war ja auch schon... Bisschen Grind immer. Ja, Grind brauche ich gerade, glaube ich, nicht. Warte, ich will mal noch kurz gucken. Es gibt hier diesen Geheimgang. Ach, hier. Ja, doch, es ist was Größeres. Obwohl, nee, das sind nur Items. Okay. Wie er schon einfach in der Mine ist! Mitrilschwert? Mitrilschwert. Wow. Ich habe jetzt vier Mitrilschwerter. Ja, tut mir leid, Chat. Vielleicht war ich ein bisschen zu gemein. I don't know. Es tut mir leid. Es war an sich nicht so schlimm, das Gespoilere. Oder das Backseat-Game. Ich habe vielleicht ein bisschen überreagiert. Hey, Sora. Ich hätte auch ruhiger darauf reagieren können. I know. Es tut mir leid. Ähm, Mainer! Feuer ist doch eigentlich auch ganz gut gegen die, ne? Ich weiß nicht, wieso ich die ganze Zeit Vitamana nenne. Ja, ich hätte es vielleicht netter formulieren können. Und nicht so negativ. Ich hätte auch einfach sagen können, äh, Entschuldigung. Kannst du deine Schnauze halten? Ähm. So. Äh, das Zwerg ist es, dem das Luftschiff gehört. Wir rammen jetzt mit dem Schiff gegen den Stein. ach unser schiff ist immer noch drüben oder was wie sind sie mit sarah mit sarah von der höhle in die festung gegangen ich dachte sie mit dem luftschiff dahin geflogen die sarah ach mit dem ring teleportiert ich war wohl im autopilot es sieht in jedem teil anders aus der sei auch im zweiten schon anders aus ich glaube aber auch erst nur im dritten einen zwerg oder wobei im vierten ist er glaube ich auch ins werk oder im vierten war da glaube ich auch ins werk oder im fünften war das ne ich glaube das war im vierten war doch in irgend so einem oder verwechsel ich das gerade es gab doch irgendwie so eine laber höhle mit zwergen und da war doch auch ins hit oder nicht in vier ist einfach nur ein kleiner dicker mann okay ich erinnere mich irgendwie an so eine höhle mit zwergen und muss irgendwie daran denken dass das hit war gut dann wird verwechsel ich das wahrscheinlich und ich habe das schiff nicht mitgenommen ich bin so dumm und es gab wirklich nur in teil 3 ins werk die rahmen wirklich einfach rein moment das schiff ist kaputt das schiff ist weg chat aber jetzt einfach das schiff zerstört wieso ist evo boy tot weil es ist ja gestorben habe ich was übersehen also ja natürlich habe ich was übersehen aber wann die evo boy war auf dem schiff ist dort gestorben er muss dann wahrscheinlich wohl gegen die sache ging gestorben seit ich habe ja nur einen kampf gehabt das ist mir gar nicht aufgefallen okay die welt steht uns offen naja ich meine natürlich er hat wahrscheinlich hätte er vielleicht über den stein drüber fliegen können ja aber er hat das vielleicht für das gemeinwohl von sasune gemacht dass die leute von katsu sasune auch weiter reisen können und hat das für die gemacht sein schiff geopfert damit die leute wieder normal reisen können ich bin da kein tutorial werden ja wir sind raus gerade aus dem tutorial gebiet jetzt fängt das spiel an wir sind jetzt in der open world angekommen vielen dank für alles was ihr getan habt wenn ich mich irgendwie erkenntlich zeigen kann dann lasst es mich einfach wissen ich hab ich hab's ich werde euch einfach ein neues luftschiff bauen oh das könnt ihr doch sicher gebrauchen oder aber wir sollten es etwas optimieren am besten sucht ihr mal könig argus auf dem keiner weiß mehr über luftschiffe als er lasst euch jederzeit gerne wieder hier blicken ihr werdet mir immer willkommen sein sitte die gruppe verlassen moment er will mir damit sagen in diesem spiel gibt es jemanden der mehr ahnung von luftschiffen hat als sit das ist doch ein fake sit oder das ist bestimmt der djinn chat das ist der djinn man erzählt sich dass ein reisender zauberer hier vor langer zeit seine heilkräuter versteckt hat aber niemand weiß wie und wo hier in den blumen wo sind die kräuter ich finde sie hier in den blumen hinterm haus wo sind sie ich finde sie ich finde die kräuter hier sind sie versteckt ok die wo sind oben auf dem berg hier hier sind sie hier ok im wasser sind die wahrscheinlich das sind wasser kräuter ich habe damage bekommen weil ich durch den wasserfall gesprungen bin hier sind sie elixier gefunden oha wieso kriegt man damage im wasserfall wer ist der obdachlose da naja sit ist der obdachlose der weiß magier zauber aero oh es gibt aero er ist daher besonders effektiv gegen fliegende feinde wow es ist sogar eine weiß magie chat unsere weiß magierin im spiel kann jetzt richtig damage machen bevor wir irgendwie so super starke holy zauber bekommen wie wie sanctus oder oder holy oder ultima ultima ist nicht weiß magie ok wir müssen hier bezahlen schon mittlerweile goldnadeln ganz wichtig bevor wieder irgendwie ein gegner kommt und stein spammt ja wie es aussieht in dem teil ist aero weiß magie ich hätte jetzt auch gedacht aero ist eigentlich schwarz magie aber dieser vermaledeite rumtreiber meinte er müsste unbedingt etwas suchen gehen aber vorher hat er meine tochter salina noch schnell das herz gestohlen oh lol salina als ob den namen irgendwo existiert meine cousine heißt salina ich habe noch nie den namen also wahrscheinlich habe ich schon mal den namen hier in diesem spiel gelesen aber es vergessen aber ich dachte es gibt niemanden auf dieser welt der auch salina heißt wie meine cousine das ergebnis tränen den ganzen tag nichts als tränen das gehst in dem spielchen playboy ouch oh dash wie sehr ich dich vermisse schnüff warum musstest du nur zum drachenberg ziehen stein und steinerer steinker ist auch white mage ja wegen final fantasy 14 aber eigentlich ist stein magie und so eher geomancer es gibt ich weiß nicht ob es in dem teil schon einen geomancer gibt aber so 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 erd magie stein magie natur magie ist ja eigentlich immer so geomancer oder ob der erst im fünften teil kommt aber es gab auf jeden fall einen geomancer und der konnte so erdbeben shit machen und stein shit machen ein reisender namens deschke kam neulich durch unsere stadt aber er ist bald wieder weitergezogen mit dem zauber wicht kann man sich nach belieben schrumpfen und wieder zurück verwandeln leider habe ich mein letztes exemplar aber einem jungen vaganten namens deschke verkauft aha wir müssen ihn finden für den wicht zauber wahrscheinlich weil wir irgendwo durch einen spalt gehen müssen wir sind zu groß dafür oder so ja das haben wir schon alles in fünf gibt es den auf jeden fall ja ja in final fantasy 14 mussten sie den white mage irgendetwas geben damit er halt auch damage macht aber wie in final fantasy 14 hat doch auch white mage ja auch windzauber ne also haben sie wahrscheinlich dass sich hier schon inspirieren lassen hiervon und haben ihnen dort das gegeben das heißt vielleicht gibt es im laufe von den alten final fantasy spielen auch white mage die steine machen können stein magie machen können oh jemini in meiner abwesenheit ist meine frau schwer erkrankt wenn ich doch nur ein elixier hätte um ihr zu helfen halt durch meine liebe halt durch ich habe einen ich habe doch einen hust hust ich habe einen gerade gefunden wir heilen seine omi den göttern sei dank ich bin geheilt ich bin geheilt mein mann und ich haben euch sehr viel zu verdanken möge euch auf euren wegen immer glückbescheiden sein jetzt stehe ich schon ein zweites mal in eurer schuld wie kann ich euch das nur wieder gut machen ah richtig zieht mal an der kerze links vom bett die öffnet nämlich die tür zu meinem hangar vielleicht findet ihr dort etwas was ihr gebrauchen könnt ja siehst du eine omi sie sieht alt aus goldnadel phönixfeder blind eisenpfeil großbogen potion wichtelbrot wahrscheinlich um wicht zu heilen oder er ruft eine detaillierte karte auf was ne doch was anderes dich hast du ein wichtelbrot hier ist gar nichts ah hier secret potion goldnadel phönixfeder high potion Junge wie viele secrets es hier gibt was passiert wäre wenn du das elixier vorher getrunken hättest ja da hätte ich halt diesen gang hier nicht gefunden hätte ich ja diesen bonus gut nicht bekommen i guess ansonsten nichts ja ich denke das wichtelbrot ist in dem teil eher nutzlos weil im pixel remaster hat man immer eine karte dabei ähm mit der tänzerin hab ich noch nicht gesprochen ich bin eine tänzerin seht mir ruhig zu oh blitz jetzt haben wir auch blitz gefunden blind gift ich habe schon blind ich bin dumm blitz ist schon stufe zwei okay ja gut glaube ich war auch in ff1 auch so ne das blitz irgendwie stärker ist als die anderen zwei elemente wer benutzt eigentlich den den großen den bogen benutzt nur der krieger äh so hier war ich noch nicht drin ah doch mhm 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 wir haben ja im Kopf was ist der kannst du tanzen tut ist der kasche hier hier ja wasre ist das denn die die mit dem die vielleicht ist, glaube ich, nicht Deschke. Ruk! Ah! Er hat irgendwas von Aero gesagt vorhin, ne? Aber ich habe hier kein Aero in der Stadt bekommen, leider, ne? Und jetzt kommen hier fliegende Gegner. Yo, Damage! Ja, er macht mit zwei Schwertern jetzt auch nicht so viel Damage. Zwei Mönche werden halt immer noch geil. Wir sind mega am Gewinn. Wir sind nur am Gewinn. Wir tragen die Siegerfahne. Goldnadel. Oh, shit. Hier wird man versteinert. Feuerrochen. Aha. Die Mönche bestimmen kein Eis. Oha! Er hat Damage gemacht. Wieso schauen die Sassi aus? Das ist ja so. Oh, sie... Dage, du meinst deren Side-Eye. Ich dachte, du siehst da irgendwas Perverses drin. Wo war nochmal der Djinn? Wahrscheinlich ist der Djinn weiter unten. Ist ja ein Boss, ne? Nee, das sieht überhaupt nicht aus wie ein Penis. Nee. Man hätte bei ihm einen Bombenarm klauen können. So, ob ich das bis eben verfolgt habe. Als ich gerade in der Fibel war, dachte ich mir, gucke ich mir den mal auch kurz an. Nochmal. Ich glaube, wir werden bis zum Ende des... Oh, da ist Aero! Wir werden bis zum Ende des Spiels den Mönch benutzen. Die anderen werden die ganze Zeit Klassen wechseln. Nur der Evo-Boy, der bleibt für mein Mönch. Viel zu stark. Okay, jetzt ist auch der stark, aber der hat gerade gekrittet. Das ist was anderes, okay. Du, 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 du. Mönch ist auch Banger. Du bist Banger! So. Ich heile mal durch. Ich sollte... Hier ist gar nicht mehr so notwendig, mit der Magie zu heilen, weil ich level die Magie ja gar nicht mehr. So wie in Feindfenster 2. Ich kann theoretisch jetzt auch Items... Oh, was? Babydrachen, alle töten. Crack! 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 Ich glaube, die sollten mich jetzt essen, oder? Da. Ich glaube, hier ist Dashke drin. Was ist das? Raschel? Na, sieh mal leider an. Selbst an den entlegensten Orten ist einem die wohlverdiente Ruhe wohl nicht vergönnt, was? Ich bin ein Fan von Nickelback und liebe Elden Ring. Und dann wird man auch noch von Idioten gestört, die so ungeschickt sind, sich von einem Drachen fangen zu lassen. Ich hasse, by the way, nie Automata. Da sind wir hier wohl in bester Gesellschaft, oder? Kein Kommentar. Mein Name ist übrigens Dashke. Ich bin Habeldabel. Leider ist das alles, an was ich mich erinnern kann. Irgendwas Dringendes hatte ich vor. Aber es will mir einfach nicht einfallen. Mein Gedächtnis ist wie ausgelöscht. Oh, und das sind wir eventuell gleich auch. Der Drache kommt nämlich zurück. Alle meine Entdeckung! Ein Drache greift uns aus der Luft an. Gegen den haben wir nicht den Hauch einer Chance. Das hilft nur eins. Rennt, rennt um euer Leben. Das ist ja wirklich Bahamut! Das ist ja wirklich gut. Das war knapp. Wir sollten uns aus dem Staub machen, solange wir können. Guter Plan. Hier, das überlasse ich euch. Ein Wichtzauber. Ich komme damit irgendwie nicht klar. Ihr könnt mich ja zum Dank ein wenig mit euch reisen lassen. Gern. Wenn es das ist, was du willst. Schön, dann sind wir von jetzt an Partner. Auf gute Zusammenarbeit. Dashke hat der Gruppe seinen Wichtzauber überlassen. Ja, Chat, so haben Dashke und ich uns by the way kennengelernt. So habe ich mich mit... So, das war unser erster Kontakt damals. So haben wir uns kennengelernt. Dashke hat sich der Gruppe angeschlossen. Seitdem ist der Mord. Also dann, worauf warten wir? Runter geht's, im freien Fall. Die springen einfach den ganzen Berg runter. Ist er wirklich den ganzen Berg runtergejumpt? Achso, der hat sie woanders hingebracht. Die waren wo ganz anders. Die waren gar nicht mehr auf dem Berg. Der Drache war nur auf dem Berg, um nach Futter zu suchen. Und hat dann die hier gefunden. Wir wurden alle vollgeheilt wieder. So, wir haben jetzt Magie. Ähm, Wicht. Und ich kann Wicht nicht wirken, weil... Ja, doch, kann ich. Mana wurde auch geheilt. Heilwäldchen. Tag auch. Ich komme aus dem Wichtelndorf im Süden, um das wundersame Wasser hier zu schöpfen. Ihr könnt uns gerne mal besuchen. Schrumpft euch aber vorher mit dem Zauberwicht. Sonst müsst ihr uns später aus den Ritzen eurer Schuhsohlen kratzen. Okay. Dark. Du wolltest noch was mit ihm zu tun haben, nachdem er meinte, dass er Nickelback mag und mir hasst. Ja, ich bin halt... Ich bin halt ein offener Mensch, so ne? Ich denke mir, eine Person hat ein bisschen mehr Charakter als nur Nier und Nickelback. Ich bin... Ja, ich bin einfach tolerant. So, wo ist denn die Höhle? Der Basilisk, der kann Stein machen, ne? Der kann mich versteinen. Die Sau. Gerade direkt Crystal Exarch-Vibes bekommen bei dem Song. Graha Best Boy. Bist ein Fan von Grahatia? Ich mochte ihn nach Shadowbringers nicht mehr. Während Shadowbringers mochte ich ihn. Danach nicht mehr. Danach war er nicht mehr Best Boy. Insane schlechter Take, nee. Ich mag nicht, welche Rolle er eingenommen hat in der Gruppe. Ich finde, ich hätte es cooler gefunden, wenn Shadowbringers so geendet wäre, dass er dort bleibt, wo er ist. Also jetzt ohne zu spoilern. Ich habe es gespoilert, ne? Aber ja. Ich mag seine Rolle in der Gruppe überhaupt absolut nicht. Muss ich hier auf diesem kleinen Feld als Wicht drauf treten? Oder auf den kleinen Baum hier? Wahrscheinlich bei dem kleinen Feld hier als Wicht. Ja, in Shadowbringers mochte ich ihn auch. Aber danach, danach war er ja irgendwie echt, echt useless. Magie? Kann ich auf die ganze Gruppe direkt machen? Ja, ne? Ja, wir sind alle klein. Totsus! Junge. Minish Cap, Leute. Voll cute, Mann. Ich brauche eine Antidote. Hossa, das hat gut getan. Hat er mir wohl mit irgendwas den Magen verdorben? Keine Ahnung, ob ich es euch überlebt hätte. Zum Dank will ich euch einen geheimen Weg zum Ralka-Becken verraten. Geht einfach diese Treppe hinunter. Schelko offenbart der Gruppe seinen geheimen Weg. Schelko? Mithril-Armschutz? Mithril-Rute? Gegner? Ich bin tot. Die Musik-Chat. Weil wir Wichte sind. Die fucking Leprechauns. Die sind da... Die kommen aus Irland, ne? Tot. Ja, wir gehen hier später rein. Ich schaue mich nochmal kurz in der Stadt um. Es gibt einen Tunnel, der durch das Miranus-Gebirge führt. Folgt man ihm, gelangt man zum Miralka-Becken, wo die Wikinger leben. Wikinger! Wir kennen uns nicht. Oder seid ihr Reisende? Dr. Schelko kennt eine geheime Passage zum Miralka-Becken. Oh, ich bin sogar direkt richtig gelaufen. Netter Kerl aus. Sonst Wichteln gibt es auf der ganzen Welt nicht. Das könnt ihr mir glauben. Ich bin direkt richtig gelaufen. Hier können wir übernachten. Können wir ein bisschen Items kaufen. Wichtelbrot. Brauchen wir nicht. Und sonst gibt es hier nichts zum Shoppen, ne? Die Musik ist super, Mann. Der kam nicht her, ne? Okay, dann let's go. Magieladen? Ich war doch überall. Also die einzigen zwei Läden, wo ich rein kann, ist der hier. Und hier ist nur Schlafen und Items. Und hier kann ich rein. Und hier sind nur Wichtelbrote. Da ist noch einer? Oh, da rechts. Ich bin dumm. Aero, Feuer, Heiß. Schlaf, Blitz, Gift, Blind. Haben wir schon alles. Nein. Aero, frech, teuer. Ja, wir haben es ja schon gefunden umsonst. Hab Wicht erwartet. Ja, wir haben ja schon Wicht. Und die brauchen den Wichtzauber nicht, weil die sind ja schon alle Wichter. Habe ich Gegner aus? Ne. Jetzt kommen einfach keine Gegner mehr. Jo, wer ist denn der da hinten? Die Dunkelfratze. Das ist einfach so ein abgeschnittener Drachenkopf oder so. Machen die Melee-mäßig überhaupt Damage? Ich glaube, wenn du klein bist, machst du viel weniger Melee-Damage. Aber Zauber macht immer noch gut, ne? Ja. Ich muss mit Zauber kämpfen. Chillung bitte einleiten. Das wäre sehr cool. Wenn richtiger Wicht den Wichtzauber auf sich zaubert, wird er dann noch kleiner oder noch größer? Das ist eine sehr gute Frage. Weil die sind ja von Natur aus Wichter. Die haben ja gar keine große Form. Vielleicht werden sie dann einfach Riesen. Sie explodieren einfach. Die explodieren einfach. So, jetzt kann ich wieder Wicht wegmachen. Sie werden Konfetti. Konfetti also. So, okay. Wir haben hier eine Höhle und sonst nichts, ne? Also der Teil ist bisher auf jeden Fall sehr... von den Möglichkeiten, wo du hingehen kannst und so. Bist du bisher sehr linear, ne? Also du hast nie... Bist nie irgendwie... Hast nie irgendwie so viele Möglichkeiten irgendwie, dass du dich verlaufen könntest oder so. Ist eigentlich recht straight forward. Jetzt sind wieder Piraten-Jet. Hush, 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 is ein Porngain. 18 plus Tinder-C. Ja, wie ich schon auf Discord geschrieben habe, also wenn da irgendwas kommt, was ich nicht streamen kann, werde ich es eh aussortieren, also ja. Ihr könnt gerne auch Porngames euch wünschen, ich werde es aber nicht reinpacken. Wir sind Wikinger, die Herrscher der Meere, aber im Moment beherrschen wir nicht mal uns selbst. Seitdem Erdbeben macht nämlich eine Seeschlange die Gewässer unsicher und hat unsere Flotte merklich dezimiert. Nur die Enterprise ist uns noch geblieben, aber uns fehlt leider der Mut, mit ihr in See zu stechen. Die Enterprise, die wollen wir haben. Ein Wikinger auf dem Trockenen, das geht ja mal, ach, das sind Wikinger, keine Piraten. Da will man wenigstens die Brandung in der Kehle spüren. Okay, gut, Wikinger waren ja Piraten. Das Gebäude auf dem Kap ist der Nepto-Tempel, fragt Opa, der kennt sich da besser mit aus. Wir wissen nicht, wie wir diesem Seedrachen Herr werden sollen. Selbst unser Häuptling ist ratlos. Würdest du ganz zufällig Nekopara rausfiltern oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, fucking Visual Novel hier im Stream spielen. Das wird arschlangweilig. Ich weiß nicht, wieso ihr ein fucking Visual Novel Game im Stream sehen wollt. Ich werde eh nur zwei Stunden das Spiel höchstens spielen. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr es euch so interessant vorstellt, dass wir jetzt einfach hier zwei Stunden sitzen und irgendwelche Anime-Mädchen beim Reden zuhören. Lesen. Ja, wenn es überhaupt ausgelost wird, ja. Aber ja, ich meine, wenn ihr es unbedingt wollt. Was kann ich für euch tun? Ich meine, ich kenne die Spiele nicht. Vielleicht sind die auch, ich meine, wir hatten ja sowas gehabt, auch schon mal in der KSRW, wie, wie heißt diese Bar nochmal? Haschas ist nice, trust me. Also, wenn es einen DLC hat, wo das Game zu Porn wird, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es absolut nicht mein Geschmack ist. Dann weiß ich, dass es nicht nice sein wird. Aber hey, Geschmäcker sind unterschiedlich. Eine Bar, ja, wie hieß das nochmal? Das war so, alles so, Valhalla, genau, Valhalla. Das war so eine, das war ja auch Visual Novel, wo du so Getränke mixen musstest. Das war ganz cool. Das war eigentlich ganz cool, ne? Aber das hat ja auch, das war ja nicht einfach nur irgendwelche Anime-Girls mit riesigen Boobs machen Sex-Jokes, sondern das hat ja wirklich Story gehabt. Und das war auch in diesem Zwei-Stunden-Rahmen ganz nett, weil du ja dort, du arbeitest ja einfach in einer Bar und es kommen ja Leute, die einfach ihre Geschichten erzählen oder so. Und das hat dann eigentlich auch ganz gut reingepasst in die zwei Stunden. Das ist einfach ein Pink-Magier. Nicht Rot-Magier, sondern ein Pink-Magier einfach. Jungfernkuss. Kuriert Frosch. Wir nehmen direkt ein paar mit. Gehen wir nochmal schlafen. Ich verstehe das misstrauenvoll. Okay. Ist das sowas wie Doki Doki Litcher Club, was aussieht wie so ein langweiliges Visual Novel und dann geht's voll ab? Ich hab keine Ahnung von Doki Litcher Club. Ich hab's nur vom Sagen hören mitbekommen. Ich hab keine Sekunde dieses Spiel gespielt. Auch wenn das vielleicht so aussieht, ich verstecke mich hier nicht. Ich warte lediglich darauf, dass Opa sich endlich die Treppen rauf bequemt. 300G. 300G. Ich hab keine Ahnung, wie lange es braucht, bis es losgeht oder interessant wird, aber so ich das mitbekommen habe, ist das halt im Deckmantel eines irgendwie so Slice-Life-School-Anime-Ding versteckt und dann ist das ja was ganz Darkes. Ich bin der älteste Wikinger, den ihr hier finden werdet und ich weiß eine ganze Menge. Zum Beispiel, dass der Neptodrache eigentlich friedlich in dem Tempel schlummern sollte, den man zu seinen Ehren errichtet hat. Doch das große Erdbeben muss ihn verärgert haben. Denn neuerdings versucht er ständig, uns den Hintern zu versohlen. Alter, hot. Hey, Keterschmähler. Doki Doki hat mein Leben zerstört in der Oberstufe. Stark. Also sagst du, war genau dein Game? Also hier sieht man die Secrets ganz gut. Eisra, Blitzra, Feura. Ich bin am Anfang des Games. Ok, ich kann einen davon einmal benutzen. Und das war's dann. Tanze mich! Steigt bloß auf kein Schiff, wenn euch an eurem Leben liegt. Sobald man das Cup erreicht, wird man von einem Drachen angegriffen. falls ihr unseren Häuptling sucht, der ist da vorne. Krümmt kein Enterhaken mehr. Er ist wirklich zum Heulen. Es ist weglos. Wir sind diesem Seedracher nicht gewachsen. Wenn ihr das Monstrum für uns aus der Welt schafft, soll die Enterprise euch gehören. Was meint ihr? Wir kriegen schon das zweite Schiff gleich geschenkt, Leute. Wie die Leute hier in dieser Welt mit ihren Schiffen umgehen, Alter. Die Enterprise ist noch seetüchtig, aber keiner traut sich mehr raus. Ist auch besser so. Man würde eh nur als Fischfutter enden. Okay, da steht es schon. Das heißt, wir steigen jetzt ein und dann kommt direkt der Drache. Ja, da ist er. Guck mal, wie er grinst, Junge. Wie er sich freut. Was geht ab, Leute? Scheiß Freak. Probieren wir mal Windschaden und dann ballern wir mal Dick-Eis-Blitzerer rein. Ja, was? Der 921 Damage. Okay, Drachen sind in dem Spiel echt stark, Chad. Also, der Barmuth vorher hat sehr viel Damage gemacht, jetzt kommt die nächste Drache, der macht auch super viel Damage. Ich glaube, ich bin Game Over. vielleicht hat er nur sehr wenig Leben. Tod. Gewonnen. Ja, ich glaube, ich sollte mich auch nicht raus. Ich meine, ich habe super viele Warnungen bekommen, dass ich nicht rausgehen soll. Ich habe die Warnungen nicht ernst genommen. Aber ja, erstes Game Over. Gut, dann checken wir mal ab, was hier so abgeht. Mandragore. 60k Leben hat er. Was? Angenehm. Ja, oder wir laufen zum Tempel, ne? Höllenbär. Der sieht aus, als wäre so aus Magma. Todesbiene. Shiny Bebor. Und Hurricane Fetty, Dankeschön für 30 Monate. Hi. Oh nein, Gamer. Ich dachte, du sagst kurz Mandragi. Wieso sollte ich Mandragi sein? Ach so, wegen Mandroga. Mandragoa. Guck mal, diese Insel sieht sogar aus wie so eine Schlange, wie so ein Drachen. So dieser, dieser, dieser Neptodrache, oder? Dann hat dieser Horn auf den Kopf. Und das ist dein Auge. Neptodempel. Eine Statue des Neptodrachen, der jedoch ein Auge fehlt. In der leeren Augenhöhle scheint es einen winzig kleinen Durchgang zu geben. Junge, das ist ja ein Wichtdungeon. Die Gruppe klettert in die leere Augenhöhle der Drachenstatue. So, die Sache ist, die kann ich mich jetzt wieder groß machen, theoretisch? Und wieder normal kämpfen? Nee. 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 Das ist mein Lieblingsdungeon. Boss in FF. Okay. Streifenhörnchen. Junge, sehen die fies aus. Eins. Wie viel macht Eis? Oh, Eis not bad. Eis könnte vielleicht deren Schwäche sein. Ich meine, wir können ja aktiv mit Dingens spielen, Leute. Was ich bisher noch gar nicht so gemacht habe. Aktiv mal mit der Monsterfibel spielen. Immer so mal reinschauen, was deren Schwächen sind. Das dauert immer super ewig, die mal rauszusuchen. Digga, wo ist er? Das dauert ja zu ewig. Da ist Streifenhörnchen. Ähm. Da steht gar keine Schwäche. Er hat gar keine Schwäche. Schwächen, ja. Gut, die Monsterfibel benutzt, oder? Hab hier damals zu viermal Red Mage gewechselt. Schwach. Blutwurm. Aber wieso nicht, äh, wieso nicht viermal Black Mage? Macht er theoretisch nicht mehr Damage? Ja, das Ding ist, ähm, Panzerrüstung, dass ich, Panzerhelm, dass ich vielleicht nicht unbedingt ähm, hier weit komme, weil, äh, weil, oh, Blitzklinge. Vielleicht macht er damit Damage. Weil, wenn ich beim Boss angekommen bin, hab ich gar keinen Mana mehr, um den Bosskämpf zu bekämpfen. Wer rate? So, mal gucken, ob er jetzt damit mehr Damage macht, weil jetzt ist ja Blitz drauf. Vielleicht, äh, ich kann auch gar keine Ether kaufen. Trotzdem ein Damage. Ähm, vielleicht hat der Boss nicht so viel Leben und dann kann ich ihn one-hitten. Mit meiner Blitzerer oder so. Ähm. Ach, da ist schon der Boss. Lol. Okay, gut. Eine riesige Ratte. Okay. Pass auf, Chat. Fivehead. Ah, ich wollte Wicht auf ihn machen. So, was glaubt ihr hat eine Ratte für eine Schwäche? Bestimmt hat die Angst vor Eis. Ja, für die ist das ja eigentlich eine Riesenratte, aber eigentlich ist das wahrscheinlich im Endeffekt einfach eine ganz normale Ratte. 63. 63. Das war's. Game over. Der fucking Blitzelement. Ja, dann... Wie wär's mit Gift? Das ist gar kein Statuseffekt. Das macht einfach nur Instant. Und Damage? Stimmt, du hast recht, Fiedl. Wir haben noch ein paar Dinge. Ein paar Antarktis-Winde und ein paar andere Sachen. Blind. Das ist einfach eine Magieratte. Verfehlt. Äh, so, was haben wir denn noch? So, Zeus Zorn haben wir noch. Haben wir noch was? Das war's. Das war's. Da machen wir jetzt weiterhin ein Damage, ne? Irgendwann wird er schon sterben. So viel Leben hat er bestimmt gar nicht. Wir haben halt ein kleines Problem, wenn ich gleich keinen Mana habe und er immer noch lebt. Dann haben wir ein kleines Problem. Sechs Mal kann ich noch Eis einsetzen. Das war's. Ja, easy. Was für vier Red Mages. Easy. Nepto-Auge erhalten. Okay. Äh, ja, ich bin gar nicht mal so interessiert an weiteren Kämpfen hier unten. Ich hab nicht mehr so viel Mana. Weiß, ob die das überlebt haben. Ja, genau. Wo kam der Damage her? Wo kam der Damage her? Nein. Er ist auch noch vergiftet. Äh, so, Phoenix Feder. Gegengift. Ich hab noch ein paar Potions am Start, oder? Junge, können wir bitte die Scheiße sortieren hier? Ja, das haben wir schon. Ja. 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 Ich hab noch nie ganz, wenn ich mal ein Boss kommt. Hey, da Cloud. Was geht ab? Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Mana reicht genau perfekt aus, um hier noch aus dem Dungeon zu entkommen. Stark. Ich kann noch einen Zauberspruch machen. Es hat genau perfekt gereicht. Ja, ich hätte fliehen können, ja. Theoretisch. Aber ich bin doch kein Wicht. Scheiße, ich muss zurück. Ich habe keinen Mana mehr. Ja, keinen Mana mehr auf Wicht. Kann ich das Auge direkt einsetzen? Die Gruppe setzt das Auge an seinen angestammten Platz zurück. Ich bin der Neptudrache, Hüter der Meere. Dafür, dass ihr mir mein fehlendes Auge zurückgebracht habt, möchte ich euch danken. Das Auge ist nicht bloß ein Juwel, es ist meine Seele. Ohne sie verliert mein physische Form die Kontrolle. Psychische. Äh, physische. Über sich selbst. Darum sollt ihr dies zum Danke haben. Ich überreiche euch den Zahn des Wassers. Möge er eure Feinde mit erwogenden Kräften ihn fortspülen. Wir besiegen den Drachen gar nicht, Chad. Wir werden Freunde mit ihm. Und gut dort. Hi, was geht ab? Er hätte auch einfach die random Encounter ausstellen können, aber ist ja viel spannender. Ja, ich habe absichtlich nicht ausgestellt, weil ich wollte sehen, ob ich das noch überlebe. Wisset jedoch, dass das Wasser sein Licht eingebüßt hat. Etwas ließ die Erde erzittern und zog das Licht des Wassers in finstere Tiefen. Es liegt an euch, dieses Licht zurückzuholen. Möge euch Glück bescheiden sein, tapfere Krieger. Der Neptudrache verfällt in einen tiefen Schlummer. Äh, ich kann wieder in ihn rein. Okay, ähm, also das heißt, ich kann jetzt einfach schwimmen. So, okay. So, Budi, ich habe es geregelt. Junge, Junge, ihr seid echt stark. Helden, wie sie im Buche stehen. Also gut, ich stehe zu meinem Wort. Die Enterprise gehört euch. Stark. Ja, dann lassen wir kurz hier auskurieren. Ich weiß gar nicht, ob Zustandsveränderungen geheilt werden, wenn ich schlafe. Also sowas wie Wicht. Nee. Nochmal schnell schlafen wegen dem einen Mana-Punkt, den ich gerade verbraucht habe. Und, Chat, wie wärs mit einer klitzekleinen Pause? Ich muss dringend auf Toilette. Das Team, äh, Bild, das Team Bonding. Fürs Bonding müssen die dort alles zusammenschlafen, in einem Bett. So, und es ist jetzt theoretisch das Innere mehr offen, ne? Also hier, der, der innere Bereich ist jetzt offen. Ich glaube, da oben ist zwar klar, zwar so ein kleiner Schlitz, aber ich glaube, da können wir noch nicht durch. Das ist irgendwie so ein Strudel oder so. Ähm, irgendwas war da. So, dass wir jetzt hier im Inneren überall hin können. Wir können jetzt wahrscheinlich hier dann in die Wüste. Hier ist auch eine Stadt direkt. Da können wir gleich hin. Hier ist eine Stadt, da können wir gleich hin. Hier durch den Wald. Irgendwie vielleicht den Fluss hoch oder so. Dahin ist noch eine Stadt, da können wir gleich noch hin. Und halt ist hier noch ein Turm oder so. So, jetzt haben wir das, was ich meinte vorhin. In dem Teil hat man gar nicht so viele Möglichkeiten, irgendwo hinzureisen, irgendwie sich umzuschauen oder sowas. Irgendwelche Städte zu suchen oder so. Weil man hier immer sehr eingeschränkt ist, aber ja, jetzt haben wir etwas eine offenere Karte, wo wir ein bisschen was, äh, erkunden können, ne? So sind wir eigentlich eine Piratenbande und erleben Abenteuer auf hoher See. Jetzt. 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 Mit diesem Schiff hier. Let's go. So, wir haben hier direkt ein Dorf. Checken wir mal das ab. Tokul. Wer ist unsere Piratenbande? Wir sind die Boah, ich, Mann, ich bin so, ich bin so scheiße, ey. Wisst ihr, ich, die, ich versuche die ganze Zeit auf irgendwas zu kommen, aber mein Kopf sagt mir die ganze Zeit, sagt Pimmelpiraten, sagt Pimmelpiraten, sagt Pimmelpiraten. Ich, nein, ich will nicht Pimmelpiraten sagen, ich will irgendwas Cooles sagen. Aber mein Kopf schreit mir an und sagt, sagt Pimmelpiraten! Bachus-Trank. Ich bin so fucking scheiße. Oh, hast. So bad, ey. Stimmt, haben wir das Booty-Segel noch? Jetzt in dem Teil? Bestimmt, ne? Ist ja dieselbe, derselbe Grafikstil. Und dieselben, äh, diese, derselbe Pixelart-Stil, ne? Nee, den haben wir wirklich geändert. Die Enterprise sieht anders aus. Der Booty sieht anders aus. Das kommt von Doga, unserem Pimmelkopf-Vater. Äh. Das ist also das Erste, was ich nach der Essenspause höre. Jo, was fliegt denn da gerade in der Wüste rum für ein Monster? Da fliegt irgendwas Gruseliges. Irgendein Haarballen oder so. Ah, ich flehe euch an. Ich halbe euch nichts mehr zu geben. Okay. Bitte lasst mir wenigstens mein Leben. Okay, die haben Angst vor mir. Die wurden wohl angegriffen und ausgeraubt. Er flieht in den Kamin. Ich bitte euch, verschwunden wenigstens mein Kind. Wie, ihr gehört nicht zu den Plünderern? Verzeiht, ich dachte, diese Schurken wären doch einmal zurückgekommen. Sie haben einen Mann entführt und in die Wüste im Westen geschleppt. Die Soldaten trugen das Wappen von Argus. Den wollten wir suchen, ne? Hoffentlich ist mein Mann noch am Leben. Ich bete jede Sekunde für ihn. Ja, Argus wollten wir suchen, weil der Ahnung hat von Luftschiffen. Das ist die vergessene Truhe aus FF1. In der Wüste im Westen haust ein Dämon. Ich habe ihn selbst gesehen. Ein Baum. Ein wandelnder Baum. Ach, ich glaube, das ist ein Baumschat. Kein Haarballen. Dies ist das Haus des Ältesten von Tokul. Ich bitte euch, schenkt ihm Gehör. Autsch. Scheiß Kerzen, Mann. Ich denke immer, ich kann irgendwie so ein Item looten. Und dann immer nur, autsch. Hinter dem Kamin liegt eine verborgene Kammer. Wir haben dort unsere Ausrüstung gelagert, aber zum Kämpfen sind wir zu schwach. Nehmt euch, was ihr gebrauchen könnt. Alter, let's go. Einem geschenkten Gold, scheinbar nicht ins Maul. Karate-Anzug. Let's go, Evo Boy. Nice. Sanse-Sukon. Ist das Odins One-Hit-Angriff? Oh. Dreiteilige, hölzerne Schlagwaffe. Karate-Anzug von Spongebung. Ja, es ist einfach so das Fake-Zanzuke. San-Zante-Zuken. Hinter dem Kamin. Achso, mit dem habe ich gar nicht gewählt. Willkommen, Fremde. Ich bin der Älteste dieses Dorfes. Nach dem großen Erdbeben kamen Soldaten aus der Wüste im Westen. Sie nahmen die jungen Leute mit und raubten unsere Vorräte. Was soll jetzt nur aus uns werden? Schreckliche Zeiten sind dies. Sanse-Sukon-Mai-Koch. Oh. Shit. Weit im Westen von hier, jenseits der Wüste, gibt es ein Dorf, dessen verschrobenen Bewohner sagen, dass sie vom Volk der Alten abstammen würden. Okay. Ja, dann checken wir mal, ob wir in der Wüste klarkommen würden gegen den wandelnden Baum. Oder ob wir vielleicht woanders hinsegeln. Checken wir mal ab, wie hart es dort aufs Maul gibt. Ich habe aufgehört, wie viele Final Fantasy-Teile es gibt. Main-Teile gibt es nur für 16 Stück. Erkennst du auch ganz einfach daran, dass deine Zahl dahinter steht. Musst du gar nicht zählen. Okay, ich kann mit dem Ding nicht interagieren. Wahrscheinlich muss ich da hin... Das ist wahrscheinlich in der Luft. Ich muss wahrscheinlich fliegen, ne? Und Zusatzteile, da gibt es ja recht viel. Das ist halt ein riesiges Franchise, ne? Da gibt es halt auch super viel. Seit den 80ern gibt es dieses Franchise schon, ne? Deshalb ist es halt wie Pokémon, ne? Da gibt es auch super viel drumherum. Zwischen den Main-Generationen gibt es halt noch zigtausend andere Spiele. Chocobo-Wald! Es riecht nach Chocobo. Wahrscheinlich brauchen wir hier dieses Gras. Was? Ja, ist das Gisengras? Hab dich, Chocobo! Okay, nee, ich kann direkt reiten. Gisal. Wir können direkt reiten. Im Pixel-Remaster im 2. ging das Chocobo-Lied auch weiter. Wir können mal kurz hören. Die Welt ist eine Scheibe, lass das kein Flat-Earfer sehen. Final Fantasy waren damals Flat-Earfer Theoristen. Theoristen? Theoristen? Theoretiker! Theoristen, Alter. Aber ja, der Song geht hier weiter. Nicht Terroristen. Theorie von Theorie. Theoristen. Nein! Nein, Schokobu ist weg. Aber ja, die Insel sieht so aus, als würde sie in der Luft schweben. Aber hat man ja auch schon hier gesehen, überall Wolken. Scheiße, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Oh, mit Schokobu. Habe ich ausgab? Oh, ich habe Zufallskämpfe aus. Sky Island, das Skype, ja. Endboss ist enel. Okay, was ist dieser Damage? Skypie, unser erstes Abenteuer. Ja, Mann. Chat, äh, apropos Skypie und One Piece. Gibt es eine legale Plattform, wo man One Piece mit deutschen Dubs schauen kann? Weil irgendwie gibt es das auf Crunchyroll nicht. Da gibt es nur japanischen Dubs. Und ich habe ich wollte ich habe vorgestern vorgestern wieder angefangen weiterzugucken. Ich habe mich ja so ein bisschen nach Dressrosa war hier ein bisschen ausgebrannt und wollte jetzt wieder neu anfangen. Nach langer Zeit. Da dachte mir, hey, ich habe momentan Crunchy am Laufen. Gucke ich auf Crunchy? Nur japanisch. Glaube nicht. Nein. Hatte nichts gefunden. Ja, ich bin dann auf so illegalen Seiten gelandet. Auf einer bin ich gelandet. Ähm. Da darfst du nur eine Folge pro Tag schauen und dann musst du Geld bezahlen. Und die andere Seite war so überfüllt mit Werbung. Das war ekelhaft. Die war komplett überfüllt mit Pornwerbung, Junge. Und dann willst du nur kurz willst nur kurz pausieren und direkt ploppen wieder tausend äh tausend Tabs auf. Und dann musst du erstmal wieder tausend Tabs wegklicken dann willst du wieder wieder starten dann kommen wieder tausend Tabs direkt schon gar keinen Bock mehr zu schauen. Nee, also ihr müsst jetzt keine mir illegalen Seiten vorschlagen. Ich wollte nur nach einer legalen Alternative fragen. Bei illegal werde ich schon selber was finden. Aber legal halt. ProSiebenMax hat die aber nur die aktuellen. Ja, ich bin gerade bei Folge 750 circa oder so. Gibt es die bei ProSiebenMax? 750? Ab da. Wir sind Nachkommen des Volkes der Alten einer hochentwickelten Zivilisation aus vergangenen Tagen. Heute leben wir einfach und bescheiden im Einklang der Natur. Okay. Legal wird schwer. Wie gesagt, die Rechte für deutschen Dab liegen alle bei ProSiebenMax. Hm. Schade. 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 Wie weit sind die überhaupt mit dem deutschen Dab? Bei welcher Folge sind die überhaupt? Oder besser gefragt, weil ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen es insgesamt bisher gibt. Wie viele Folgen Unterschied? Also wie viele Folgen hinterher hängen die? Hinter dem japanischen Dab? Wie viele Folgen sind das ungefähr? Das ist ja eine wilde Stadt, ey. So 60? Okay. Wenn ihr den ganzen Kontinent auf dem Rücken eines Schokobusses umrundet, dann gebe ich euch einen Preis. Oha! Let's go. Meine, die sind im vorletzten Ark. 1000? Ich habe heute keine Ahnung mit den Arks. Ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen und so. Deshalb, wenn ihr mir sagt, oh, die auf ProSieben sind gerade bei Schmeido, Schmido, Ark. Und in japanischen Dab sind die gerade bei 1001 Nacht Ark oder so. Dann kann ich damit nichts anfangen, weil ich habe keine Ahnung, wie weit das ist. Dann machen wir eine kleine Runde. Let's go. Und jetzt steige ich irgendwo hier ab und muss den ganzen Weg zurücklaufen zu Fuß. Deutsche Dab ist bei Folge 150, die japanischen bei 197. Okay. Das ist eigentlich recht nah. Also ich hätte gedacht, die sind viel, viel weiter auseinander. für One Piece nimmt man sich das Geld. Ich kann ja kein Geld dafür bezahlen, weil es gibt ja keinen Streaming-Anbieter, der das macht. Ich könnte irgend so einer illegalen Seite Geld geben. Die dann mir erlauben, mehr als eine Folge pro Tag zu schauen. Ihr habt das letztendlich geschaut. Herzlichen Quehwunsch zur Weltumrundung auf einem Chocobo. Hier ist euer Preis als ihr versprochen. Ein Wichtelbrot. Wow, das wäre komplett useless. Und hey, Dumb One. Esslich von hier gibt es einen Wald, in dem Chocobus leben. Licht und Dunkelheit besitzen ein Bewusstsein. Wenn die Welt aus den Fugen gerät, dann rufen sie vier Krieger herbei, denen sie ihre Kraft vermachen. Ja, da sind wir! Das war es bei den Krieger der Dunkelheit, die die Welt von den Lichtflut befreiten. Und so ist es auch bei euch, den Krieger des Lichts. Uh, der Krieger der Dunkelheit, die die Welt von Licht, es gab also mal eine Lichtflut. Und dann kamen Krieger der Dunkelheit und haben das Licht verbannt. Und jetzt übermannt er die Welt die Dunkelheit und wir sind Krieger des Lichts und verbannen die Dunkelheit. Wisst um die Bürde eurer Gabe und missbraucht sie nicht. Also es geht quasi, also für diese Welt ist es wichtig, dass es Licht und Dunkel gibt. Und die müssen halt im Balance leben, sonst funktioniert die Welt nicht. Wir leben bloß nur nach einem Prinzip. Man muss sich dem Willen des Schicksals beugen. Es ist zwecklos, sich ihm wiederzusetzen. wiederzusetzen. Da helfen auch die tollsten Erfindungen nichts. Und Alexa, Dankeschön, für vier Monate. Elf Monate. Sorry. Wenn ich das richtig verstanden habe, will ADN, französische Anbieter, auch noch Deutschland kommen und wollen sich deutschen Dapp von Opeo und Dragon Ball unter anderem sichern. Okay. I mean, ich habe kein Problem mit Japanisch. Ich könnte auch einfach auf Crunchy weiterschauen, aber da One Piece teilweise sich echt zieht und die Folgen teilweise echt scheiße langweilig sind. Ähm. Ist das halt ganz geil, wenn du es halt nebenbei schauen kannst. One Piece Mir geht es nicht um die Filler. Mir geht es darum, dass in den Folgen teilweise nichts Neues passiert. Das Dressrosa war super schrecklich. Da ist teilweise in der Folge kaum was passiert. Da konntest du theoretisch die Folge auf zwei Minuten runterschneiden und du hast alles gesehen, was Neues dazugekommen ist. Und der Rest der Folge war nur Scheiße. So. Und das ist im Manga ja ein bisschen komprimierter und dann kannst du das ja besser machen. So dies, das. Und so. Ich habe keinen Bock Manga zu lesen. Ich will halt das eher schauen. Und schauen ist halt nervig, äh, wenn ich das halt lesen muss, wenn ich den Untertitel lesen muss. Ähm. Wenn ich den Untertitel lesen muss, dann muss ich halt die ganze Zeit hinschauen. So. Und wenn ich nicht hinschauen muss, dann kann ich noch nebenbei irgendwas anderes machen. Dann kann ich halt noch irgendwas, keine Ahnung, für Streaming irgendwas erledigen oder sowas. Oder wenn ich irgendwie abends noch auf der Couch sitze und irgendwas zocke oder so, kann ich nebenbei noch zwei, drei Folgen oder so schauen. Und dann muss ich nicht die ganze Zeit drauf gucken, sondern kann nebenbei zuhören. Und bei Japanischen kann ich das ja nicht. Dann muss ich ja die ganze Zeit zuschauen. Äh, muss ich ja die ganze Zeit lesen. Ja, ich weiß, es gibt One Piece, aber ich vertraue diesem One Piece Shit nicht, weil ich habe Angst, dass ich dann zu viel verpasse oder irgendwelche wichtigen Sachen verpasse. Gibt es eine Version von One Piece, wo man Brook und Sanji komplett rausschneidet? Jede Szene von denen? Die Version würde ich schauen. Wir haben Sicht. Oh, Vitra! Also ich habe momentan kein Problem mit Heilung. Aber hey, Teleport stark, Blindner, die haben wir schon alle. Und Sicht, okay. Lernen. So, wir lernen Vitra, Teleport, Blindner und Sicht. Ich hasse diese Pervy Trope. Ja, es ist nicht mal lustig. Diese ganzen perversen Jokes mit Sanji und Brook, die sind nicht mal fucking lustig. Die sind einfach nur nervig. Ich habe das, jedes Mal, wenn die gezeigt werden, bin ich einfach nur genervt. Dieser Kontinent schwebt in der Luft. Unglaublich, finde ich ihn nicht. Auch das Volk der Alten hat dieses Wunder mit dem Turm des Oven vollbracht. Okay. Jetzt droppt er das auch? Die Inundation des Lichts, eine Lichtflutkatastrophe in Ausmaß, wurde vom Volk der Alten herbeigeführt. Unsere Vorväter machen die Kraft des Lichts mit Hilfe der Kristallen nutzbar, können die Energie aber schlussendlich nicht bändigen. Eines Tages geriet das Licht aus der Kontrolle und brachte Vernichtung über die Welt. Vier Krieger der Dunkelheit erschienen und stellten das Gleichgewicht wieder her. Oh fuck, es war weg. Wie verdienst du Geld? Ich bin arbeitslos. Ich sammle Pfandflaschen. Wo bin ich stehen geblieben? Eines Tages geriet das Licht aus der Kontrolle und brachte Vernichtung über die Welt. Vier Krieger der Dunkelheit erschienen und stellten das Gleichgewicht wieder her. Doch das Volk der Alten hatte einen hohen Preis gezahlt. Die wenigen Überlebenden, die verblieben, ließen sich auf diesem Kontinent nieder. Okay, okay. Das schwebt, okay. Aber ich kriege jetzt schon Vitra? Ich habe bisher gar kein Problem mit Heilungen, aber ich kriege jetzt schon Vitra. Blitzklinge. Alter, geil. Zwei Blitzklingen. Sick. Genau, ich sammle Pfandflaschen beim One Piece gucken. Deshalb suche ich momentan eine Quelle, wo ich One Piece schauen kann, damit ich nebenbei Pfandflaschen sammeln kann. Stirnband? Uh, für unseren Boy. Zwei Magier-Robben? Robben. Flammenpanzer. Nice. So, und hier Stirnband. Stark. Kannst du alle meine Pfandflaschen haben, wenn du willst? Hauptsache, die sind weg. Hast du noch Platz dafür? Oder wie groß ist dein Pfandberg momentan? Hast du noch Waffen? Sanjis Verhalten geht doch wirklich auf den Sack nach dem tausendsten Mal. Ja, es war vielleicht früher, keine Ahnung, als ich 15 war und das auf der RTL 2 geschaut habe. Fand ich das vielleicht noch lustig, aber es dreht sich halt die ganze Zeit nur im Kreis. Es ist immer das Gleiche. Die Jokes entwickeln sich nicht mal weiter. Es ist immer das Gleiche. Vielleicht gibt es Leute, die finden das cool und unterhaltsam, aber ja, ist halt nicht mein Humor. Ich würde sie eher feiern, wenn er die ganze Zeit Pimmel-Jokes machen würde. Und Pipi-Kacka-Humor. Äh, Animus, was ist denn Animus plus zwei? Äh, ich denke mal, wir holen uns den Eisstab, weil ich meine mich zu erinnern, dass wir als nächstes in eine Feuerhöhle gehen. Also Feuertempel und dann ist bestimmt Eisstab voll geil. I guess. Hört jetzt auf, über die Jungs zu lästern. Das macht mich traurig. Die Jungs sind an sich voll cool, solange keine Frauen in der Nähe sind. Dann mag ich die. Ich mag Sanji an sich. Ich mag die Bromans zwischen Sanji und Zorro und so. Ich mag das alles. Und ich finde auch Brook cool. So ein fucking Skelett in dem Team finde ich mega cool und so. Aber sobald das Frauen im Spiel sind, dicker. Und dann dreht sich auch noch auf Dressrosa, drehte sich die ganze Story von, äh, von Sanji die ganze Zeit drum rum, dass er sich in ein Girl verliebt hat, die ihn verarscht. die geilen Echsenmenschen. Chat, die werden irgendwann Facebook machen. Ja, das Problem sind nicht Sanji und Brook, sondern die Weiber. Weg mit den Weibern aus One Piece. So, ähm, ja, ich würde sagen, wir ziehen wieder los mit dem Schiff und erkunden die anderen Inseln, äh, die anderen Städte, ne? Kann ich da auch da zu Fuß hinlaufen? Aber hier ist auch ein Schokobowald, denke ich mal, ne? Nee, es ist ein lebender Wald. Okay, wer seid ihr denn? Hein, der königliche Ratgeber von Schloss Argus hat den ältesten Baum mit einem Fluch belegt. Okay. Wenn der ältesten Baum nicht zurückkehrt, wird alles hier verwelken. Dann herrscht nur noch der Tod. Hein beherrscht den Barrierenwechsel, damit kann er seinen Schwachpunkt ändern. Oha. Der Hexer, den den ältesten Baum entführt hat, kann seinen Schwachpunkt wechseln. Wer seine Schwäche nicht zu erkennen vermag, dürfte Schwierigkeiten haben, ihn zu besiegen. Hein, den ältesten Baum ist ein Schloss, umfunktioniert und lässt ihn durch die Wüste wandern. Oh. Das ist der Welt, das ist dieser ältesten Baum, der in der Wüste ist. Ihr müsst etwas dagegen unternehmen. Dieser Wald an sich lebt. Wir sind die Feen des Waldes. Also brauchen wir das Luftschiff, dann können wir da hoch zum Baum und Hein besiegen. Ich verstehe es, wenn es Leute nervt, wenn Sanji und Brook was machen, aber ich finde, das sind halt immer so zwei Sekunden, die zwischendurch immer ganz funny sind. Boah, ich kann das absolut nicht mehr funny finden. Das geht nicht. Ich finde es halt null funny. Wie gesagt, es ist nicht mal irgendwie ein neuer Joke. Es ist immer derselbe Joke. Es wiederholt sich nicht mal. Nimm mal dieses Nami-Lein. Oh, Junge. Halt doch dein Maul, bitte. Das nennt man Kontinuität. Ich nenne es ausgelutscht. Tut mir leid, wollte nicht unsympathisch wirken, finde ich cool und feiere dein Content. Okay, cool. Ich habe keine Ahnung, wieso du unsympathisch bist. Was hast du gemacht? Oh nein, was geht ab? Tangi. Alter, wer sind die denn? Pferdefische. Seepferdchen. Unsympathisch, weil du meinen Content cool findest? Jetzt bin ich komplett raus. Ja, ich habe die Nachricht gerade mehrmals gesehen, aber ich kam nicht dazu, darauf an zu antworten und deshalb antworte ich gerade drauf und bin verwirrt. Wieso unsympathisch? So, was haben wir hier? Irgendein Castle. Gehen wir mal rein, ne? Als ich das im Kind in den VW geschaut habe, war ich am dritten Nami-Line genervt. Aber in anderen Anime sind diese Jokes doch auch irgendwie ein bisschen lustig. Nee, absolut nicht. Ich finde sowas nie lustig. Keine Ahnung. Weil die Jokes sind auch immer alle gleich in jedem Anime. Das sind halt immer dieselben Tropes. Okay, hier kann man rein. Oh. Bomben-Splitter und Arctis-Wind. Okay. Also das ist auf jeden Fall das Schloss Argus. Beruhigungsmittel. Und wie gesagt, es ist ja okay, wenn du das lustig findest. Nur es ist halt nicht mein Humor. Das ist ja voll okay. So, jeder hat so seinen eigenen Humor. Jeder findet Dinge lustig. Auf seine Art und Weise. Und ja. Moment. Hier geht's hier wieder raus. Okay, hier kann ich mich heilen. nur wiederbeleben. Ich denke mal, das wird später relevant. Wenn wir dann König Argus gerettet haben, dann müssen wir wahrscheinlich hier wieder zurückkommen. Ich werde alle Szenen der 1050 folgen, wo Sanji und Brook sowas machen, zusammensteigen und Kegi zwingen es zu gucken. Das ist Passion. Das gefällt mir. Mann, ich will doch hier raus. Auf Japanisch ist ja weniger anstrengend. Irgendwann komme ich bestimmt da an, dass ich dann auf Japanisch switchen muss, weil es keine deutschen Folgen mehr gibt. So, und da oben ist noch ein Turm. Der Wald sieht noch irgendwie besonders aus. Vielleicht ist sogar hier im Wald noch was. Ich habe jetzt gar nicht versucht mit dem Kanu hier vielleicht in Wasser voll hoch zu schwimmen. Sherlock Modus aktivieren. Prüfe ein paar Wände. Die habe ich. Bin gegen alle Wände gelaufen. Gorgon. Ich finde es halt problematisch, weil halt sexistisch. Ja, das ist halt Anime, ne? Der ist Anime. Ich glaube, das wird sich auch in den nächsten 30 Jahren nicht ändern oder mehr. Das ist Anime. so lange ich Anime kenne, so lange ist das dort ein Ding. Das ist halt ein Anime-Ding, ne? Fick Anime! Gibt's nichts mehr. Und hier war ich ja. Die nächste Dungeons werden noch die Boys sexualisiert. Äh, bisher habe ich davon noch nichts mitbekommen. Es gab ein, äh, Pantyshots von dem Zwergen. Aber ansonsten... Ne, hier gibt's nichts. Keine unsichtbaren Wände. So, gehen wir mal nach Norden. Aber wir müssen auf jeden Fall gleich nochmal den, den, den einen See beim Tschuck, äh, bei den Feenwald mal testen. Ob ich da irgendwie noch weiterkomme. mit dem Kanu. Oh ne, kostenpo jetzt, das geht ab. Laut links, es ist okay! Du kannst dich entspannen und den Stream genießen, mit uns quatschen, ist alles in Ordnung. Alles fein. Hier sind Frösche. Ich muss mich in Frosch verwandeln. damit ich mit ihnen reden reden kann. Ich schreie nicht, ich bin nur laut. Unser klappbares Kanu, ja, fucking klappbares Kanu. Äh, aber ich hab noch keinen Froschzauber. Dann mal auf den Tauchstation, Leute. Und wie, wenn ich fragen darf. Wir müssen schon Frösche sein oder so. Ich hab den Zauber noch nicht, ne? Auch nicht als Items? Okay, wir müssen irgendwo erstmal den Froschzauber finden. Frühlingsfest? Was ist denn Frühlingsfest? Aber jo, Forever Gaming. Viel Spaß, Mann. Kannst ja ansonsten als VOD später nachschauen. Furie! Frauen, wa? he, he. Der Lukas, genau. Okay, hier kommen wir dann auch nochmal später hin. Da das, wie gesagt, hier kommen wir nicht weiter wegen einem Strudel. Kann ich noch hier? Ich könnte vielleicht hier in den Wald laufen. Wie gesagt, der sieht, ah, der ist noch eine Höhle. Hier ist noch eine Höhle und da ist halt noch ein Wald. Das könnte auch vielleicht irgendwas Besonderes sein. Ne? Wie glaubt das eigentlich, dass der Stream von Donnerstag noch immer online ist? Ist er das? Äh, ich kann ihn offline nehmen. Äh, da. Ja, manchmal, manchmal vergess ich es. Oh, so. Dann erinnert mich manche Leute das auf, auf, auf Discord und dann denke ich mir, ja, okay, wenn ich an den PC gehe, dann mache ich das. Und dann gehe ich an den PC und vergesse es. Nicht, dass es Stress gibt. Ja, ist ja an sich fein. Also, bei Rosin glaube ich, ist es nicht ganz so schlimm. Bei Rosin habe ich eher Angst wegen Musik, dass da ja oft Musik vorkommt, die vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber ich glaube, äh, die, die Folgen an sich glaube ich, ist nicht ganz so schlimm, wenn ich die restreame oder was heißt, darauf reakte halt. Weil, äh, Rosin, wie ich das mitbekommen habe, hat glaube ich sehr viel Spaß an dem ganzen, äh, Social Media Twitch Kram Zeug. Okay, hier sind wieder Chocobus. Und da schwimmt irgendwas Gefährliches. Aber bei dem RTL Kram, da weiß ich nicht, da habe ich ein bisschen Angst vor. Flieger einfach. Einfach, zwei starke Arme und dann Flügel dran. Moment, Chat, ist das ein Mund mit drei Zähnen? Oder ist das eine Maske? Es kann doch eine Maske sein. Mit zwei Augen und einem Mund. Maske finde ich besser. Ja, ich finde Maske auch cooler, glaube ich. So Shy Guy mäßig, Alter. Das habe ich nicht gefragt, wer noch so. Pack ihn wieder ein. Jo, der Crit. Säure Blick. Ja, ich würde es auch cool finden, Gossen Poet, wenn die für immer sogar online wären. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen immer kritisch. Irgendwie komplett weggestrikt zu werden, wäre jetzt auch nicht so geil. Ich glaube, dann hätten wir noch weniger Komfort, wenn das alles komplett weg ist. Vita. Kauft doch einfach Lizenz. Ach so, ich melde mich bei fucking RTL und sage, yo, ich bin Streamer und gebe euch Geld, damit ihr ein Stuff streamen will. Und dann sagen die mir bestimmt sowas wie, ja, 50 Euro reicht. Das ist die Klamm der Gulganer. Wir werden blind geboren. Doch dafür können wir in die Zukunft sehen. Der Windkristall erwählte euch zu Kriegern des Lichts. Doch noch seid ihr nicht stark genug, um die Dunkelheit zu bezwingen. Ihr müsst euch die Kristalle des Feuers, des Wassers und der Erde ausfindig machen. Das haben ja einige Streamer Lizenzen oder nicht. Irgendwelche Lizenzen von der RTL. Nicht, dass ich wüsste. Also es gibt auf jeden Fall so Streamer, die mit Join gepartnert sind. Und dass dann Join den erlaubten paar Formate oder sowas. Oder was heißt erlaubt? Aber halt nicht irgendwie die wegstriken würde oder sowas, wenn die mit Join gepartnert sind oder sowas. Aber bei RTL weiß ich, da war, also von RTL weiß ich gar nichts. Wie gesagt, vielleicht hat auch RTL damit gar kein Problem, aber ich will halt nicht provozieren. Ich will es nicht provozieren. Ich weiß auf jeden Fall, dass Ding jetzt ganz schwierig ist. Stern TV. Dass da ganz schwierig ist. Stern TV ballert alles weg. Das große Erdbeben war nur ein Vorbote des Kommenden. Es mag das Licht der Welt verschluckt und abscheuliche Kreaturen hervorgebracht haben. Doch im Vergleich zu dem, was uns erwartet, ist alles nichtig. Die Zukunft ist hell und dunkel zugleich. Es ist alles im Fluss. Der lebende Wald, er ruft nach euch. Die Zukunft ist hell und dunkel zugleich. Es ist alles im Fluss. Das ist der Typ, der am Anfang die Story so erzählt hatte. Einer von den Typen. Wir leben verworgen in diesen Klammen. Es ist besser, die Menschen kennen ihr Schicksal nicht. Denn meistens bringt das Wissen darum nichts als Unglück. Wenn der Turm der roten Flamme spuckt und zusammenfällt, wird der Mann erwachen. Der das Schicksal ändert. Okay. Ein Mann. Ich spüre den Feuerkristall auf der Insel der Zwerge. Die Kraft der Erde. Okay, okay. Da, seht ihr? Der Feuerkristall. Ich glaube, der wird wirklich der Nächste sein, den wir holen müssen. Da, das ist der Typ vom Intro. Ich check deren Sprite nicht. Was soll das im Gesicht darstellen, Chat? Eine Monobraue? Nein. Vielleicht eine Augenbinde. Uh. Vielleicht ja wirklich eine Augenbinde. Die haben ihre Augen vor der grässlichen Welt verbunden, damit sie nicht, damit die grässliche dunkle Welt nicht ihre reine Seelen befleckt. Ich habe euch bereits erwartet. Nehmt diesen Zauber und betretet damit den Turm des Ovin, nördlich von dir. Dein Schicksal wird dich dort erwarten, Deschke. Den Zauberfrosch erhalten. Jetzt können wir da hin. Nice. Wo bist du gerade? Äh, im Klamm. Heißt das hier. Wieso? Affrosch! Hier bin ich gerade. Wer ist der Ort? Klamm oder so. Klamm der Gulganer. Ach, die werden blind geboren? Da war ich wohl im Haupitz-Piloter, als ich das gelesen habe. Stopp. So eine Tennis-Cab, ja man. Ich habe auch ja an so eine Tennis-Cab gedacht. Ich bin absolut kein Fan von Frosch, doch. Jetzt gibt es Frösche. Achso, du willst abchecken, wie die im 3D aussehen. Okay. Oh, stimmt. Eigentlich kann ich ja immer auf der Karte sehen, wie viele Kisten irgendwo sind. Und dementsprechend weiß ich dann ja, da Schatztruh 9. Ob da vielleicht noch irgendwo versteckte Wände sind. Frosch! Ah, Junge! Wie die gerade aufgerichtet waren. Wir sind jetzt alle Frösche. Weiter geht's! Willkommen im Turm des Ohn, eure letzte Ruhestätte. Okay. Irgendwie kommt mir das alles hier bekannt vor. Kann ich mich jetzt zurück verwandeln? Nee, doch. Okay. Ekel, Igel! Okay. Ekel, Igel, also. Okay. Nee, die waren richtig ekelhaft. FF3 ist voll mit diesen versteckten Wänden. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Ist an sich ganz cool, aber ich hoffe einfach mal, dass da nichts superwichtiges versteckt ist. Wie irgendwie die beste Waffe im Spiel oder so. Wie in Final Fantasy 2, Masamune. Auch einfach hinter einer versteckten Wand. Jungfernkuss! Damit können Frosch heilen. Okay. Okay. Äh, schick mal John. Poste mal. Die besten Waffen sind dann alle anderen im Fleck. Ich muss kurz den Chat öffnen. Kannst du es, äh, warte. Kannst du es nochmal machen? Kannst du nochmal posten? Ich kann nicht zurückscrollen. Ah, jetzt. Ah, hier. 3D. Junge. Ich verstehe, wieso Venox so bedingt würde. Das ist keine Maske. Nee. Das ist keine Maske. Ich meine, wir können jetzt auch, einmal kurz, Gulgana, ähm, Gulgana, ähm, Gulgana. Das sieht so aus. Das ist ein ganz kleines Bild. Aber die haben bemalte Augen. Also, die haben diese Augenpartie einfach nur angemalt. Ja, das sieht so scheiße aus. Wieso sieht er, wieso sieht er aus, so wie fucking, als wäre er vier Jahre alt? Das sollen ja eigentlich so irgendwelche gelehrten Männer sein. Gelehrte alte Männer. Und es sieht einfach aus wie fucking Caillou. Der sich was ins Gesicht gemalt hat. Vielleicht ist er ja vier. Nee, ich glaube nicht. Aber Dashga, Dashga hat in der, in der DS-Version eine sicke Frise. Eine geile, geile Locker, die da rausguckt. Nein, Caillou ist definitiv kein Gelehrter. Blut, Fleder, Maus. Super Caillou einfach. Ich erinnere mich wieder. Ich bin vom Erfolg der Alten. Dashga. Ich wusste es, er ist fucking alt. Turfing? Turfing? Was ist fucking Turfing? Das ist ein Schwert. Ein filigranes Schwert mit einer nadelfeinen Spitze. Terrifying, wohl eher. Wo ist denn das? Er kann das gar nicht benutzen. Ist das wieder nur für Red Mages? Wahrscheinlich, ne? Ja. Dein erster OC heißt so? Eure Seelen werden auf ewig durch diese Hallen wandern. Ich kann mich wieder erinnern. Es gibt einen Geheimgang im vierten Stock. Sieben Schritte entfernt von der linken Wand. Okay, das ist der... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jungfernkuss. Mal gucken, ob der Boss mich gleich in Frösche verwandeln kann. Weil ich kriege hier die ganze Zeit Jungfernkuss. Mein erster OC hieß damals Heribert. Ich hatte einen OC-Chat in meinem Leben gehabt. Und wisst ihr, wie mein OC hieß? Keggy. What a KG, ja. Und hey, Julian Backe. Der Kreis schließt sich. Furry OC? Ne, kein Furry. Weil, halte ich fest, ich bin immer noch kein Furry. Und ich war auch nur nie einer. Ne, das war noch vor der Rauberkatze. Vor der, äh... Hatte ich den. Und das war eigentlich ein ganz normaler Dude. Das war irgendwie so ein edgy Anime-Charakter. Durr, 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 durr. Stille. Oh, shit. Stille ist gar nicht mal so cool auf unserem Schwarzmagier. Auf Katzen-D água. Aber ich glaube, ich müsste was haben. Echo Kraut da. Echo Kraut. Nochmal Echo. Mein OC heißt Kira. Seffens. Ich habe einfach Steffens gelesen. Und ist ein Zweihändler-Schwerttyp mit Masken als seine Magiefähigkeit. Also mein KG-Typ musste damals irgendwelche komischen Steine oder so sammeln, die ihm Fähigkeiten gegeben haben. Power Stone. Und ich hatte, ähm, das war nicht Mecha-mäßig. Das war eher so Elementar-Shit. Das war so, weil ich zu der Zeit auch Dingens gespielt hatte. Legend of Legaya 2. Und da hatten die Charaktere alle so Elemente gehabt, wo die dann irgendwie so Monster beschworen konnten und dann so Element-Magie benutzen konnten. Genau, Legend of Legaya. Legend of Legaya 2. Hier, Chat. Wer ist die denn? Junge, wie cool ist der Typ? Ich muss Legend of Legaya spielen. Eww! Die sind viel zu cool. Ich kann mich halt an kaum was davon erinnern. Ich hab's auch nie durchgespielt, weil ich musste das Spiel immer ausleihen beim Bücherbus. Und der Typ hat halt der Element Feuer gehabt. Und jeder Charakter, den man im Spiel hatte, hat er dann irgendwie so ein anderes Element gehabt. Und in meiner O.C. konnte halt quasi alle diese Elemente alleine benutzen. Weil er war halt ein Einzelgänger. Junge, der sieht so scheiße aus, ne? Der sieht so scheiße aus. Dein O.C. ist so cool. Ja, schon. Ich will mehr. Ich will mehr von dem Typen hier. Wer ist der? Äh, Elliot wahrscheinlich, ne? Elliot. Boah, Junge! Elliot ist nie alleine. Marianne ist immer dabei. Das ist ein cooler Bitchboy. Diese Bilder sind so klein alle. Was ist eigentlich mit diesem dummen Mädchen los, Alter? Die beschwören da gerade ihre Elemente oder so. Wie gesagt, ich kann mich an nichts erinnern davon. Ich weiß nicht, ob das Game geil war. Ich weiß auch, dass ich damals geil fand. Aber ich kann mich an nichts erinnern, außer, dass die halt diese Elemente hatten. Und die mussten die quasi so erst mal erwecken. Das war so ein bisschen wie auch mit Persona, dass sie immer erst mal ihre Persona erwecken mussten oder sowas. Und dann mussten die meistens irgendwie so eine Prüfung durchgehen oder so. Und dann haben die dann halt dieses Element freigeschaltet oder so und konnten dann so ein Viech beschwören. Und gleichzeitig auch so ihre Schwerte mit irgendwie Feuer packen oder sowas. Aber ich weiß nicht, das ist schon so lange her. Ich müsste es halt mal irgendwann mal spielen, mal wieder. Einfach nur aus Nostalgie. Und zu gucken, was ich damals für eine dumme Scheiße gespielt habe. Ich muss heilen. Vita, 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 Vita. Nein, wir machen keinen Legai-Marathon. Ein schlechtes Sequel hast du gespielt. Ja, ich kannte damals den ersten Teil gar nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich hatte so einen Bücherbus gehabt, wo ich dann immer jede Woche da reingelaufen bin. und mir dort Spiele angeguckt hatte und eher selten was ausgeliehen hatte, weil kein Geld. Uh, Medusa. Und das war halt eines der wenigen Spiele, die ich mal dort ausgeliehen hatte. Ich, Medusa, werde auf Befehl meines Herrn Xande diesen turmzerstörenden Kontinent abstürzen lassen. Wer mir dabei in die Quere kommt, muss sterben. Okay, sie will den Turm abstürzen lassen, äh, die Insel abstürzen lassen. Ja, okay, das sieht ja ganz anders aus, als außerhalb, äh, außerhalb des Kampfes. Hier ist einfach nur ein Gesicht mit Schlangen. Du, 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 du. Ich verwandle sie in einen Frosch. Was hältst du von Eisrahr? Okay, not bad. 190. Da gäbe ich, glaube ich, mehr. Da geht, glaube ich, mehr. Probieren wir mal Feurer aus. Weil er macht mit Feuerklinge, mit seiner Feuerklinge gut Damage. Also könnte sein, dass Feuer ihre Schwäche ist. Ja, okay. Feuer ist schon mal netter. Ja, also die Medusa-Köpfe aus Vampire Survivors, ja. Öh, versteinert, lol. Die Junge sieht die scheiße aus in 3D. Sieht die kacke aus. Oh, shit, ey. Ich habe kein Feurer? Hä? Hä, wieso habe ich kein Feurer? Ich habe doch Feurer mal gelernt. Ich habe doch alle 3 mal gekauft. Ach, ich bin dumm, das ist... Ey. Lass, lass mir. Hat sich gut versteckt. Nini, 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 nini. Ich probiere mal Aero. Damit PewDiePie auch ein bisschen Damage macht. Der hat blind auf sich selbst gezaubert, ja. Und, wie viel macht Aero? Oh, not bad. Und das war's mit Aero. Kein Mana. Wir haben kein Mana mehr. Ich habe kein Mana mehr. Kein Mana. Die Flammen lodern wild. Die Vorrichtung wirkt, als könnte sie jeden Moment explodieren. Halt, kein Schritt näher. Ich kann mich endlich wieder erinnern. Man muss mies reinpissen. Ich bin ein Nachfahre des Volkes der Alten und der Wächter dieses Turms. Eine Ewigkeit hatte ich geschlafen, um zu erwachen, wenn der Turm in Gefahr wäre. Anscheinend hat mein Gedächtnis jedoch etwas länger gebraucht, um sich an dem Schlaf aus den Augen zu reiben. Aha. Die Lage ist äußerst ernst. Eventuell lässt sich der Schaden noch beheben, aber dazu muss ich in den Reaktor springen und ihn von innen reparieren. Gelingt mir das nicht. Verliert das schwebende Kontinent seine Antriebskraft und stürzt ab. Ach, der... Ach, das... Ach, ach so. Das ist der ganze Antriebskern für die fliegende... Also die fliegende Insel ist eine Maschine. Also heißt es jetzt wohl Abschied nehmen. Ich denke... Ich danke euch für alles, was ihr für mich getan habt. Und jetzt springt er rein und sagt... Standin' around and I get around and all I see... Oder wie das Nickelback-Song ging. Nein, Dashkill, tu es nicht! Das überlebst du nicht! Es ist mir vom Schicksal auferlegt. Ich werde mit den Apparaten im Inneren den Mahlstrom deaktivieren. Dann könnt ihr zur Insel der Zwerge fahren und euch die Kraft des Feuers holen. Sobald ich unten bin, teleportiere ich euch aus dem Turm. Lebt wohl! Und jetzt rein in die gute Stube. Doch, doch, das war Nickelback. Dashkill! Look at this photograph! Oh! Somit ist der jetzt weg. Und wir können jetzt in die Außenwelt raus. In der Außenwelt gibt es jetzt... Hier könnte vielleicht irgendwas sein in diesem Wald. Der sieht interessant aus. Wir können jetzt auf jeden Fall von hier aus kurz mit dem Kanu versuchen, hier hochzugehen. Ansonsten... Hier ist eine Stadt. Hier außen ist eine Stadt. Ja, ich könnte schwören, die Zwerge waren eigentlich irgendwo hier. Aber sind sie wohl doch nicht. Ja, wir müssen die Zwerge jetzt suchen, ne? Also außen sieht's für mich persönlich gerade nur noch zwei Point of Interests aus. Wie gesagt, das ist die Stadt hier und dieser Wald. Ansonsten sehe ich nichts Interessantes. Ich meine, von hier aus kann man natürlich auch mit dem Dingens hin. Äh, hier. In dem Bereich kann man ja auch theoretisch von hier gehen. Das könnte vielleicht noch irgendwas sein, hier. Hier sieht jetzt sowieso menschengemacht aus, wie so ein Hafen oder so. Oh, das sind die Zwerge. Das waren die Zwerge. Zwergenschlotte. Hey ho. Hey ho. Die zwei Hörner des Eises sind unser größter Schatz. Sie zu stehlen, ist ein großer Frevel. Absolut unschuldbar. Schlotte ist so ein komisches Wort. Ich hab nicht mal eine Ahnung, was damit gemeint ist. Eine fucking Schlotte. Hey ho. Ihr müsst unser Horn zurückbringen. Der Dämon Gutzko hat es an sich gerissen und ist damit dem unterirdischen See abgetaucht. Hey ho. Ohren floh. Eines der Hörner des Eises wurde gestohlen. Der böse Dämon Gutzko hat die zwei Hörner des Eises unseren großen Schatz gestohlen und ist damit im unterirdischen See verschwunden. Wir Zwerge können nicht schwimmen. Was sollen wir bloß jetzt tun? Okay. Eine unsichtbare Barriere. Schlotte ist eine Höhle. Wenn man der äußeren See nach Osten folgt, gelangt man zu einem abgelegenen Dorf namens Gieser. Uh, Gieserkraut. Viel Schokobus. Nach Osten, nicht ohne Seife waschen. Ja, Osten. Da war ja ein Dorf. Auf dem Berg im Norden stand mal ein gläserner Turm. War wirklich hübsch anzusehen, aber seit dem Erdbeben ist es ja verschwunden und stattdessen eine Höhle. Ein gläserner Turm. Kristallturm? Ha. Der legendäre Kristallturm? Nein, oder? Aber ja, dass eine Schlotte in der Höhle ist, das ergibt Sinn, ja. Terrifying gibt es hier nochmal. Feuerklinge, Feuerstab. Ja, die Stäbe habe ich ja noch schon. Ähm, Tonfarm. Ansonsten nichts Neues. Nichts Neues an der Front oder so. Was kann ich für euch tun? Eisrüstung, Eishelm, Eisschild, Magierrobbe, Karab... Ich sage immer Robbe, ey. Nie Robe. Ich glaube, es ist ein Absatz von Aschenputtels Glasschuh gemeint. Oh, okay. Das könnte auch sein. Stimmt. Dann mal auf Tauchstation, Leute. Und wie, wenn ich fragen darf? Wir müssen schon Frösche sein. Ah, okay. Apropos FF3. Bravely Default 2 ist im Sale auf Steam. Es gibt Bravely Default 2 auf Steam? Waaas? No, what the fuck. Nie mitbekommen. Ich dachte auch. Aber nur der zweite. Hä? Das ist ja weird. Noch nie mitbekommen. Ich dachte immer, das ist ein Nintendo-Ding. Ich glaube, wir gehen erst mal nach Giza. Ich will mal Giza kurz anschauen und dann machen wir die Höhle. Ich habe absolut keine Ahnung von Bravely Second und 2. Absolut gar keine Ahnung. Ich kenne nur eins. Das habe ich gespielt. Määä. Määä. Ich hüte hier die Schafe. Das sind keine Chocobos. Hey, du. Soll ich da nicht hin. Okay. Der 2 kam irgendwann für die Switch raus und niemand hat das interessiert. Ja, ich hatte es überlegt zu spielen, obwohl ich Bravely Second nicht gespielt hatte. Aber irgendwas kam dazwischen, was ich eher spielen wollte und dann war es in Vergessenheit. Es ist in Vergessenheit geraten. Diese Tiere können echt richtig dickköpfig sein. Los, komm sofort zurück. Ja, Bravely Second ist die Vorsetzung von dem ersten Teil. Und Bravely Default ist quasi ein komplett neues Spiel. Ist wie Final Fantasy 1 und Final Fantasy 2 oder so. Wenn ich das richtig verstanden habe. Die hat dann nichts direkt mit dem ersten zu tun. Was kann ich für euch tun? Ein Zauberschlüssel. Okay, nehmen wir ein paar mit. I guess. Ja, Vorsetzung von 1 und da hast du anderes ein eigenes Ding. Vielleicht kam das nicht so gut an oder war so unter dem Radar, weil wegen der Namensgebung, dass vielleicht wirklich da auch viele Leute verwirrt waren und dachten, dass das selbe Spiel nochmal. Das Gieserkraut, die Labspeise von Schokobos isst, sollte wohl ja bekannt sein. Aber wusstet ihr auch, dass man damit einen ganz speziellen Schokobo hervorlocken kann? Benutzt ihr das Gieserkraut an einem Baum in der Mitte des Schokobowälder? Wenn ihr Glück habt, erscheint dann nämlich der Chef der charmanten Vögel. Kommt dann dieser Fett-Schokobo? Müssen wir gleich mal testen. Hey. Okay, chill. Ihr könnt doch nicht einfach mein Bett kaputt rampeln. Bett, nicht Bett. Ähm, gibt's hier? Sicker neuer Zauber. Weiß. Oh, das ist eine Weißmagierin. Frosch-Wicht-Analyse. Nice. Nehmen wir mit. Konfus nehmen wir mit. Stille nehmen wir mit. Stein. Eisgar. Schon einfach, einfach schon Stufe 3 Zauber. und Lähmung. Crazy, ey. Hot Take fand Bravely Default scheiße. Okay, Freak. Moment, Chat. Unser Krieger kann Magie lernen? Moment. Sie kann auch Schwarzmagie lernen. Aber nicht benutzen. Moment, ich hab ihr jetzt Schwarzmagie beigebracht. Kann sie das dann auch nicht nutzen? Lernen, aber nicht nutzen. Okay, das ist ja weird. Dass ich das überhaupt lernen darf. Ja, okay, gut, stimmt. Man kann ja Klassen einfach wechseln. True. Das ist wahrscheinlich, deshalb kannst du denn das beibringen. Damit du Klassen wechseln kannst. Ja, ja. Ja. Ja, ja, genau. Das ergibt Sinn. True. True, true, true. Daran hab ich gar nicht gedacht. Aber denken war noch nie meine Stärke. Habe ich recht? So, gehen wir mal den Schokobo-Boss treffen. Warte, wir gehen außen. Wie lange machst du heute? Boah, weiß ich gar nicht. Wir haben jetzt 20 Uhr. Ich wollte nicht allzu lange heute machen, aber eigentlich bin ich gerade voll drin, ey. Und hab mega Bock. Hier sieht sowas besonders aus irgendwie. Aber ist einfach gar nichts. Ja, die Zeiten auf dem Plan sind immer nur so eine Richtung. Keine feste Angabe. So, hier eine Gizarraut. Der fette Schokobo erscheint! Der sieht hier gar nicht fett aus. Der sieht hier einfach nur riesig aus. Ach, das ist mein Lager! Stimmt, da war ja was. Man konnte bei dem dicken Schokobo seine Items lagern. Ja! Dieses riesige Ding, ey. Einfach ein riesiges Küken. Okay, gehen wir wieder zurück zu den Zwergen. Also, I guess wir machen auf jeden Fall noch den Feuertempel. Hier, das wollte ich noch abchecken. Okay, da geht's nicht rein. I guess wir machen noch den Feuertempel, holen uns noch die neuen Jobs und dann hören wir wahrscheinlich auf. Aber wie sieht der in 3D aus? Der in FF14, der dicke Schokobo, der sieht sehr nice aus. Vor allem, weil du ihn mit so einer Angel steuerst. Du sitzt auf ihm hinten drauf und steuerst ihn mit so einer Angel und wo an der Angel so ein Gizarraut dran ist. Und dann läuft er hinterher. So, dann. Einmal Frosch, bitte. Nicht Licht, Frosch. Let's go. So, dann machen wir wieder Frosch weg, ey, guys. So. Der für 3K-Player-Commendation hat sogar eine Krone auf. Als ob du auf deine Party Frosch wicken kannst. Hast du mal einzeln gemacht? Man musste ja auch an einer Stelle in der Story auch mit Wicht alle zu Wichten verwandeln. Kannst du auch. Oh nein, Dokas. Goldennadel. Zwei ist Zorn. Äh, ich hab die Gegner aus. Scheiße. Ich wünschte, ich könnte ein Wicht sein. Für mich bist du ein Wicht. 3D-Remake hat mich immer zum Abbrechen bewegt. Achso. Also nie durchgespielt? Ja, das 3D-Remake mochte ich auch nicht so sehr. Aber ich bin auch kein Fan von der Spielen. Bomber. Ja, ist einfach nur Bomber. Äh, Bombe. Ja, nicht Bomber. Okay, die tanken auf jeden Fall einiges. FF 4 und 5 auf Advance. 4 gab's auf at once. Ich hab 5 auf at once. Hier auf jeden Fall rumliegen. Auf dem GBA halt. Aber 4 gab's auch auf dem GBA. Ja, auch bei uns in Deutschland. Gastropod. Weil den 4, als ich den damals gespielt hab, hab ich auch, ähm, die DS-Version gespielt. das, äh, das, äh, das Remake. Gab's auch, ja? Hm. Ja, theoretisch müsste das dann unser erster Release gewesen sein, ja. Von, äh, von FF 4. Wenn's auf dem GBA gab. Ich dachte halt, das war erst mit, mit dem DS-Remake zum ersten Mal bei uns. So. Ja, Cutie Pie hat ein Mies aufs Maul bekommen. Hm? Achso, ich bin wieder zurückgelaufen. Ich bin dumm. Stimmt, diese Anthology-Version gab's ja auch noch, ne? Stimmt, das gab's ja auch noch. Die ist, glaub ich, mittlerweile mies teuer, ne? Hm, 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 hm. Es gibt alle Teile außer drei bis neun äh, auf der PS1. Ja, ja, mit den ganzen Anthologies-Dingern gab's ja damals, ja. Teufelsfisch und Schauderwelle. Dieser Fisch sieht ein bisschen dümmlich aus. Äh, ich hier kämpfen? Verdammt! Red King als Fisch, Junge. Oh, da ist er schon. Ist das ein Gigas? Also, ist Kutzko ein Gigas? Kein Schritt näher, ich rück dieses Horn nicht mehr raus. Euer Licht, äh, Leichensinn wird euer Tod sein. Geile Schlange hat er da. Das ist kein Höschen, das ist eine Schlange. Er ist eigentlich komplett nackt. Das ist einfach der DLC-Boss-Chat aus Elden Ring. Das ist er! Der mag bestimmt keinen Stein. Der hasst Steine, glaub ich. Feuer, oui. Was? Was? Okay. Ihm sind Steine komplett egal. Er frühstückt Steine morgens. Ähm, dann probiere ich mal Eisraub. Okay, Eis ist schon mal besser. Also, langsam aber sicher hat Hubble-Double den Evo-Boy eingeholt mit dem Damage, ne? Mittlerweile ist Evo-Boy gar nicht mehr so krass op. Wow! Netta Damage! Ja, er war Early-Game ziemlich stark. Mittlerweile hat er etwas abgenommen. Oder ist das abgenommen? Der andere hat eingeholt halt, ne? Boah, insane, der damage. Also langsam kann der aufgeben, oder? Ich kann kein Vitra mehr machen. Er kann schlagen! Ist ein Mana leer? Fängt er an zu boxen, oder was? Okay, letzte Phoenix-Feder. Oh, scheiße, jetzt kriegt er keine Erfahrungspunkte. Ich hab gehofft, er wird noch wiederbelebt. Schade! Keine Boss-EP. Das Horn des Eises erhalten! Ui! Moment, ich hab Teleport, ne? Okay, ich hab keine Mana für Teleport. Dann laufen wir halt, ne? Äh... Hm? Chat? Wir werden verfolgt! Hm? Äh... Scheiße! Hm? Äh? Tim sagt einfach nur... Haaa... 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 Wartet! Haaa... Ich hatte mich als euer Schatten getarnt und bin euch gefolgt! Das weiße Ding ist einfach der Schatten! Was seid ihr doch für ein Narren! Jetzt gehören die Kristalle mir! Haaa... Haaa... Junge, ist der Böse! Ich hab Angst vor dem! Das Minus kann reden! Gutsko ist bestimmt zu dem Berg im Norden gestürmt! Ich bitte euch! Holt die zwei Hörner zurück! So, und ich glaube, jetzt der Dungeon, der kommt, der war, glaube ich, recht hart! Ich chikobadu, du Bula Kikaka! Kann sein, dass wir gleich ein bisschen grinden müssen! Danke! Reichtum! Macht! Ähm... Aber ja, wo ist der Turm? Hier einfach drin, oder was? Okay, hier ist ein Schokobowald! Das ist Lava-Höhle! Aber er hat doch gesagt, ich sitze zu einem Turm im Norden! Hier ist kein Turm im Norden! Im Norden gibt's nur die Höhle! Das ist aber richtig, Chat, oder? Ich muss hier hin! Ach fuck, ich hab ihn nicht wiederbelebt! Er hat Berg gesagt? Bin ich dumm? Hat er nicht Turm gesagt? Ja, kann sein, dass wir gleich einen Boost anmachen müssen, zum schneller Leveln! Weil ich glaube, wir müssen gleich grinden! Oder es war vielleicht nur in der DS-Version so! Weil wie gesagt, ich hab ja die DS-Version gespielt und da war hier ein krasser Anstieg an Schwierigkeit, sodass der in der Lava-Höhle, der Boss, der dort war in der Lava-Höhle, der war ziemlich stark und ich musste hier ein bisschen grinden! Deshalb mal schauen! Ja, dann grinden wir! Ja, ja, das ist ja kein Problem! Aber ich meine nur, vielleicht ist es hier gar nicht so schlimm wie im DS-Remake! Ich glaube, bei der Lava-Höhle hatte ich meinen ersten Versuch aufgegeben! Ja! Ja, hast du! Der Salamander! Der Salamander hat dich gebrochen! Adamantamaitamama! Junge, der ist eine riesige gepanzerte Schildkröte! Evoboy kommt mit seinen bloßen Fäusten und prügelt das Ding einfach aus dem Leben! Jo, Krokota! Das ist doch der aus Dragon Ball, ne? So ein Guckos Name! Die sehen eher so aus wie der grüne Kobold von Yu-Gi-Oh! Oder? Der schläft! Wie kämpfen? Was schläfst du? Äh, verliere ich ihm? Chat, wieso verliere ich ihm Lava kein Leben? Was ist passiert? Weil du geil bist? Geen dem Zahn? Äh, wo ist denn der Zahn? Aber wichtig! ein kristall splitter mit der kraft des wassers mehr steht da nicht stimmt und im wasserfall habe ich damage bekommen aber im lava nicht du kriegst kein damage durch lava wenn du eine eisrüstung trägst aber es trägt ja nur einer die rüstung der trägten flammen restent gegen feuer ist wegen dem helm oder was und bieb auf dankeschön wieso wir das nicht angezeigt deine schiffen gibt es ab dankeschön panzerhelm so an der an dem eis helm liegt es nicht an der feuer rüstung liegt sie auch nicht das müssen wir vielleicht weg machen ne ein schwert das die kraft des feuers bringt wirkt als item im kampf feuer ok das hat ja dann gar kein element oder hat gar kein element ich dachte die waffen haben elemente blitzklinge feuerklinge am element aber sie ich kann damit nur und zaubern es sind einfach vier hotte buben joh mürmico leon was 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 ja siehne aus wie chimären eigentlich ne Oder stimmt eher Manticore, nicht Chimera. Manticore, ja. Die Flügel der Löwenkopf und der Skorpionsschwanz. Das ist ja eher Manticore. Junge, der Damage. Ich hätte zaubern sollen. Ich dachte, das reicht. Meine letzte Phönix-Feder. Ich glaube, hier mit so wenig Phönix-Federn reinzugehen, ist nicht smart, ne? Wenn ich schon in Erinnerung habe, dass das ein schwieriger Dungeon war. Der rote Pudding ist richtig wütend. Die Kanonenkugel, Mann. Die Waffen haben Elemente? Eisklinge. Jetzt haben wir Feuer und Eis. Beide Elemente. Boom. Let's go. Weil er hat eine Feuerwaffe, aber irgendwie scheint das trotzdem ziemlich viel Damage zu machen. Aha. Im Wasserfall kriege ich Damage. Lass die Kroketten in Ruhe. Fucking Kroketten. Es ist einfach O-Saft. Okay. Ich bin cool damit. Joa. Okay. Bei dem ballert Eisklinge richtig rein. Ich hab mal gegoogelt. Die Lava selbst macht dir keinen Damage, weil das nur im 3D-Remake eingefügt haben. In der NES-Version hat die auch keinen Damage gemacht, ausgenommen vom Lava-Fall. Oh, okay. Weird. Weil wir hatten ja im zweiten Teil, waren wir ja in einem Dingens drin, äh, in Leviathan. Und da war ja auch so ein Dungeon quasi wie Lava, war das so aus. Und da hat man in der Magensäure die ganze Damage bekommen. Haben die dann hier einfach rausgenommen. Also, ich mein, ich beschwer mich nicht. Ich hasse sowas. Ja, mir geht's nicht darum, dass das jetzt was anderes war, deshalb hat das Damage gemacht, aber ich meine, weil es ist ja quasi dieselbe Idee. Und in anderen Spielen ist das ja auch immer so, wenn du durch Lava läufst, dann kriegst du auch immer Damage. Und das heißt, die hatten ja schon diese Idee vorher gehabt, haben sie dort auch ausgeführt, aber hier dann quasi zurückgezogen. Vielleicht dachten sie sich schon, ah, der Dungeon ist schon schwer genug. Lasst lieber kein Damage machen mit der Lava. Yo, Flushy. Ciao, ciao. An die FF14-Spieler. Wie genervt seid ihr von der Dungeon-Musik? Eigentlich. Ich spiel's. Ja, jetzt spielst du auch gar kein FF14. Weil das ist ja, das ist so ein, das ist ja in FF14, so ein 50er Allianz-Raid. Da läuft die Musik immer. Und das ist so ein, äh, Allianz-Raid, den hassen alle, weil du hast in FF14, hast du so solche, solche Daily-Roulettes, wo du so Daily, äh, bei einem, bei einem, ähm, bei einem Bosskampf mitmachst, Daily bei einem Dungeon mitmachst und so, äh, Daily bei einem Allianz-Raid mitmachst und dann kriegst du halt so Bonus-Erfahrungspunkte. Viele leveln halt damit so tagtäglich. Und in den meisten Fällen landest du immer in diesen 50ern Allianz-Rades. Und alle hassen diese Rades mittlerweile. Weil jeder diese Rades schon so 50.000 Mal gelaufen ist und hasst die einfach. Und dann jetzt diese Musik hier in dem Original eigentlich zu hören, PTSD einfach. Ich hab mit FF14 aufgehört, als Stormblood rausgekommen ist. Hab zu viel Zeit in Cross-Leveling für Skills gesteckt, damit die meine 100 Stunden mit neuem Add-On einfach deleted haben. Stimmt, die Cross-Skills, die gab's ja noch. In, äh, in, äh, Heavensward, ja. Ich mochte die Rades in FF14. Später war das auch Routine und jeder wusste, was zu tun war. Ist das so, weil sich alle Low-Gearn unterreinzukommen? Ich dachte, die 50er-Rades kommen am meisten, weil die meisten Leute haben die die R freigeschaltet. Und deshalb kommen die so oft. Aber das ergibt Sinn, ja. Dass Leute sich dann Low-Gearn damit die 50er kommen, weil die 50er natürlich die, vielleicht die nervigsten sind, aber auch die einfachsten sind, ne? Und am schnellsten gehen. Wenn du dann in so einem Rabbanastre landest, Alter, in einem 70er-Raid, wo keiner Ahnung hat, wie die ganzen Mechaniken funktionieren. Und dann sterben alle und dann liefen irgendwann alle. Das geht nicht mehr. Wurde weggenommen, okay. Wie viele beim Mathe-Boss sterben, ja. Das war damals auch immer so, als ich noch aktiv gespielt habe. Sobald ein nicht 50er-Allianz-Raid kommt in dem Allianz-Roulette, dann weißt du immer, boah, das wird jetzt ewig dauern. Niemand checkt die Bosse. Es wird die ganze Zeit nur gestorben. Es wird gewiped. Stein. Uh, ist hier schon der Boss? Bin ich schon angekommen? Ein Hinterhalt. Oder Leute checken den Sniper, äh, stimmt, es gab ja auch diesen Sniper-Boss. Ja, ich weiß noch, das war immer dieser 70er-Stormblood- Allianz-Raid, der allererste, mit diesem Boss, der immer so eine halbe Arena, auf so eine halbe Arena so eine Säule fallen lässt oder so, wo die halbe Arena dann quasi Insta-Dev-Zone ist. Was ist mit Kerzen-Demon passiert? Direkt tot. Und du gehst rein in diesen Scheiß-Dungeon, äh, dieser Allianz-Raid, erster Try, die Hälfte des Raids wird komplett deleted, weil dieses Ding auf den Boden fällt. Hälfte der Raid wird gewiped. Und dann kommt der Damage-Check, wo alle Gruppen eigentlich aktiv kämpfen müssen. Der wird verkackt, alle wipen und direkt Liebling mit zehn Leute und haben keinen Bock mehr. Alle Raids waren immer meine Lieblings- Release. Lieblings-Release. Okay, ich hab keine, was du meinst. Ich weiß auch nicht. Was hab ich da geschrieben, stark. Äh, Chat, wir müssen raus aus dem Dungeon. Ich hab keine Heilung. Äh, keine, keine Phönix-Feder. Katzen-Dämon bleibt da einfach. So, wir gehen kurz einkaufen. Die Phönix-Feder waren hier selten. Man konnte die nicht einfach im Shop kaufen? Echt nicht? Scheiße. Hab ich gerade einfach alle weg verbraten bei, äh, Gutzko? 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 Doch, kannst du ganz normal kaufen. Okay, nicht so viel. Äh, vielleicht war das auch nur so in der DS-Version, dass die dort selten waren. Nie-Allianz-Rate war so geil, man. Ich hab geheult. Bei dem letzten Kampf. Wegen der Musik. Hab einfach geheult. Und dann bin ich auf YouTube gegangen, weil ich mir, ähm, äh, den Track nochmal anhören wollte. Und der erste Kommentar, den ich gelesen habe, von wegen, ich konnte den Kampf nicht machen, ich lag die ganze Zeit tot auf dem Boden, weil ich nichts gesehen habe beim Heulen. Hahaha. Der Keine-Track. Ja, das war generell Keine. Äh, mit Drakengard noch dazu. Mit Drakengard-Musik noch dazu. Das war richtig geiler Soundtrack. Und dann noch, da war halt Drakengard, der Keine-Song und dann noch das Final Fantasy-Theme. Das Prelude quasi. Alles in allem. Das war so ein geiler Song. So ein geiler Song. Ähm, okay, dann lass es nochmal gehen. Warte, ich kaufe nochmal ein paar Potions, damit ich Mana spare. Äh, welcher Song war das? Äh, vom, dem Near Raid in FF14, der letzte Boss. Ich weiß nicht, wie der letzte Boss hieß. Äh, 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 so, ich kaufe nochmal ein paar Potions hier. So, ein paar Hypochons. Äh, 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 so, dann rennen wir mal kurz ohne Gegner durch. Ich habe da eine Kiste liegen gelassen. Hä? Hä? Wieso ist die resettet worden? Ich habe die auf jeden Fall mitgenommen und da war auch Antarktiswind drin. Ist schon wieder drin. Äh? Haben den Day One gemacht und irgendeine und irgendwie sechs Leute im VC hatten geweint. Mich eingeschlossen. Halt wirklich unendlich Antarktiswind. Immer rein, raus und immer das Ding looten. Ist jetzt nicht so stark, aber, ja, why not, ne? Du warst verwirrt, weil Lava keinen Schaden gemacht hat und bist weggegangen. Echt? Okay, dann war es eine andere Kiste im ersten Raum, die auch Antarktiswind gegeben hatte. War ich so, war ich so durcheinander? No way. Holy shit. Die Kraft des Feuerkristalls lodert nun in mir. Ich bin stark, aber vollends wird sie sich nur entfalten, wenn ich euch die Kriege des Lichts besiege. Auf meinem Mist ist das nicht gewachsen, also nehm es mit nicht übel. Alles klar, Digga? Gutsko hat sich die Kräfte des Feuerkristalls einverleift und ist so stark wie nie zuvor. Sieg ist sicher, greift er die Gruppe an. Da ist der geile Salamander! Der ist im Pixel Remaster Salin, in der S-Version ist er rot. In der S-Version ist er rot und sieht recht cute aus. Hier sieht er richtig böse aus. Oder? Da... Junge, wer ist der denn? Junge. So, okay, let's go. So, ich habe leider mit ihm noch keine Buffs, ne? Können eine Analyse machen. So, ich denke, der macht bestimmt kein Eis, ne? Wir haben Eiska, Leute. Zweimal kann ich Eiska einsetzen. Boah, gelöscht. Wie viel Leben hat er? Schwach gegen Eis, schwach gegen Wasser. Wurde nicht gesagt, man kann Leben dann sehen, wenn man eine Analyse macht? Vielleicht muss ich das nochmal machen. Oh, okay, ich hätte Vitra machen sollen. Jetzt nur 300? Wieso auf einmal weniger? Bei Bossen sieht man nur die Schwäche. Oh, okay. Eisrei. Boah, wie knapp. Fünf Leben. Ich mach mal Vitra auf die Gruppe. Meister. Aber vielleicht war das wirklich das Problem damals in der DS-Version, wieso ich hier so Probleme hatte. Das Problem war, wieso ich Probleme hatte. Ähm. Boah. Also wirklich, dass man dort vielleicht einfach weniger Phönix-Feder hatte und dort keine Phönix-Federn so easy kaufen konnte. Weil ich komm eigentlich gerade ganz gut klar in dem Dungeon. Ich bringe mich meine Krieg von dem Boss ziemlich gerade aufs Maul, aber... Ich meine mich damals erinnern zu können, dass ich an der Stelle ziemlich viel grinden musste. Tod? Einer lebt noch. Der macht das alleine, Chat. Okay, er macht's nochmal. Er macht's alleine. Boah, schade. Das wär geil gewesen, wenn er jetzt gestorben. Okay, wir können noch einmal. Aaaaah. Nein. Hey, wir müssen wohl ein bisschen leveln. Ähm. Ich mach mal ein, zwei Level oder so. Zwei, drei Level oder so. Buck, buck, buck. Schnell. Ich hab getan, was ich konnte. Ja. Hast bis zum Ende gut durchgehalten, aber hat leider nicht gereicht, ne? Die Flamme von dem ist halt ultra stark. Vor allem, dass es dann noch ein Gruppenangriff ist, ne? Ich weiß noch, dass ich damit... Ich weiß nicht, ob das der Teil war auf dem DS oder der vierte Teil, wo ich in jedem Kampf eigentlich immer beim Heiler, egal ob der Gegner schon angegriffen hat oder nicht, ich hab mit dem Heiler immer Gruppenheilung gespammt. Weil ich wusste, die Gegner werden oder der Boss, die Gegner, die werden immer irgendetwas machen, was gleich der ganzen Gruppe schadet. dass ich immer eigentlich durchgehend nur Gruppenheilung gespammt habe. Und somit dann eigentlich ganz gut durchkam. Wow. So wenig. Okay, jetzt hinterhalten, ne? Kann der bitte sterben? Okay. Okay, machen wir noch ein Level? Oh ne, Bantelover. Was geht ab? Ich hab den noch nie Bantelover Event genannt. Ich hab den immer Beaver genannt, ne? Hey Beaver. So. Waren wir den hinten weg? Okay. Hm. 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 Aber ja, Äther gibt's irgendwie noch nicht wirklich, ne? Vielleicht wird hier Äther in dem Spiel eine seltene Ressource sein. Ich kann bisher noch keinen Äther kaufen. Ich hab auch bisher noch keinen Äther gefunden. Ich bin kurz verschluss und hab noch keinen Äther. Okay, gut. Ich bin kurz verschluss und hab noch keinen Äther. Okay, gut, ne? Okay. Okay. Also, ne? unter Evo-Boy und Katzen-Demon. Ne, du bist Level 17. Alle sind Level 17. Aber die Berufsstufe ist ja insane. Unterschiedlich. Also was heißt insane, aber so oft ist doch Hubble-Double gar nicht gestorben. Wieso sind da drei Level Unterschied? Hä? Okay, gut. Es gab wahrscheinlich den ein oder anderen Kampf mal, wo die Gegner so schnell tot waren, dass vielleicht Hubble-Double nicht mehr zum Zug kam. Okay, Level 18. Gehen wir nochmal rein. Wir können das ja ganz easy sehen. Und zwar, wir gehen auf Status und Agilität bestimmt doch bestimmt, wie schnell man angreift, oder? Weil dann hätte er 21 15 15 14 Ah, nee. Die haben beide 15. Und sie ist zwei Berufsstufen unter ihm. Keine Ahnung. Okay, let's go. Agilität ist, wie viele Hits du machst, nicht Präzision. Ahem. Ahem. Der macht direkt Flamme. Der macht direkt Flamme. Jo. Ich hab nur ein Level gelevelt. Okay, gut. War wohl ein Magie-Crit. Ja! Der Damage! Der hat gecrittet! Ja, gut. Heilerin Tod ist echt nicht so geil. Also, wenn er jetzt, ähm, Flamme macht, ist eigentlich schon Game Over. Flamme. Game Over. Okay, jetzt hat er es aber wirklich übertrieben, ne? Okay, dann machen wir noch ein Level. Dann leveln wir auch noch ein Level, ne? Agilität ist beides. Bestimmt, wie oft du angreifst und wie schnell der Charakter dran ist. Okay. 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 E-Vo-Boy ist schon 25. Berufstufe 25. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel macht, Junge, wie viel macht so eine Berufsstufe aus? Ist das, ähm, macht das viel aus? Also viel, mehr zum Beispiel als normale Level? Äh, ja, ich hab nur Feuerresistenz für Hubble-Double. Die anderen haben keine Rüstungen bekommen, wo sie irgendwie da was haben. Nur nur er hier mit seinem Eishelm. Ich meine, ich konnte in der Stadt noch eine Eisrüstung kaufen, glaube ich. Ähm, aber er ist ja gerade nicht das Problem, sondern die anderen, ne? Rage-Quitt? Nee. So ein bisschen Grindy-Grindy gehört ja dazu. Zu so alten JRPGs. Und mit den Boosts ist das ja sogar gar nicht mal so schlimm. Äh, Hubble-Double muss noch Level-Up werden. Wie so in 10 Minuten mal ein bisschen im Kreis rumrennen, ein paar Gegner töten, ist ja jetzt nicht so. Ist jetzt kein Weltuntergang. Bidu, 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 bidu. Eine zweite Eisklinge konnte ich, glaube ich, nicht kaufen. Ich konnte noch keine Klinge, Eis, äh, Eisklinge. Ja, Eisklinge konnte ich, glaube ich, noch gar nicht kaufen. Okay, let's go. Nochmal. Nochmal. So, let's go. Vielleicht hat er irgendwie eine Schwäche gegen Stille oder so. Er macht direkt Flamme, ne? Aber macht schon auf jeden Fall weniger Damage. War Eiskar ging daneben? Ach, du Scheiße. bis wann man Sachen einreichen kann, äh, bis zum Zwölften. Einschließlich im Zwölften, also heute in zwei Wochen. Aber ja, wenn er jetzt irgendwie schon so 80 Damage weniger macht als sonst mit Flammen, ist auf jeden Fall um einiges machbarer. jetzt hätte ich Vitra benutzen müssen, naja. Wenn er jetzt wieder Flamme macht, ist Evo Boy weg, leider. Nice, ist noch Vitra rausgehauen? Ich hab noch vorhin gesagt, oh, tot. Ich hab noch vorhin gesagt, Vitra, so früh schon, ich komm mit Vitra voll gut klar. Aber ja, wenn man das bezieht auf Gruppenheilung, dann ist Vitra schon echt wichtig. Jetzt schon. Alter, eine Phönix-Feder. Chef, wir kriegen neue Jobs. Wir kriegen neue Jobs. Let's go. Krieger des Lichts, die Kraft des Lichts, die dem Feuer in der Wunde will, ich euch vermachen. Der Feuerkristall schenkt der Gruppe sein Licht. Die Berufe, Waldläufer, Ritter, Dieb und Gelehrter stehen nun zur Verfügung. Okay, okay. Okidoki. Sind das die ersten neuen Jobs? Ja. Also es ist der zweite Kristall, aber die, ja, so gesehen die ersten neun, die nach dem Anfang kommen. So, was haben wir denn hier? Ähm, hier, der Ritter. Das können wir theoretisch dem, dem Dingens geben, dem Hubble-Double, das ist quasi eine Erweiterung. Er geht von Krieger zu Ritter. Äh, können wir noch irgendwie Infos dazu lesen? Ne, ne? Uäh. Äh, mhm, 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 was kann der denn Ritter? Der Ritter kann irgendwelche Bumerange jetzt ausrüsten oder so, oder was soll das sein für ein Symbol? Anlegbar. Unten rechts anlegbar, Chat. Was ist das dritte Symbol? Was ist das dritte Symbol? Das ist eine Banane. Okay, er kann jetzt Bananen benutzen. Das ist ein Bumerang. Okay. Waldläufer, Dieb und Gelehrter. Gelehrter kann jetzt Bücher, also Gelehrter kann Bücher benutzen. Was ist Gelehrter, Chat? Eher Healer oder eher Schwarzmagier? Waldläufer ist, denke ich, mal auf Bogen spezialisiert. I guess, ne? Nein, Buch wegen Zaubern. Also in vielen Spielen ist ja Buch so quasi so ein Zauberbuch, wo du das aufschlägst und dann liest du dann irgendwelche Zaubersprüche. Äh, Avantium de l'Arore! Und dann ist alles explodiert. Die Bücher haben Elemente und übertragen sich auf den normalen Angriff. Ja, aber das haben doch auch Zauberstäbe. Ich hab auch schon Feuerstab, Eisstab. Ich überlege gerade, wem ich das überhaupt geben soll. Also ist das jetzt ein Heilerjob oder ist das ein Damagejob? Also ich würde auf jeden Fall unserem Hubble Double Ritter geben, I guess. dem Evo-Boy vielleicht Waldläufer oder Dieb. Vom Mönch zum Waldläufer oder Dieb. Wir haben auf jeden Fall ein paar Pfeile, das könnte vielleicht ganz geil sein, aber ich weiß nicht, wie stark der ist. Ich meine, wir können ja testen einfach, ne? Wenn dann Waldläufer wie so viel Aoe. Wie so Aoe. Inwiefern kann der Aoe. Die haben doch keine Skills, oder? Eisenpfeil und Großbogen. Aber er kann dicke Rüstung damit jetzt tragen. So, ähm. So, du wirst der Ritter. So. Ähm. Dann Cutie Pie machen wir mal Gelehrter. Mal gucken, was der kann. Und der Schwarzmagier bleibt Schwarzmagier Gessner. Für den haben wir nichts Neues. Wer ist der denn, Alter? Alter. Ich bleibe, wie ich bin. Studieren! Alchemie! Ist das eine Blue Mage? Ah, deshalb ein Beschuss. Okay, studieren ist einfach Analyse. Beschützen kann der jetzt, Leute. Alchemie. Uh, okay. Alchemie? Hä? Ist Alchemie nicht einfach ganz normale Items verwenden? Oder haben die dann stärkeren Effekt? Vielleicht hatte Zeus Zorn vorher nur Blitz gemacht, Antarktis hat nur Eis gemacht und Bomb hat nur Feuer gemacht. Jetzt machen die Feuer Blitz und Eis oder so. Und die Heilungen, die sind ja auch so grün markiert, dass die vielleicht weniger geheilt haben und jetzt mit Alchemie heilen die mehr? Beschützen. Er hat ja gar nicht beschützt. Ja, guck mal, ist halt mehr als 50. Ist halt mehr als 50. Ja, ja, ja. wie viel macht denn der Evo Boy mit Okay, also Single Target? Not bad. Ist auch not bad. Ist auch not bad. also den Gelehrten fühle ich nicht ganz. Also ist ganz cool, mit den Items zu heilen. Also mit den Items zu heilen und so ganz cool, aber ich kann ja mit den Items nicht die Gruppe heilen. Und theoretisch, wenn man so ganz viel Antarktis-Wind und Bombensplitter hat und sowas, kann der Charakter theoretisch auch angreifen ganz gut, aber die kann ich ja nicht unendlich kaufen, die muss ich ja nur finden. Aber das wäre jetzt irgendwie lame, wir kriegen jetzt neue Berufe und ich lasse zwei von den Leuten auf dem alten Beruf. Ist irgendwie auch lame. mach doch Dieb. Äh, Cutie Pie zum Dieb? Und wer heilt uns dann? Wer heilt uns dann? Der Dieb heilt uns dann. Oder du machst Gelehrter statt Schwarzmagier. Ja, aber dann haben viel also mit was soll er Damage machen? Mit seinem Buch schlagen oder was? Also Schwarzmagier wegmachen ist auch schwierig, weil der macht halt super viel Schaden mit seiner Magie und dann macht er halt gar keinen Schaden mehr. So, der kann jetzt stehlen und reiß aus machen. Reiß aus ist denke ich mal abhauen. Stehlen ist halt cool. Oder wir scheißen komplett auf den Ritter. Gelehrter ist schlechter Weißmagier. Er ist ja gar kein Magier. Er kann ja nicht mal heilen. Also er kann ja keine Zauber einsetzen. deshalb nicht mal Magier. Deshalb ja also Waldläufer klingt ganz cool. Vor allem wenn er halt auch so Gruppenangriffe machen kann mit dem Schwarzmagier zusammen. die beiden die ganze Gruppenangriffe spammen. Könnte ganz cool sein. Manche Job Upgrades kommen halt erst später. Also ist okay wenn man nicht alle wechselt. Ja. Aber ist halt so schade. Wir kriegen jetzt neue Jobs und zwei von den vier Leuten bleiben bei ihrem alten Job einer von den vieren macht quasi denselben Job weiter also Ritter und die einzige Neuerung die wir quasi haben ist der Waldläufer. Ist das irgendwie ein bisschen schade. Aber ja wir kriegen ja noch einige Jobs ne. Okay Hinterhalt Konnte man hier auch die Formation machen? Also hab ich gar nicht geschaut dass ich alle eigentlich nach hinten stelle Ja okay das war echt wenig Damage Okay gut wir sind im Hinterhalt Äh ne ich glaube es gab hier keine Also ich glaube die konnten hier nicht aufsteigen oder Also die Jobs wurden nicht besser ne So Formation hier Habe ich gar nicht geändert Die stehen bei mir alle die ganze Zeit vorne Die squishy Fernkämpfer stehen die ganze Zeit vorne ne Ich bin dumm Ähm So und der hat jetzt einen Eisen Pfeil Er könnte auch einen Heiligen Pfeil nehmen Heilige Kräfte ist wahrscheinlich dann gut gegen Untote oder so und Eisenfall ist generell ein starker Fall Ich war bei meinem Fanfilms 3 Pixel Remaster Rerun extrem extremer Alle hatten denselben Job damit ich sicher die 9.990 HP bekomme Erst danach habe ich die auf verschiedenen Jobs geskillt Stark Ne ich will ein bisschen Variety haben hier für den Stream Deshalb habe ich mich eigentlich gefreut weil ich dachte wir kriegen jetzt neue Klassen und so jetzt kommt die Salve wo ist sie 82 das wird bestimmt dann richtig böllern wenn dann ein bisschen höher gelevelt ist der der Bogenschütze dann wird das feile regnen werte krieger des lichts ihr müsst uns helfen was passiert turkul meine heimat sie haben uns alles genommen und jetzt wo wir kleinen keinen nutzen mehr für sie haben wollen sie die Stadt anzünden ich ich flehe euch an er stirbt ich ihr anführer kann seinen schwachpunkt wechseln nur gelehrte vermögen ist ihn zu durchschauen deshalb gelehrter chat danke dass ihr uns die zwei hörner zurückgebracht habt sie sind unser wertvollster schatz ja der 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 bosskampf dort der wird wahrscheinlich dann jedes mal sein element wechseln ich meine wahrscheinlich können wir trotzdem auch mit nahkampf runterknüppeln aber wenn wir mit magie kämpfen wollen dann wird er wahrscheinlich immer sein element wechseln und dann müssen wir immer wieder schauen was er genau gerade macht aber das kann ich theoretisch doch auch mit analyse eigentlich also theoretisch kann ich das auch mit analyse machen weil das ist ja quasi der spell den 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 studieren was er dort hat ist ja quasi einfach nur analyse nur ohne mana aber es ist ja derselbe spell nur ohne mana ja analyse sollte reichen ja ich denke auch mit dem zwerg von den unteren Treppen ach studieren zeigt jetzt doch lp an noch bei bossen weil vorhin hieß es analyse zeigt nur bei normalen gegnern lp an und bei bossen nicht hey oh zum danken sollt alle unsere schätze haben ich führe euch sogar stilvoll im mond lauf hin auch wenn ich nicht weiß was das heißt moonwalk der mond lauf junge und dann moonwalkt er einfach aus dem screen legende die schätze ich hoffe ihr könnt mit dem zeug was anfangen notausgang elixier panzer panzer handschuhe jagdbogen echokraut goldnadel gelehrtenrobe feuerbuch gelehrtenhut eisbuch ritterrüstung blitzbuch phoenix feder phoenix feder heldenschild gizerkraut moment mal ich mach mal ihn kurz zum gelehrten jetzt hat er zwei bücher do leh o das ee o o Kurz mal testen. Warte. Ne, das geht hier noch nicht, das kommt, glaube ich, erst in dem, also nicht glaube ich, sondern kommt im fünften. Final Fantasy 5. So. Ähm. Feuerbuch. Okay, ne, ich dachte vielleicht, wenn ich die Bücher benutze, kann ich zaubern. Also mit dem Feuerbuch, dass ich Feuerzauber benutzen kann und mit Blitzbuch Blitzzauber verwenden kann. Okay, dann, dass er quasi trotzdem Magier bleibt. Ne. Hahaha, ja. Er haut wirklich einfach mit einem Buch drauf. Hey, Schlagsi. Brrrr. 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 Und er heilt dann auch selber. Und er macht elementallose Angriffe. aber hier ist ein gelehrter einfach gegen so ein typ der mit items gut um sich gut auskennt weil sie misst eigentlich eher typischer student halt was ist das wieso können wir uns nicht bewegen da sind sie schnappt ihr euch oh shit boom zack klonk 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 war stark für sie ab schloss heim kann immer neue diener gebrauchen der verräter heim hat das schwert von könig argus irgendwo in diesem schloss versteckt das geht mir ich habe einen ausgang gefunden rechel zu meiner linken als wicht käme man durch aber ich hust bin zu schwach zum fliehen nehmt diesen hammer und schrumpft euch damit stark er ist aber tot heim hat irgendwas heim hat irgendeine große macht erhalten und diese macht hat ihm das herz vergiftet und lässt ihn nach noch mehr gieren heim war der treueste ratgeber von könig argus nach dem erdbeben hat eine böse kraft von ihm besitzt ergriffen wir befinden uns im ältesten baum aus dem lebenden wald heim heim hat ihnen ein wandelndes schloss verhext und nun ist der baum ihm willenlos ausgeliefert wir brauchen keine luftschiff um auf diesen baum zu kommen wir werden einfach hingebracht ich bin argus könig des schlosses im norden dieser wüste nun ja es dürfte momentan recht verlassen sein mein ehemaliger ratgeber heim hat meine soldaten mit einem fluch belegt und schickt sie auf raubzüge dabei war er einst mein treuester mann hust hust ist alles in ordnung euremästät hat euch für mich keine sorgen heim muss das handwerk gelegt werden nur darauf kommt es an er wird sterben coole kerker hier ist ein item drin heilung ich erinnere mich an die stelle ich war sie damals so unterlevelt wieso lebt heim ist er eben nicht gestorben nee er hat uns berichtet dass hier heim ist aber der typ selbst war nicht heim der heim ist der böse heiliger pfeil jetzt vielleicht wenn ich hier den heiligen pfeil bekommen ist hier vielleicht jetzt heiliger pfeil wichtig weil jetzt hier ganz viele untote kommen die gegner banane es kommen einfach nur gerade keiner irgendwie ja hier ist es versteckt fahrao einfach der fahrer okay mal gucken wie viel macht so ein wie viel macht so ein heiliger pfail damage ganz schön wenig ich glaube ich habe noch den boost an einfach den kerker hier ausrauben dämon der hat ja ein sickes schwert mit einer roten spitze dämonen sollten wahrscheinlich nicht unbedingt und wir können mal probieren vita gegen den aber ich denke nicht dämonen sollten eigentlich nicht anfällig sein gegen heil zaubern okay wir werden es nicht herausfinden das katzen dem uns bruder ja noch mehr gill wer kommt mit der ketchup am schwert das ist eigentlich seine pommes gabe der hat gerade mies pommes gegessen deshalb musste er sterben weil er pommes mit ketchup ist freak kann man nicht theoretisch auf der karte auch schon geheimgänge sehen wenn welche da sind zum beispiel wie hier königsschwert wir haben es gefunden pommes mit senf muss ich gestehen habe ich noch nie probiert aber klingt irgendwie widerlich aber eigentlich liebe ich senf nur wenn du deinem geheimgang bist okay also so so will ich es theoretisch jetzt sehen mayo ist so geil aber hat so viele kalorien ja deshalb ist das geil nein 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 warte du gehst auf den da hinten du machst vita auf den hier und dann greift ihr alle den hinteren an zack 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 so Oh, Chili Mayo ist stark, ja. Chili Mayo ist stark. Also, ja, die ist stark. Die ist wirklich geil. Aber Mayo ist generell in jeglicher Form immer geil. Yo, Chris, gute Nacht. Ich wollte eigentlich nach dem Feuerkristall aufhören, ne? Jetzt sind wir noch hier. Upsi. Du wolltest aufhören, wer du durch bist. Ach so. Das ist ein Gamer-Moment. Auf jeden Fall. Boah, not bad. Also, auf eine Gruppe so viel Schaden zu machen, ist not bad. Der ist ja schon Heim. Tja, den werden wir wohl jetzt heimschicken. Jo, ist die geil. Die hat kein BH an. Chat. Wie sieht die in 3D aus? Oh, die hat ein BH an. Chat. Seht ihr ein weiterer Grund, wieso die DS-Version scheiße ist? Das ist Zensur, Mann. Ich hasse Zensur. Die Zensur zensieren einfach unsere Titten. Schweine. Free, free the titties. So. Muss auch mal gesagt werden. Ähm, kurz... Augentropfen. Ich denke, Katzendämon braucht nicht unbedingt Augentropfen. Aber... Machen wir mal zur Not. Die Fressefrascher. Ich bin nicht über 40. Okay, let's go. Der gute Heim. Den gibt's auch im Final Fantasy 14, in diesem Raid, über den wir vorhin gesprochen haben. Den gibt's dort auch als Boss. Die Kraft der Dunckerleid sucht ihresgleichen. Doch davon verstehen Narren wie ihr natürlich nichts. Sie lässt mich Wälder bewegen. Ganze Armeen steuern. Mit ihrer Hilfe wird diese Welt schon bald zu meinen Füßen liegen. Und wem das nicht passt, der hat sein Leben verwirkt. Oh, shit. Boah, der ist so cool, man. Guckt ihn euch an. Er ist so cool. Er ist so fucking cool. Okay, dann... Analyse. Bevor ich ihn jetzt mit Magie angreife. Okay, man macht echt wenig Schaden mit physisch. Keine Schwächen vorhanden. Okay, man sieht... Mit Analyse nicht seine Schwächen. Wir brauchen wohl doch einen Gelehrten. Was ist, wenn ich einfach Vitra auf ihn mache? Okay. Okay, not bad. Geheilt. Weil er sieht halt aus wie ein Untot. Er ist ein fucking Skelett. Er ist ein fucking Skelett. Barrierenwechsel. Scheiße. Feuer macht immer noch Damage. Aber die anderen machen alle alle gar kein Damage, ne? Ja. 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 Okay, das war jetzt echt wenig Damage für Feuer. Letztes Mal Feuer. Barrierenwechsel. Jo, Luke. Gute Nacht. Ciao, ciao. Ja, Megalowenje würde zu dem Bosskampf auch passen. Okay, er ist jetzt gerade auf Feuer. Das heißt... Wir ballern jetzt Eiska rein. Jetzt gibt's Damage. Yeah. Scheiß auf Gelehrten. Wer braucht schon Gelehrten? Ja, Kegi ist einfach der Gelehrter der Party. Jetzt kannst Du aber langsam aufgeben, oder? Ich hoffe, ich kriege noch einen Eiska durch, bevor er Barrierenwechsel macht. Und jetzt hat er auf Eis gewechselt und ich heile ihn jetzt mit dem Eiska. Oh, bitte nicht Eis. Bitte nicht Eis. Oh, Eis. Hey, Drunken Annie. Ja, ich bin noch da. Aber nicht mehr lange. Hä? Feuer auch? Er kann doppelte Element haben? Das geht? Ach, er hat immer nur eine Schwäche. Dann habe ich ja die ganze Zeit voll Glück gehabt eigentlich, ne? Ach so, ich dachte, der hat nur eine Resistenz. Aber er hat genau andersrum, nur eine Schwäche. Ja. Okay, es ist kein Eis und kein Feuer. Wobei, ich weiß nicht, ob beide Elemente zählen. Er hat ja Feuer. Nee, der hat ein Eisschwert. Das heißt, wenn er mit Eis gerade nicht mehr Damage macht, dann... Hat er... Hat er... Gerade auf jeden Fall Eis und noch was anderes. Ich sag, der hat gerade Eis und Blitz. Ey, ich mach Feuer! Er hat Eis. Scheiße! Alter, da hat er Eis und Feuer. Analyse funktioniert aber bei dem nicht. Analyse zeigt ja nur seine Dinge an. Also da steht er, er hat keine Schwächen. Habe ich ja vorhin gemacht. Das heißt, ich muss Blitz machen. Dann muss ich jetzt eigentlich... Eis machen? Er wechselt die Barriere. Ach so, er startet ohne Schwächen. Deshalb wurde mir angezeigt, dass er keine Schwächen hat. Sprich, wenn ich jetzt Analyse mache, jetzt kommt eine Schwäche. Ja, ich hab ihn, glaube ich, schon mittlerweile vollgehalten. Gegen Feuer. Ich glaub, das wird nix, Chat. Mana wird langsam knapp. Ich glaub, jetzt wechselt er wieder. Er macht immer, glaube ich, immer drei Angriffe und dann wechselt er immer. Ich glaub, er hat jetzt zwei Angriffe gemacht. Also einen, glaube ich, kann ich noch. Na scheiße. Analyse ist halt Stufe 4. Ich kann halt Analyse nicht so oft benutzen, ne? Ja, wir müssen den Kampf abbrechen. Nochmal neu machen. Und ich gehe auf... Ähm... Ich hol mir wirklich einen Gelehrten ran. Sie ist tot, oder? Ja. Ich mein, vielleicht krieg ich ihn noch runtergehauen mit, ähm... Mit physischen Angriffen. Also, Hubble-Dubble macht du kein Damage. Wenn er eine Eisschwäche hat. Okay, hat gereicht. Die Gruppe vernehmt eine Stimme. Vielen Dank, Krieger des Lichts. Was war das? Sprechende Wände? Ich bin der ältesten Baum aus dem lebenden Wald. Hein hat mich kontrolliert. Doch, ihr habt einen Fluch gebrochen. Dafür gebührt euch mein Dank. Ich will die Gefangenen zurück in ihre Heimat bringen und dann selbst in den lebenden Wald zurückkehren. Ja, Fickgelehrte. So. Scheiß auf die Studierenden Besserwisser. Lang leben wir über die Kriege des Nichts. Also dann brechen wir auf. Die Reise könnte etwas ruppig werden. Doch welche Reise ist das nicht? Habe ich recht? Oh, oh, oh. Der Baum hat ein Gefühl für Humor, ne? Ah, da wo die Fäden sind, da kommt jetzt der Baum hin. Ja, es gibt Sinn. Die Fäden haben ja mir über den Baum erzählt. Wir sind da. Klettert bitte hinab. Auf geht's. Hab Dank. Endlich bin ich wieder da, wo ich hingehöre. Und euch werden diese Winde verwendet. Die Dunkelheit kriecht in die entlängsten Winkel der Welt. Deshalb hat das Licht euch auserwählt, an seiner Stadt zu kämpfen. Nehmt dies. Mögen wir euch vorwärts bringen, wenn die Dunkelheit sich euch in den Weg stellt. Der Zahn des Windes. Das ist ja mit zwei Zähne schon. Tausend Jahre will ich hier ruhen, bis die Wunden genesen sind, die Haien mir zugefügt hat. In dieser Zeit wird der Wald sich verschließen. Niemand wird den betreten. Das ist aber auch wild. Dieser Haien, der so einen ältesten Baum nimmt, so einen riesigen Baum nimmt und daraus einfach ein Schloss, ein fliegendes Schloss macht. Einfach ein fliegender, riesiger Baum. Niemand wird den betreten können. Okay. Geht nun, Krieger des Lichts. Vertreibt die Dunkelheit und stellt das Gleichgewicht wieder her, wenn jemand es vermag, dann ihr... Äh... Ja, I guess wir gehen zum Argus. Zum König. Und gucken mal, was er so sagt. Das ist ein Shit. Schloss Argus? Nee, Schloss Argus war da unten. Ja, wir haben uns in Frieden zurückgebracht, Krieger des Lichts. Lass mich euch von Herzen danken. Dies ist das Rat der Zeit. Ein Schatz, der sich seit Generationen im Besitz des Königreichs befindet. Er stammt aus der Zeit des Volkes der Alten. Bringt es einem Mann in Kana an, der sich Sid nennt. Oh, ihr kennt ihn bereits, umso besser. Dann brecht gleich auf, Krieger des Lichts. Ich wünsche euch alles Gute. Das Rat der Zeit einfach. Das ist sogar eine Buchreihe, ne? Was verschenken die Leute in dieser Welt so alles, ja? Kommt man eigentlich noch von der fliegenden Insel runter? Vielleicht. Aber nur vielleicht. So, wir sind in Kanaan. 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 Kanyan. Rats der Zeit, wer braucht Super 98, wäre besser geschenkt. Ich frage mich, ob man von der fliegenden Insel runterkommt. Ja, ich frage mich auch. Mal schauen. Äh, so. War der nicht hier in irgendeinem Haus? Da oben. Wenn wir doch bloß das Rat der Zeit hätten. Boah, Sid! Ich habe zufällig den Rat der Zeit geschenkt bekommen. Das Rat der Zeit, damit kann ich euch ein neues Luftschiff bauen. Wartet hier, ich werde die Enterprise in das feinste Luftschiff verhandeln, das ihr je gesehen habt. Bin gleich wieder da. Little Bro geht kurz, kurz ein Flugschiff bauen. Fertig. So, mein Werk ist vollendet. Mit bestätigen könnte die Enterprise auf offener See jederzeit in die Lüfte steigen lassen. Allerdings lässt sie sich nur auf dem Wasser wieder landen. Entschuldigt das bitte. Hab wohl den schlechten Tag erwischt. Sid hat die Enterprise so modifiziert, dass sie jetzt auch als Luftschiff fungiert. Also, wenn wir durch sind mit Marathon, machen wir eine Sid-Tierlist. Da brauchen wir eine. Platz 1, FF7. Also, Obdachlosen-Sid gefällt mir. Platz 1, Sid. Platz 2, Sid. Platz 3, Sid. Boah, aber Final Fantasy XVI, Sid ist auch sehr stark. Final Fantasy XVI, Sid ist auch sehr stark. 15 war ja quasi ein Duo aus Tochter und Vater oder Großvater. 8 war es ein Direktor. Gab es hier einen neuen in Sid? Ich kann mich gerade an Sid aus den neuen irgendwie gar nicht erinnern. 5 war auch. 5 war kann ich mich auch gar nicht erinnern, wenn er dort Sid war. Stimmt, natürlich der Herzog. Die kleine Kakerlake war in FF9. Ja, der in 12, das war ja glaube ich so ein Bösewicht. Ne, in 13 war das ein Sid, war so ein Bösewicht oder so. 7 ist halt der coole Dragoon-Sid. Und 16 ist halt der andere Sid, der schwule Sid. Sid, ja, der heißt in FF6, Sid, ja, der heißt in FF6, Sid, oh, okay, das wusste ich gar nicht. FF5 war an Sid und mit, wenn ich das nicht verwechsle. FF5 kann ich mich gar nicht erinnern. Sechs kann ich mich auch an Sid gar nicht erinnern. Habe ich irgendeinen Chap da hinten nicht gespielt? Ja, also der in 16 kriegt, gibt es doch so ein paar Andeutungen, gab es so ein paar Andeutungen, dass er wohl gay ist. Es wurde nicht irgendwie offen gesagt, yo, hallo, ich bin Sid, ich bin gay. Aber es gab so ein paar Hints, die darauf hingedeutet haben, dass er wohl auch auf Boys steht. Oder halt bisexuell, ja, aber es wurde auf jeden Fall, gab es Hints, dass er auf Boys steht. Bo-Bo-Bo-Boys! Äh, kurz schlafen? Welcher steht nochmal? Der aus 16, FF16, aus dem neuen FF5. SIDOLPHUS! So! Okay, unser Schiff kann jetzt fliegen. Wir können nicht über Berge fliegen. Wir können aber von der Insel fliegen. Draghi, meinst du, man kann die Insel noch verlassen? So, das ist die richtige Welt. Eine riesige, leere Welt. Hier können wir nicht hin. Also ich könnte theoretisch hier am Rand landen, aber da ist ja kein Höhleneingang oder so, ne? Was? Hier ist etwas, wo wir hin könnten. Es ist einfach Wind Waker. Ich glaube, Wind Waker gab es ein paar Inseln mehr. Hier ist ein Geisterschiff oder so. Und hier ist noch eine kleine. Da können wir, kann ich da reinschwimmen? Boah, Junge. Ne, kann ich nicht. Junge. Ja, I guess. Oh. Boah, 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 boah. Wir können hier hin? Es ist ein Schiffswrack. Aber ich will erst mal in die Ruine. Einmal Transformer einfach. Ja, Mann. So. Es ist der Wassertempel. Es ist direkt schon ein Dungeon. Das ist nicht der Wasserkristall, oder? Das ist eher so ein Wassersplitterkristall. Eine Stimme halt durch die Hallen des Tempels. Einzig Aria, der Priesterin dieses Tempels, ist es erlaubt, den Splitter des Wasserkristalls zu berühren. Aria? Okay. Also doch kein Dungeon. Nur, 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 nur ein Eingang für den Dungeon später. Gezeitenhöhle, Untergeschoss. Die Tür ist versiegelt. Wir sind einfach nirgends so willkommen in der großen, weiten Doppelliga. Junge, die Bandführer sind ja maximal ekelhaft. Okay. Ich bin voll浑, ich bin ganz millones. Ich denke, es ist Ronald und blow. Dann geht's mal. Hier kriegt's. kiss- Krötenpanzer oder so, okay. Hier ist ein bisschen ein Secret, oder? Nein, hier, nein, okay. Nein, ich wollte die Gruppe angreifen. Scheiße. Jet, hat er dir schon mal einen Bandwurm? Ich gebe ihm mal hier wieder den Eisenpfeil. Wir kämpfen ja nicht mehr gegen Untote. Yo, was sind das für geile Kröten, Mann. Nein, aber ein Polypen im Rektum, wenn das zählt. Ich habe keiner, was ein Polypen ist. Soll ich mal zum Arzt, weil ich habe seit Monaten Schmerzen im Bauch. Und die gehen nicht weg. Seit Monaten also, Riki. Boah. Seit Dezember. Hält sich echt wacker, wa? Riki, was ist eigentlich dein Scheißproblem? Ähm, ja. Lass mal kurz zurück. Wir kommen hier nicht weiter, aber ich kann mich an etwas erinnern. Ich meine, man musste in diese Stadt, wenn man in den Dorf der Alten, ich glaube, man musste mit jemandem hier reden. Nachdem man raus kann, ne? In die große, weite Welt. Ich glaube, irgendjemand hat mir dann hier gesagt, yo, by the way, was geht ab? Du musst jetzt das und das machen. Hallo? Hallo? Es will mir gibt es einen Wald in dem Chocobus-Leben. Ähm, nee. Der sagt auch das Gleiche. Das sagt, äh, nee. Der sagt auch nichts Neues. Okay, vielleicht hatte ich das zur falschen Erinnerung. Aber irgendwas war hier. Irgendwann musste man hier hinkommen. Wegen etwas Wichtigem. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Wenn der Blinddarm, weißt du, Bilddarm ist und danach 5,5 Minuten lebst, dann bist du bereits unsterblich. Also ja, also Blinddarm muss ja eigentlich recht schnell raus, ne? Und Blinddarm sind, glaube ich, so massive Schmerzen, da kannst du nicht einfach sagen, boah, heute gehe ich nicht zum Arzt, oder? Ich glaube, blind, also ich hatte noch nie Blinddarm, der raus musste. Aber so wie Leute das erzählen, sind die Schmerzen, glaube ich, so schlimm. Äh, das ist nichts, wo du einfach sagst. Ja, Chili-Vanilli, Digga. Vielleicht hast du einfach nur einen Furzquersitzen. Oh, da ist eine Höhle. Oh, da ist noch eine Höhle. Ach nee, hier war ich ja schon überall. Da waren ja die Wichte. Und Cremaro, Dankeschön für sieben Monate im Prime. Vielen, vielen Dank. Ein Arbeitskollege hatte einen Blinddarm-Durchbruch, der hatte dann Monate mit Problemen. Oder Riki ist einfach Ultraschmerzresistenz, vielleicht. Habt Dank für die Rettung von König Argus, Krieger des Lichts. Unser Kontinent befindet sich noch hoch oben in der Luft. Er ist ein schwebender Kontinent. Das Rad der Zeit. Manche sagen, es würde niemals aufhören, sich zu drehen. Ritter sind tugendhafte Kämpfer. Selbstlos schützen sie jenen Gefährten, der am meisten geschwächt ist. Ah, so funktioniert der Spellbeschützen. Von den vier Feuern ist das rechte ein Schalter, der eine geheime Tür öffnet. Diebe verstehen sich meisterlich auf das Öffnen von Schlössern. Es gibt keine Tür oder Truhe, die vorhin sicher ist. Okay, Flamme. Die vierte. Die vierte Flamme. Das ist eine Flamme. Habt Dank für die Rettung. Danke, 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 danke. Hier sind vier Flammen. Der ist sogar markiert. Der ist sogar markiert. Ich will mich mal in einer Notaufnahme behalten, aber ich sagte, nee, keine Lust. Ich glaube, das sind Konsequenzen. Ah, der Ricky. Wie wäre es, wenn du morgen beim Arzt anrufst? Tür ist verriegelt. Er hat irgendwo coole Schlüssel gehabt. Zauberschlüssel. Yeah. Feuerbuch. Eisfile. Blitzbuch. Feuerfeil. Gelerntenrobe. Eisbuch. Okay, jetzt haben wir ganz viele Elementenpfeile. Für unseren Boy. Junge, ich habe auch kurz Witzebuch gelesen. Nicht Blitzbuch, einfach Witzebuch. Who are you? Ich erforsche die Herstellung des Elixiers, einer wahrlich geheimnisvollen Tinktur. Zweimal ist es mir durch puren Zufall gelungen, den Wundertrunk zu brauen. Die Flaschen sollen euch gehören. Oh, stark. Ich hoffe, meine Elixiere werden euch hilfreich sein. Das Knopf. Und Dave, Sodius. Dankeschön für 16 Monate. Vielen, vielen Dank. Phoenix. Blitz. Eishelm. Ja, das bringt mich nur in der Story jetzt nicht wirklich weiter. Aber viel cooler Loot. Wie viele Elementarzahler braucht es, um den letzten Boss zum Töten? Yes, gutes Buch. Setter hat ein neues Luftschiff gebaut. Fantastisch. Worauf wartet ihr noch? Die Welt ist weit und will erkundet werden. Ja, ich habe sie versucht zu erkunden, aber sie möchte nicht erkundet werden. Moment. Ich kann ja nicht im Wasser landen. Moment, ich kann hier landen. Auch nicht. Nee, ich muss ja im Wasser landen. Aber das ist wahrscheinlich Kanu-Gewässer. Da ist irgendein riesiger Fisch noch. Vielleicht kann ich, ähm... Stimmt, ich bin dumm. Ich war doch nicht beim Wrack. Du hast recht. Ich bin nur kurz in den Wrack reingegangen und hab gesagt, oh Moment mal, ich will erst in den Tempel. Und dann hab ich komplettes Wrack vergessen. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so maximal dumm. Gibt's hier Gegner? Keine Gegner? Keine Gegner? Da ist jemand. Ist das die Prinzessin? Erstmal klauen. Buh, Schwert! Das war unser Run-Retter in Final Fantasy 2. Ein Schwert, das dem Gegner LP entzieht. Oh nee, das ist was anderes. Okay. Das große Beben war kaum verklungen. Da war die Welt von den Fluten überrannt. Zum Glück befand ich mich gerade auf einem Schiff. Nein, nicht der ist die Prinzessin. Hier. Elixier? Gönn dir. Wo bin ich? Und wer seid ihr? Dieses Licht in euch? Kann es sein? Ihr seid Kristallwerte, er wählte Krieger. Die Kristalle haben also ihre Wahl getroffen. Denn es ist doch nicht alles verloren. Ich bin Arya, die Priesterin des Wassertempels. Was ist passiert? Hört gut zu, Krieger des Lichts. Die Kraft der Erde rief ein schreckliches Beben hervor. Der Boden riss auf und verschluckte den Wasserkristall. All jene, die unter seinem Schutz standen, sind zu Stein erstarrt und die Lande wurden überflutet. Ich bitte euch, bringt mich zum Wassertempel. Dort befindet sich noch ein Fragment des Wasserkristalls. Wird es mit dem Kristall vereint, dann lässt sich der Fluch vielleicht aufheben. All right, let's go. Seid ihr nicht zu schwach? Sorgt euch nicht um mich. Das Schicksal der Welt wiegt schwerer. Bitte hört mich, bringt mich zum Wassertempel. Wie ihr wünscht. Vielen Dank. Arya hat sich der Gruppe angeschlossen. Okay, let's go. Hätte Potion auch echt gereicht? Ich habe ja schon mal eine Omi geheilt mit Elixier. Also dachte ich mir, ich muss die auch heilen mit Elixier. Elixier ist ein Allheilmittel. Ich wusste ja nicht, was sie hat. Tut nicht jedes Schwert die LP des Gegners entziehen? Nein, nein. Du ziehst mit normalen Schwertern, ziehst du das Leben ab von Gegnern. Aber mit dem Blutschwerst entziehst du das Leben. Also du heilst dich damit. Kotzt du, nee? Ich wollte nur ein authentisches Husten nachstellen. Oh ja, ich muss immer ins Wasser. Moment, soll das so, Chad? Dass sie immer so hängen bleibt? Also haben das alle Begleiter gehabt oder nur sie, weil sie kränklich ist? Alle haben waren so? Okay. Gleich drauf geachtet. Sei ein Glück. Diesem Splitter wohnt noch immer Licht in der... Sie wirst du sterben, oder? Arja hebt den Kristallsplitter behutsam auf. Du hast gerade gefühlt deine Lunge ausgehustet. Gutes Voice-Acting. Ja, danke. Hat mir Mühe gegeben. Kommt, wir müssen den Splitter zu der Höhle nördlich von hier bringen. Diese Tür wurde versiegelt, damit kein Außenstehender das innere Heiligtum betreten kann. Nur wir, Priesterinnen, vermögen, sie zu öffnen. Arja kniet nieder und spricht ein Gebet. Bismillah. Das Siegel der Tür löst sich auf. Gehen wir. Gibt das jetzt ein Dungeon hier? Ich glaube, es scheint ein Dungeon zu sein. Und Blitzfeil. Ja, wegen Wassergegnern. Wenn es überhaupt hier ein Wasser-Dungeon ist. Stimmt, hier kamen nur die Liga und die Bandwürmer. Ich glaube, die hatten keine Blitzschwäche. Ich habe bei dem einen einfach 176 Damage gemacht. Für Streaming, wenn es nicht klappt, einfach Synchronsprecher werden. Ja, aber nur Synchronsprecher fürs Husten. Ich werde nur Charaktere synchronisieren, die viel husten. Jo, Kokteritze! Wieso sind Kokteritze in dem Teil keine Hühner? Was ist denn mit denen? Die haben irgendwie geile Ärsche, oder? So wenig! Ich habe keine Ahnung, was sie darstellen sollen. Irgendwelche Echsen, oder so. Jo, gute Nacht, Jules. Ich suche es hier in der Sackgasse. Das ist doch bestimmt ein Secret, oder? Kein Secret? Crazy. Ich meine, wir können jetzt mal gucken, was die... was die DS-Version für eine Interpretation von denen hatte. Weil normalerweise sind das immer so Hühnchen. Oh, shit. Die DS-Version, scheiße. Junge. Holy shit. Wer ist der denn? Der sieht gerade so aus, als hätte er, keine Ahnung, sich so mies überfressen. Dass er kurz davor ist zu kotzen und sich gerade anstrengend nicht sich zu übergeben. Der ist so ein Großjager aus Monster Hunter World, der gerade so einen Monster gefressen hat und komplett überfüllt ist. Und du auf ihn draufschlägst und er so sabbernd ist. Und kurz davor ist das Essen wieder auszukotzen. Hot, genau, hot. Smash or pass? Ja, ich passe. Junge, der eine wieviel Damage er bekommen hat einfach. So sah ich aus, als ich am 20.04. ein Brownie zu viel gegessen hatte. Ein Brownie oder ein Brownie? Ich habe keine Potions mehr, lol. Dann habe ich die alle verballert. 20.04. also war es Brownie. Ein Brownie? Okay. Nein? Blitz. Ein besonderer Brownie, if you know what I mean. Okay. Ich habe das DS-Remake also zurecht weggelegt. Ja, ja. Diese Kokatrizis hier. In dem... Ich bin vergiftet. Hier haben sie einen richtig definierten Arsch irgendwie. Ähm. Antitod. Was ist das für ein Dungeon? Hier ist ja gar kein Loot zu holen. Ähm. Ähm. Ja, ohne Maeve wäre es... Ohne Maeve? Ich wollte ohne Maps sagen. Wo kommt Maeve auf einmal her? Ohne Map wäre ich safe falsch gelaufen. Also die Maps generell in den Pixel Remastern, die... Erleichtern einiges. Und nehmen so... In manchen Situationen auf jeden Fall einem sehr, sehr gut. Die Frustration, die vielleicht im OG da gewesen wäre. Maeve ist Renfrey in deinem Kopf, seitdem er den, äh, deinen Fuchs geklaut hat. Ich denke, jede Nacht, wenn ich schlafen gehe, über ihn. Was löst dieser definierte Arsch in dir aus? Kraft. Ja, was ist dieser Weg? Äh. Äh, Cosplay, ich würde nicht so weit gehen, nee. Hahaha. Also ich meine, den Arsch dafür habe ich schon. Aber so drin bin ich jetzt nämlich im Cosplayen. Dass ich jetzt daran interessiert wäre. Würdest du Lamiya cosplayen? Moment, kein Bosskampf? Höre mich an, oh Wasserkristall. Hol dir dein Licht zurück. Arya bringt dir Wasserkristall das Licht aus dem Splitter dar. Dieser, dieser Splitter ist bestimmt irgendein Bösewicht, der sich als Splitter tarnt. So wie, äh, der Gottesk, oder wie der hieß er, Gotsek, als Schatten. Da ist jemand. Pass auf! Sie stimmt ja wirklich. Urge. Arya. Habeldabel. Habeldabel. Arya. Ihr habt mehr Glück als verstanden, wie es scheint. Dieser tödliche Pfeil galt euch, Krieger des Lichts. Ich, Kraken, werde im Auftrag meines Meisters Xande den Wasserkristall in Stücke schlagen. Er wird sein Licht niemals wiedererlangen und ihr euer Lebenslicht verwirken. Das Ungeheuer stürzt sich auf die Gruppe. Boah. Den will ich in der DS-Version sehen. Ich bin ein bisschen im Gemüso vieler nur mitерut. Welches Bauern kann durchgebt werden. Ich bin primiert. Ich bin ein Gutes. Ich bin ein Gutes mit Lede. Ich bin los dxue nach K statements. Ich bin bin einsaches 지금까지 nicht. Ich bin ne austral. Ich bin ein sehr 걸ter. Ich bin ein Gutes und walares. Ich bin ein Gutes Fall. ement habe ich immer wieder mit uns Kleuk-1 cái Hallsam Essen sex zu machen. Wer ist der? Was ist das? Warum ist der Stream eigentlich DS-Remake-Hate? Nein, ist kein Hate, aber es ist einfach interessant, was für eine Interpretation sie auf dem DS hatten. Bei manchen Gegner-Designs. Es ist einfach aus Interesse. Analyse? Boah, Eiska. War ein bisschen gruselig. Warum ist der Rot im Remake? Ich weiß es nicht. Also der lila Salamander war auch im Remake schwach gegen Blitz. Der lila Salamander war im Remake auch roter Salamander. Keine Ahnung, wieso sie die lila Gegner alle zu rot geändert haben. Habe ich schon Blitz da? Doch, Blitzer habe ich. Die Fleischwurstbeine. Bestimmt irgendwas mit DS-Limitierung. Ich glaube, auf dem DS gab es auch die Farbe lila schon. Der hat ihn nur rot und grün. Gehst du am Ende das Bestiari durch? Wir machen Smash or Pass. Bitte. Der war auf jeden Fall um einiges einfacher. Um einiges als der Salamander. Aber ich glaube, alle Bosse werden schwierig, die Gruppenangriffe spammen können, die recht stark sind. Aria. Der Wasserkristall hat sein Licht zurückerlangt. Das ist euer Verdienst. Krieger des Lichts. Aria, ihr müsst euch schonen. Nimm dies. Die Kraft. Des Wasserkristalls soll euer sein. Aria vermacht der Gruppe die Kraft des Wassers. Die Berufe. Die Berufe Geomant, Dragon, Vishinger, Karateka, Dunkelritter, Beschwerver und Borde. Junge Chill. Einfach alle. Viel zu viele coole Berufe. Hallo? Aria, ihr dürft nicht sterben. Für mich ist es schon zu spät. Aber nicht für euch. Geht. Vertreibt das Dunkel aus der Welt. Und gebt ihr das Licht zurück. Das ist mein einziger Wunsch. Aria. Lebt wohl. Schade. Ein Erdbeam. Wir müssen hier raus. Wir können doch Aria nicht einfach hier liegen lassen. Vorsicht. Ah. Das Wasser sinkt. Na endlich. Ihr seid wach. Das wurde aber auch Zeit. Oh wirklich, wo sind wir hier? In Amur. Der Stadt des Wassers. Mein Großvater hat euch besinnungslos im Wassertempel gefunden. Vor drei Tagen. Drei Tage? Wir waren drei Tage bewusstlos. Auf einmal landet. Ja, es hieß ja vorhin, dass das Land geflutet wurde, seitdem der Erdbeam kam. Das Dunkel kam. Es geht euch wieder gut. Da bin ich ja beruhigt. Okay, Chad. Chad. Wir haben viel zu viele neue, coole Berufe. Junge, Junge, Junge. Der Geomond. Der kann bestimmt auch Schwarzmagie. Der spielt mit Glocke. Der Dragoon einfach. Das ist immer so ein Drachenreiter in Final-Fantasy-Spielen-Chat. Und den vielen anderen dann nur so ein Springer-Typ. Also meistens immer so ein Typ mit einem Speer, der dann immer so springen kann. Und so Pogoen kann quasi. Der springt dann hoch, ist eine Runde weg. Ist so wie Schaufler bei Pokémon, nur in die Luft. Der springt weg, ist eine Runde weg. Und am Anfang der anderen Runde landet er auf dem Gegner. Der Wikinger. Der kann mit Hämmern und Echsen umgehen. Der Karateka-Chat. Da ist unser neuer Mönch. Jo, der Dunkelritter. Der kann mit Clown kämpfen, der Karateka. Der Dunkelritter einfach. Beschwörer. Und Bade. Ja, I don't know. Also, Hubble-Double. Let's go. Dunkelritter vielleicht. Mal testen, was das wird. Ich habe keine Waffen für ihn. Mit was kämpft der dumme Wichser? Einfach der dumme Wichser. Hä, der hat doch Schwerter. Nee, nee. Der, der, der Dunkelritter kämpft nicht mit Sperren. Der kämpft mit Schwertern. Da ist ein Schwert, irgendwie ein Rapier und ein Bumerang. Und das Schwertsymbol da unten ist genau das gleiche wie beim Krieger. Und beim Ritter. Aber irgendwie. Kann er die Schwerter nicht benutzen, die ich gesammelt habe? Dragoon habe ich halt auch gerade kein Speer. Aber wir können wahrscheinlich in der Stadt einige Waffen kaufen, die, ähm, die wir dann benutzen können mit den Rittern. Dunkelritter braucht Katanas. Kannst den Beruf ewig nicht nehmen. Das wäre ja mega dumm. Karateka. Also, ich denke mal, unser Evo-Boy könnte ein Karateka werden. Aber Bogen ist an sich auch gerade ganz geil, ne? Aber so haben wir ihn wieder zurück zum Mönchen. Ähm, Cutie Pie. Ich glaube, Cutie Pie können wir nicht wechseln. Keiner von denen ist Heiler, oder? Ich weiß nicht, vielleicht ein Beschwörer kann vielleicht Weißmagie benutzen. Nee, kann er nicht. Kann ich? Nee. Ähm, Bade ist ja ein Supporter. Kann Bade vielleicht? Kann auch nicht benutzen. Moment, Gott. Nee, Glatter ging auch nicht. Ja, die können alle nicht heilen. Ich kann doch nicht meine Heilerin weggeben. Das ist ja mega dumm. Ähm, wie sieht's aus mit dem Geoman? Kann er Schwarzmagie? Okay, das seh ich ja nicht. Hier, ich... Nee, der hat alles auf Null. Null Mana überall. Ich dachte, er kann halt... ...auch Schwarzmagie machen. Das ist alles irgendwie sehr enttäuschend gerade, oder? Beschwörer, kann der Schwarzmagie? Der kann Schwarzmagie, Chat. Oder? Weil der hat auf jeden Fall der Mana. Der hat auf jeden Fall Mana. Ähm... Boah, schwierig, Leute. Wir gehen mal kurz in den Shop. Hier in der Stadt. Gucken wir mal, was es dort für Waffen gibt. Dann können wir schon direkt ein paar Klassen ausschließen. Wenn wir jetzt keine Speere bekommen, keine Katanas bekommen und so, keine Äxte, keine Hämmer, dann können wir die Hälfte der Klasse nicht mehr machen. Also... Speere gibt es. Äxte gibt es. Krallen gibt es. Also wir können den Ragun machen. Wir können einen Baden machen. Und wir können einen Wikinger machen. Ansonsten schwierig. Also ich kann ja meine Heilerin nicht weggeben. Das ist ja super schwierig. Bei Weißmagie ist das dasselbe. Neben diesem können... Ach so. Okay, ich lese es. Ähm... Ich weiß halt nicht, wie stark... Also... Bade ist ja auch ein Support. Main Gautscher. Ähm... Bade ist ja auch Supporter. Vielleicht kann er irgendwie heilen. Und... Vielleicht macht Beschwörer auch ganz gut Damage. Warte, wir gehen mal kurz in die... Raus. Wir haben... Der... Der Dragoon ist grad nicht das Problem. Mir geht es ja auch um unseren Magier und unseren Weißmagier. Das ist grad das Problem. Mach alle 14 Dragoon. So, er kann jetzt springen. Singen kann sie. Stellt LP aller Gefährten wieder her. Er kann noch nicht beschwören. Wir müssen Beschwörungen erst suchen. Denk ich mal. Er kann Kraft schub. Ah, ist okay. Ist wie mit Weißmagier Vita auf die Gruppe. Treten. Karateka, Leute. Er fliegt da mit seinen Kicks einfach rein. Eins! Ich hab, glaub ich, ihm keinen Sperr gegeben, oder? Ich glaub, ihm keinen Sperr gegeben. Ja, er hat keine... Er hat gerade mit Doppelschildern auf den Gegner draufgejumpt. Der Mon kann Krallen benutzen, aber im Shop stand, dass er mit den Krallen schwächer wird. So, warte, kurz. Beruf, ähm... Beschwörer zu Geomant. Gab's da keine Glocken im Shop? Ja, halt, ist sad, wenn wir jetzt wieder nicht, ähm... wieder die beiden nicht wechseln können. Hab ich hier keine Harfe gegeben? Ja, hab ich auch nicht. Okay. Vielleicht kann er auch ohne Glocke zaubern. Er müsste ja so die... Das Terrain um sich verwenden können zum Zaubern. Hallo? So, jetzt kann er richtig springen. Ist die Heilung stärker, wenn sie eine Harfe hat? Terrain, hier. Terrain. Nee, Harfe wird nicht stärker. Wie stark ist eigentlich ihr Angriff? Wie stark ist es? Okay, naja, Fäuste. Terrain. Ist Terrain immer Erdbeben oder passt sich das Chat dem Hintergrund an? Passt sich an. Okay, warte, wir gehen mal in den Wald. Wie viel macht er Normal-Damage? Wirbelsturm. Okay, ist ja komplett random. Ich kann nicht mal auswählen, wen ich angreife. Die ist ja super stark. Dem können wir halt noch ein zweites Speer geben. Naja, also, sie kann halt so ein bisschen die Gruppe heilen. Mit dem Gesang. Und ich meine, wenn sie so als Single-Target jemanden heilen muss, dann könnte ich ihr halt theoretisch Items geben. äh, mit Items benutzen mit ihr. Dann benutzt sie halt irgendwie High-Potions oder so. Ich weiß nicht, ob die noch mehr Lieder lernen können. Chat, könnt ihr noch mehr Lieder lernen? Oder bleibt das immer noch bei Pa'n? Pa'ön! Lernen mehr, okay. Dann könnt ihr vielleicht auch so Gegner debuffen und so und das wäre eigentlich vielleicht ganz cool. Und wenn ich dann merke, dass ich bei einem Boss bin oder so, der super stark ist oder so und ich dann eine größere Heilung brauche, dann könnte ich ja immer noch wechseln auf wieder auf White Mage. Kraftschub. Ja, also Geomant ist halt ein bisschen unkontrollierbar, ne? Ist halt ein Gamble. Ich kann nie genau sagen, wen ich treffe. Ob ich einen treffe, ob ich mehrere treffe. Boah, der Karateka, Leute. Der Karateka, Alter. Er fliegt da mit seinem Kick einfach in die Menge rein. Bing, bong, bing, bong, 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 bing. Alle tot. Ja, gerade in dem Chat wurde geschrieben, generell, dass es bei ihm random ist wohl, was er macht. Der Geomant. Und vielleicht, wenn er noch eine Glocke hat, ist das dann noch geiler oder so? Karateka kann sich buffen im Gegensatz zu Mönchen und der hat einen Gruppenangriff. Der Mönch konnte einfach nur draufschlagen. Mehr nicht. Nee, nee, keine Glocke. Ja, wir können noch mal den Sprung testen. Oh, shit. Also, Karateka ist schon sehr cool, ja. Ich glaube, der Karateka hieß, glaube ich, im DS-Remake Schwarzgurt, oder? Zehn Treffer. Okay, Schwarzgaard. ... ... Man hat Karateka im DS erst beim letzten Kristall bekommen, ich könnte aber auch schwören, dass man Dragoon und Dark Knight im DS-Remake auch super spät eigentlich bekommen hatte. 367. Ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich Dragoon und Dark Knight irgendwie kurz vorm Dingens bekommen hatte, kurz vorm Kristallturm. Junge, die Statusveränderungen, holy shit, die haben ja einfach alles. Dragoon war auch im DS-Teil beim Kristall, okay. Du meinst Ninja und Nandan? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit Schlafen kuriert wird, die ganzen Zustände. Äh, hallo, äh, ich hab zwei sterbende Leute, können wir uns kurz hinlegen? Ey, wir haben gleich schon 23 Uhr, holy shit. Diese bleiben Frösche und Wicht, wow. So, und jetzt kann ich Frosche und Wicht nicht despellen, weil Cutie Pie halt kein Weißmagier ist. Ich könnte es halt mit Items machen. Dann bin ich halt sehr abhängig von Items. Final Fantasy 3 Bade. Also sie hat, sie kriegt ab Stufe 10, kriegt sie Manuett. Der, äh, boostet den Damage. Ab 20, bekommt sie Elegie. Der boostet meine Verteidigung. Ab 30 bekommt sie, äh, Requiem. Macht den Gegnern ganz viele Zustandsveränderungen. Und dann kriegt sie später mit, ab irgendeinem Punkt kriegt sie ja einen Buff, der Abwehr aller Verbündeten nochmal steigert. Okay. Hm. Also sie wird nicht irgendwie später noch eine krassere Heilung bekommen oder so. Sie wird für immer... Ich mein, ich mein, es wird ja später, es wird ja später eine bessere Weißmagier geben und einen besseren Schwarzmagier geben. Ne? Die wird es ja später eh geben. Das heißt, den Weißmagier, den Schwarzmagier ewig leveln, wird sie jetzt auch nicht bringen. Wir können ja zwischendurch was anderes machen. Wie zum Beispiel jetzt mit Katzen, die man ein bisschen auf Geomant oder Beschwerer spielen. Mit Cutie Pie vielleicht ein bisschen Bade oder so spielen. Ja, wenn sie ihre Heilung spammt, ist das ja an sich okay, aber ja. Aber Chat, wie ist das mit dem Beschwerer? Muss ich den Beschwerer leveln, damit er Beschwörungen bekommst? Damit er bekommt? Oder muss man die finden? Du kannst sie kaufen wie Spells. Oh, Moment. Ich war gar nicht im Shop, ne? Ach, hier gibt es gar keinen Spellshop. Hier gibt es gar keinen Spellshop. Okay. Also ja, dann theoretisch der Beschwerer lohnt sich auch jetzt noch nicht. By the way, so sieht die Map jetzt aus, Chat. Nachdem das Wasser weg ist. Auf jeden Fall einiges mehr zum Erkunden. Bis auf drei bestimmte Summons, die musst du finden via optionalen Bossen, okay. Aber ja, Chat. Wie wir hier weitermachen, was für Klassen wir nehmen. Und was noch auf der Welt hier wir zu erkunden haben. Das werden wir dann alles nächste Woche Sonntag sehen, ne? Wir haben es schon recht spät. Und ich denke mal, was machen wir jetzt mit dem aufklappbaren Kanu? Da ganz oben. Ganz oben. Hier. Hier, ganz oben. Da. Ich glaube, da können wir mit ihm rumdüsen. Durch diese engen Kanäle. Da werden wir ihn benutzen. Ich weiß nicht, ob wir nächste Woche Finale schaffen. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich bin. Wir haben jetzt drei Kristalle von vier. Und nach dem vierten Kristall kommt ja noch der große End-Dungeon. Und so. Das könnt ihr vielleicht hinhauen. Ja, der Teil macht sehr viel Spaß. Ich weiß halt nicht mehr, wie viel da kam nach dem letzten Kristall. Ich weiß, dann kommt ja dieser Turm. Und der Turm hatte ja irgendwie einen Unter-Dungeon, dann einen Ober-Dungeon. Dann gab es ja noch diese... Ich will jetzt nicht spoilern, ne? Aber dann gab es ja noch den Shit danach und so. Und ich weiß gar nicht, wie groß das war. Deshalb kann ich das noch schlecht einschätzen. Weil irgendjemand meinte ja, how long to beat, sagt 30 Stunden. Und ich habe gesagt, wir werden niemals 30 Stunden brauchen. Und deshalb vielleicht verschätze ich mich da. Und da kommt wirklich was ganz Großes noch. Ja, ja, ich habe auch gesagt, das braucht auf keinen Fall 30 Stunden. Auf keinen Fall. Das klingt viel zu viel. How long to beat, sagt 17. Okay, dann wurde ich angelogen. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Aber was sagt der Chat? Von dem, was wir heute geschafft haben. Wir haben jetzt 6 Stunden dafür gebraucht. Nochmal 6 Stunden obendrauf. Würden wir schon durchspielen? Oder wäre es zu wenig? Wir haben jetzt da. 6 Stunden haben wir gebraucht. Könnte knapp werden, aber machbar. Ja, natürlich, how long to beat gibt dir natürlich nicht hundertprozentig an, ob das richtig oder falsch ist. Aber ist halt so eine kleine Orientierung halt ganz nett. Ja, die DS-Version ist noch ein bisschen anders. Weil die DS-Version ist ja... Du kannst ja nicht cheaten, so wie hier. Wenn ich ab einem Punkt ankomme, wo ich feststelle, ich bin zu schwach, kann ich cheaten. Das hast du ja bei der DS-Version nicht. Das Ding ist, Chat. Jako, du musst dich hinlegen. Das Ding ist... Wenn wir nächste Woche am 5. Das beenden, sag ich mal. Schaffen wir dann innerhalb von 2 Sonntagen FF 4 zu benden? FF 4 zu benden? Weil... Also, nächste Woche, der Sonntag ist der 5. Mai. Und danach haben wir den 12. der nächste Sonntag und danach den 19. Und am 26. da werde ich ja dann vermutlich kein Final Fantasy spielen. Weil das ist ja dann die Streaming-Marathon-Woche. Und da werden wir keinen Final Fantasy-Marathon machen. Und das wäre ja dann mega doof, wenn wir... Bei Final Fantasy 4 dann eine Woche Pause machen müssen, bevor wir weiterspielen. Das wäre eigentlich perfekt, wenn wir dann am 12. und 19. innerhalb von diesen 2 Streams komplett FF 4 beenden könnten. Sodass wir quasi zwischen 4 und 5 eine Pause haben. Und nicht während 4. FF 4 alle Achievements 17 Stunden gebraucht. Hast du mit Cheats gespielt? Durchgehend? Ist doch Wurst. Nee, ich will da keine Pause haben. Ich will nicht 2 Wochen warten, bis ich weiterspielen kann. Das ist Kacke. Wenn du so lange streamst. Ja, oder wir machen halt... Nee, nur mal. Okay. Ja, mal schauen. Mal schauen. Werden wir dann sehen, ne? Hab einfach 4, 13 Stunden gebraucht. Ohne Cheats. Hä? Ja, easy. Dann schaffen wir das ja easy in 2 Streams. Easy. Easy. Kein Problem. Ich spiel grad die Originalversion von FF 4 und hab so circa 24 Stunden gebraucht. Ja, und ich kann ja mit Cheats spielen. Dass ich schneller levele, dass ich random Encounter skippe. Ne? Aber ja. Was machst du denn im Marathon? Äh, unter anderem Wunschspieler von euch und dann halt anderen Kram nachher. Nee, kein After Years. Aber FF 3 macht bisher sehr viel Spaß, Chat. Aber das war bei jedem Teil so. Bisher jeder Teil einfach maximal Spaß. Die Zeit Sonntag verfliegt auch so schnell. Das ist insane, ey. Das ist krass. Und es freut mich, dass auch viele von euch dabei sind und sich auch drauf freuen. Das ist richtig geil, Mann. Die Sonntage sind sehr schön. Der Mario-Marathon war so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen Downer. Aber der Marathon ist wieder richtig, richtig geil. Der macht mir sehr, sehr viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.